Willkommen bei Audible. Gute Unterhaltung. Steven Cave. Unsterblich. Die Sehnsucht nach dem ewigen Leben als Triebkraft unserer Zivilisation. Gelesen von Bernd Hahn. Vorwort. Dieses Buch handelt vom Leben, vom Tod und von der Zivilisation. Wie alle Lebewesen haben wir das Bedürfnis, das Leben endlos fortzusetzen. Aber als einziges Lebewesen haben wir durch dieses Streben spektakuläre Zivilisationen hervorgebracht. Mit erstaunlichen Kunstwerken, reichen religiösen Traditionen und den bewundernswerten Errungenschaften der Wissenschaft. All das tun wir, um dem Tod zu entkommen. In diesem Buch möchte ich zeigen, dass wir seit jeher vier Wegen folgen, die ewiges Leben verheißen. Auf diesen Reisen, so lege ich da, haben wir unsere Zivilisationen erschaffen. Ferner werde ich fragen, ob diese vier Wege ihr versprochenes Ziel erreichen und was die Antwort für unser Leben hier und jetzt bedeutet. Thucydides hat gesagt, Geschichte sei Philosophieunterricht an Beispielen. Ich bin von meiner Ausbildung her Philosoph, aber ich stütze mich hier auch auf zahlreiche historische Beispiele und auf Erkenntnisse aus vielen anderen Fachgebieten, von der Anthropologie bis hin zur Zoologie. Die Universitäten mögen die Welt säuberlich in Fachgebiete und Fakultäten einteilen. Das Leben tut dies nicht. Bei solchen Exkursionen in fremde Fachgebiete habe ich mich bemüht, weitestgehend der Mehrheitsmeinung zu folgen. Allerdings scheue ich mich auch nicht, selbst Stellung zu beziehen, wenn meine Argumentation dies verlangt. Mir ist durchaus klar, wie unbescheiden es ist, umfassende Thesen über so große Dinge aufzustellen. Fachleute werden die Stirnrunzeln angesichts meiner Vereinfachung komplexer und teilweise schon sehr alter Debatten. Aber es war von Anfang an meine Absicht, das Buch kurz und knapp zu halten. Und ich hoffe, meine Analyse der Unsterblichkeit wird zumindest einige Leser anregen, Gedankengänge, auf die ich nur kurz hinweisen konnte, weiter zu verfolgen. Stephen Cave im Oktober 2011 Erstes Kapitel Die Schöne ist gekommen Vier Wege zur Unsterblichkeit Sie versuchten, sie zu vernichten. Mit Hämmern zertrümmerten sie ihre vornehme Nase und ihren langen, anmutigen Hals. Im ganzen Reich zerschlug man die Statuen und Büsten der großen Königin zu Staub. Ihr Name wurde mit dem Meißel aus dem Stein der Monumente getilgt, die Nennung ihres Namens verboten. Der Urteilsspruch sollte für die Ewigkeit Bestand haben. Kein Kult sollte ihr Grab hüten und ihre Seele mit Weihrauch und Opfergaben am Leben erhalten. Man konservierte sie nicht in Würde, sodass sie im Jenseits weiter hätte herrschen können. Ihre kurze Dynastie wurde ausgelöscht. Indem der neue Pharao sie systematisch aus der Geschichte tilgte, säuberte er Ägypten nicht nur von ihren Ideen und Einflüssen, er überantwortete sie auch ganz bewusst dem ewigen Vergessen. So glaubte er jedenfalls. 3230 Jahre später eilte Ludwig Borchardt, ägyptologischer Attaché am deutschen Generalkonsulat in Kairo, über eine staubige Ebene. Sein junger Assistent wartete bereits ungeduldig am Zugang zu einem der vielen Grabungsschächte. Er erklärte ihm, man habe die Überreste eines vergrabenen Hauses entdeckt. Es sei offenbar einst stattlich gewesen, doch Diebe und Zeit hätten kaum etwas von Wert hinterlassen. Dann aber sei ein Arbeiter, der tausende Jahre Schutt und Trümmer beiseite räumte, auf ein Stück Wand gestoßen, das offenbar hastig zugemauert worden war. Die uralten Ziegel hätten unter dem Druck seines Meißels nachgegeben und seien in ein schwarzes Loch dahinter gefallen. Borchardt kletterte in den Graben und tastete sich durch Staub und Dunkelheit zu der geheimen Kammer. Als er die von dem Arbeiter geöffnete Mauer erreichte, stieg er vorsichtig über die zerbrochenen Ziegel. Er hielt eine Fackel in den kleinen Raum, schaute hinein und erstarrte. Dann sah er sie. Auf dem Boden, von einem herabgestürzten Sims halb verdeckt. Mit bloßen Händen schob Borchardt die Trümmer beiseite, um sie herauszuziehen. Dann hielt er sie in den Schein der Fackel und wurde nach mehr als dreitausend Jahren der erste Mensch, der Nofretetes ganze Schönheit erblickte. Als Borchardt am Abend dieses 6. Dezember 1912 wieder in seinem Büro war, schrieb er in sein Tagebuch Arbeit ganz hervorragend. Beschreiben nützt nichts. Ansehen. Dann begann er darüber nachzudenken, wie er die große Königin mit nach Hause zu seinem Kaiser nehmen konnte. Die vier Wege Alles Lebendige strebt danach, sein Leben in die Zukunft hinein zu verlängern. Doch nur der Mensch sucht nach seinem ewigen Bestand. Dieses Streben, der Wunsch nach Unsterblichkeit, ist die Grundlage aller menschlichen Errungenschaften. Der Ursprung der Religion, die Muse der Philosophie, der Baumeister unserer Städte und die treibende Kraft hinter der Kunst. Es gehört zu unserer Natur und bildet den Ausgangspunkt dessen, was wir Zivilisation nennen. Trotz der gewaltigen Größe der altegyptischen Monumente unterschied sich das Streben nach dem ewigen Leben am Nil ansonsten nicht von den entsprechenden Bestrebungen aller anderen Gesellschaften, der Antike wie der Neuzeit, im Osten wie im Westen. Der Traum eines wie auch immer gearteten endlosen Lebens ist ein universelles menschliches Merkmal über alle Zeiten und Kulturen hinweg und treibt uns heute noch zu Leistungen, die selbst die Pyramiden übertreffen. In diesem Buch möchte ich drei Dinge tun. Erstens will ich zeigen, dass die scheinbare Vielfalt der Geschichten über den Zugang zur Unsterblichkeit sich auf nur vier Grundformen zurückführen lässt, die vier Unsterblichkeitserzählungen. Wie ich sie nennen möchte. Alle Bemühungen um ein ewiges Leben, die jemals unternommen wurden oder auch in Zukunft unternommen werden, lassen sich einem dieser vier Wege zuordnen. Von Ägypten bis China, von New York bis Neu-Delhi folgen die Menschen auch heute noch diesen Erzählungen, wie sie es von jeher getan haben, in dem Glauben, sich vom Tod befreien zu können. Wir können sie uns als vier Wege vorstellen, die auf den mythischen Berg der Unsterblichen führen. Die vier Erzählungen sind Reaktionen auf Grundkonstanten der Conditio Humana. Auch wenn diese alle eint, beweisen die verschiedenen Kulturen einen enormen Einfallsreichtum in ihrem Umgang damit. Reiche religiöse Traditionen, Sagen und Mythen sowie Kunst und Wissenschaft. Sie sind eine beständige Quelle der Inspiration, der Innovation und der Kreativität. Diese Wege kanalisieren unseren elementarsten Trieb, weiterzuleben. Dennoch haben sie uns zu den höchsten intellektuellen, religiösen und künstlerischen Leistungen geführt. Deshalb möchte ich in diesem Buch zweitens zeigen, inwiefern dieses Streben zu unseren Zivilisationen geführt hat. Institutionen, Rituale und Überzeugungen, die das menschliche Dasein zu dem machen, was es ist. Die vier Wege weisen zwar auf den Gipfel des ewigen Lebens, doch führen sie auch tatsächlich dorthin. Der Gipfel liegt über den Wolken, und wer ihn erreicht, kehrt nicht zurück, sodass er davon berichten könnte. Doch sind wir heute weitaus besser in der Lage, als unsere Vorfahren zu erkunden und zu klären, ob einer der Wege sein Ziel erreicht. Die moderne Wissenschaft bietet uns neue Einsichten in den Ursprung des Lebens und das Ende des Universums. Auf der Suche nach der Seele können wir einen Blick ins Gehirn werfen, und wir entwickeln neue Technologien, die einen Sieg über das Altern versprechen. Deshalb soll dieses Buch drittens die neuesten Erkenntnisse nutzen, um zu prüfen, welche dieser vier Erzählungen auch wissenschaftlich haltbar sind. Obwohl die vier Wege viele Geheimnisse menschlichen Verhaltens zu erklären vermögen, sind sie doch auch intuitiven und unmittelbaren Charakters. Der Erste entspringt ganz direkt unseren Instinkten. Wie alle Lebewesen versuchen wir, den Tod zu vermeiden. Der Traum, dies physisch und in dieser Welt auf ewig zu schaffen, ist die elementarste Unsterblichkeitserzählung. Ich möchte diesen ersten Weg ganz schlicht als Weiterlebenserzählung bezeichnen. Das klingt nicht gerade vielversprechend und vielleicht sogar absurd, angesichts der Alltäglichkeit von Tod und Zerfall. Doch dieser Weg ist sehr weit verbreitet. In fast allen Kulturen finden sich Legenden von Waisen, von Helden eines goldenen Zeitalters oder von Bewohnern entlegener Gebiete, die das Geheimnis eines Sieges über Altern und Tod gefunden haben sollen. Diese Erzählung ist in Wirklichkeit nicht mehr als die Fortführung unseres Bemühens, jung und gesund zu bleiben oder ein wenig, ein oder zwei oder zehn Jahre länger zu leben. Der erste Schritt auf diesem Weg ist die Befriedigung unserer körperlichen Bedürfnisse, wie der nach Nahrung oder physischer Unversehrtheit. Medizin und Hygiene sind der zweite. Doch die meisten Zivilisationen versprechen sehr viel mehr als bloß ein Altern in Sicherheit. Sie nähren die Hoffnung auf ein Elixier, das Krankheit und Demenz vollständig besiegt. Dank dieses Versprechens haben Religionen wie der Taoismus und esoterische Kulte wie der des Heiligen Graals zahlreiche Anhänger gewonnen. Aber niemals wurde es so häufig gegeben wie heute. Schon die Idee des wissenschaftlichen Fortschritts basiert auf dem Gedanken einer stetigen Verlängerung der Lebenserwartung. Und zahlreiche angesehene Wissenschaftler und Ingenieure glauben, dass wir an der Schwelle zu einer neuen Langlebigkeit stehen. Doch alles auf das Versprechen des Weiterlebens zu setzen, wäre eine riskante Strategie, denn die bisherigen Erfolge sind nicht gerade berauschend. Deshalb bietet der zweite Weg einen Ersatzplan, der vorsieht, dass wir im Falle unseres Todes dennoch ein zweites Mal leben können. Das ist die Auferstehungserzählung. Der Glaube, dass wir zwar physisch sterben müssen, aber dennoch mit dem Körper auferstehen könnten, den wir im Leben besessen haben. Die Hoffnung auf eine Auferstehung ist zwar nicht so elementar wie das Bemühen, einfach nur weiterzuleben, aber sie wurzelt gleichfalls in der menschlichen Natur. Wir sehen Jahr für Jahr die Natur im Winter vergehen und im Frühjahr neu erblühen. Milliarden von Menschen in aller Welt feiern diesen Triumph des Lebens über den Tod in Frühlingsfesten wie Ostern. Obwohl sich viele Anhänger der drei großen monotheistischen Religionen nicht immer darüber bewusst sind, Glauben, Judentum, Christentum und Islam an die buchstäbliche physische Auferstehung. Eine Überzeugung, die zu den zentralen Lehren dieser Religionen gehört und bei ihren Erfolgsgeschichten eine entscheidende Rolle spielte. Doch ebenso wie diese alten Überlieferungen erfreuen sich gewisse Abwandlungen des Auferstehungsglaubens auch bei solchen Menschen wachsender Beliebtheit, die ihre Hoffnung eher auf Technologien als auf Götter setzen. Eine neue Spur dieses Weges ist die Kryonik, die Menschen dazu verleitet, sich nach ihrem Tod einfrieren zu lassen, in der Hoffnung, eines Tages repariert und wiederbelebt zu werden. Und dank rascher technologischer Fortschritte gibt es inzwischen Angebote, die noch stärker auf Hightech-Verfahren setzen, etwa die Möglichkeit, den Inhalt unserer Psyche auf Computer und von dort wiederum auf einen neuen Körper oder einen digitalen Avatar zu übertragen. Manche sind allerdings gar nicht darauf erpicht, ihren Körper im nächsten Leben zurückzuerhalten, nicht einmal in digitaler Form. In ihren Augen ist die materielle Welt allzu unzuverlässig, als dass sie ein ewiges Leben zu garantieren vermöchte. Sie glauben daher an ein Überleben in Gestalt einer spirituellen Entität, einer Seele. Das ist der dritte Weg. Die Mehrzahl der heute auf Erden lebenden Menschen glaubt, eine Seele zu besitzen. Es ist der vorherrschende Glaube im Christentum und spielt auch im Hinduismus, im Buddhismus und in vielen anderen Religionen eine zentrale Rolle. Die Anhänger der Seelenerzählung haben den irdischen Bezugsrahmen, das heißt der Auferstehung ihrer selbst, weitgehend aufgegeben und glauben an eine Zukunft eher spirituellen Charakters. Dieser Glaube ist zwar weniger stark in der Natur verwurzelt, gründet aber gleichfalls in der Intuition. In Träumen und mystischen Erfahrungen hatten Menschen seit langer Zeit schon das Gefühl, ihren Körper zu verlassen. Viele haben den Eindruck, die Seele oder der Geist könnten sich von dem Körper, in dem sie wohnen, trennen und daher auch ohne ihn überleben. Die Idee der Seele blüht zwar sowohl im Osten als auch im Westen, doch es gibt viele, die an der Existenz einer Seele zweifeln, vor allem Menschen, die materialistisch ausgerichtet sind. Aber auch sie können Trost in der wohl am weitesten verbreiteten Erzählung finden, der Vermächtnis-Erzählung. Dieser vierte Weg bedarf weder eines Überlebens des physischen Körpers noch einer immateriellen Seele. Vielmehr geht es um eine eher indirekte Projektion in die Zukunft hinein. Ruhm und Unsterblichkeit wurden schon in der Antike miteinander assoziiert und seither sind viele Menschen dem Beispiel des griechischen Helden Achill gefolgt, der auf dem Schlachtfeld vor Troja ewigen Ruhm, einem langen Leben, vorzog. Die Griechen glaubten, die Kultur besitze eine Dauer und Solidität, die der Biologie abgehe. Ewiges Leben winke daher dem Helden, der sich einen Platz in der kulturellen Sphäre zu sichern vermochte. Heute scheinen wir ebenso auf Berühmtheit erpicht zu sein wie Achill einst auf Ruhm. Der Wettstreit um einen Platz in der kulturellen Sphäre geht unvermindert heftig weiter. Einige von uns hinterlassen ein greifbareres Vermächtnis als Ruhm und Ansehen, nämlich Kinder. Unsere Gene gelten als unsterblich, weil sie sich über Millionen von Jahren auf die allerersten Anfänge des Lebens zurückführen lassen. Und wenn wir Glück haben, werden sie auch in ferner Zukunft noch vorhanden sein. Oder vielleicht liegt unser Vermächtnis, wie manche glauben, auch darin, dass wir einst Teil des Lebens auf Erden gewesen sein werden. Ein Teil von Gaia, dem Superorganismus, der auch dann noch existieren wird, wenn wir als Individuen längst verschwunden sind. Oder sogar Teil des sich entfaltenden Kosmos. Diese vier Erzählungen zeigen sich in vielen verschiedenen Formen, von antiken Mythen bis hin zu politischen Manifesten. Doch zumindest eine von ihnen findet sich in jeder Kultur. Manche Zivilisationen folgen über tausende von Jahren demselben Weg. Andere wenden sich von einem Weg ab und einem anderen zu. Aber keine Zivilisation hat ohne einen der vier Wege überlebt. Jede von ihnen hat ihre Unsterblichkeitserzählungen, die sich alle einem der vier Wege zuordnen lassen. Heute konkurrieren die vier Wege auf dem Markt der Glaubensüberzeugungen. Einige sehen sich dort um, bevor sie sich für einen Weg entscheiden. Andere folgen jeweils der neuesten Mode, während die meisten genau das machen, was ihre Eltern gemacht haben. Doch ob wir uns dessen nun bewusst sind oder nicht, die große Mehrheit folgt einem oder mehreren dieser Wege. Der Sonnenuntergang des Aton Im Verlaufe dieses Buches werden wir vielen Beispielen begegnen, die eine der vier Erzählungen am Werk zeigen. Doch es gibt keinen besseren Ausgangspunkt als die Ufer des Nils. Denn dort erreicht er das Streben nach Unsterblichkeit eine beispiellose Perfektion und Pracht. Die Zivilisation des alten Ägypten überdauerte nahezu unverändert gut 3000 Jahre. Und selbst nach der Eroberung Ägyptens, zuerst durch die Perser, dann durch die Armeen Alexanders des Großen und schließlich nach Kleopatras berühmtem Selbstmord durch die Römer, übte sie weiterhin einen gewaltigen kulturellen und religiösen Einfluss aus. Bei Griechen und Römern stand Ägypten für uralte Weisheit. Man hatte das ausgeprägte Gefühl, die Ägypter hätten zu einer Wahrheit gefunden, nach der andere Kulturen noch mühevoll suchten. Das ägyptische Pantheon ging erst endgültig unter, als die römischen Eroberer sich 380 nach Christus massenhaft einem anderen Unsterblichkeitssystem zuwandten, dem Christentum, das dann, wenige Jahrhunderte später, in Ägypten von einem engen Verwandten, dem Islam, verdrängt wurde. Diese Dauerhaftigkeit und Attraktivität verdankte das ägyptische Weltbild seiner vollkommenen Unsterblichkeitserzählung. Und diese Erzählung war zum Teil deshalb so eindrucksvoll, weil sie in ihrer lebenssprühenden Mythologie alle vier Grundformen zu einer einzigen Erzählung verwob. Wie schon angemerkt, sind auch heute noch alle vier Erzählungen präsent, allerdings als Alternativen. Und nicht als einheitliche Geschichte. Auch in anderen Kulturen finden sich alle vier Erzählungen, doch dort stehen eine oder zwei von ihnen im Vordergrund. Nur im alten Ägypten verband man alle vier zu einer einzigen verführerischen Geschichte. Sie ist ein Beispiel für die religiöse Fantasie des Menschen und für eine allseitige Absicherung des Weges zur Unsterblichkeit. Deshalb traf Harem Hab, der Pharao, der sich daran machte, Nofretete zu vernichten, alle erdenklichen Vorkehrungen. Die alten Ägypter konnten auf allen vier Wegen versuchen, ihre natürliche Lebenszeit zu verlängern. Obwohl sie vor allem für ihre kunstvolle Einbalsamierungstechnik berühmt sind, waren sie doch auch sehr darauf bedacht, den elementarsten Weg zu gehen und zunächst einmal weiterzuleben. Sie verfügten über ein hochentwickeltes System aus Medizin und Magie, das Alter und Krankheit fernhalten sollte. Kräuter, Zaubersprüche und Amulette sollten deren Anwender und Träger so lange wie möglich und bevorzugt auf ewig am Leben erhalten. In zahlreichen Papyri geht es in erster Linie um die Verlängerung des Lebens und eine Umkehrung des Alterns. Trotz der vielen Darstellungen, die farbenprächtig zeigen, wie man das Beste aus dem Tod macht, war das Weiterleben, doch weitestgehend Plan A. Da diese Taktik ganz offensichtlich ihre Grenzen hatte, setzte man seine Hoffnung in die Auferstehungserzählung. Die alten Ägypter unternahmen gewaltige Anstrengungen, um Leichen fachgerecht zu konservieren, in dem Glauben, sie eines Tages auf magischem Wege wiederbeleben zu können. Dieser Aufgabe widmete sich eine riesige Industrie, die man den Priestern anvertraute. Sie ließen die Körperflüssigkeiten ab, entfernten die weichen Organe, um sie gesondert zu präparieren, und entzogen der Leiche schließlich mit Natron, einem natürlich vorkommenden Salz, alle Feuchtigkeit. Dann stopften sie den Körper mit Tüchern und Sägemehl aus und umwickelten ihn mit Hunderten von Metern Leinen, das gelegentlich zur Abdichtung mit Harz oder Bitumen getränkt war. So entstand die Bezeichnung Mumie, die von dem persischen Wort für Bitumen Mum abgeleitet ist. Die Bedingungen bei der Präparierung waren alles andere als steril. So hat man in den Leinen Bandagen Maden, Käfer und sogar Mäuse gefunden, und die Priester waren durchaus nicht immer vertrauenswürdig. Wie der griechische Historiker Herodot berichtete, übergab man die Leichen junger Frauen den Einbalsamierern erst, wenn die Verwesung bereits begonnen hatte, um zu verhindern, dass sie ihre Privilegien missbrauchten. Der ganze Vorgang dauerte 70 Tage und gipfelte in der Zeremonie des Mundöffnens, in der man den Verstorbenen auf magischem Wege wiederbelebte, auch wenn sich dessen Handlungsfähigkeit natürlich auf das Jenseits beschränkte. Die Pyramiden, die nur in einer kurzen, relativ frühen Phase der ägyptischen Geschichte errichtet wurden, da sich zeigte, dass sie allzu viel Anziehungskraft auf Grabräuber ausübten, wurden an den Stellen erbaut, an denen man das Jenseits angesiedelt glaubte, damit deren Bewohner auf kürzestem Wege dorthin gelangen konnten. Doch die alten Ägypter legten ihre Hoffnungen nicht nur in den Körper. Sie besaßen auch eine Version der dritten Erzählung, der Seele. Wie viele andere Völker der Antike glaubten sie an mehrere Seelen, deren wichtigste K die Lebenskraft war. Sie wurde dem Menschen im Augenblick seiner Geburt von den Göttern eingehaucht und befähigte ihn, Kinder hervorzubringen. So etwas wie sexuelle Potenz oder das von Bluessängern sogenannte Mojo. Nach dem Tod lebte K in der Mumie fort und benötigte eine beständige Versorgung mit Nahrung. Deshalb war es ganz entscheidend, dass Freunde und Verwandte Speisen an das Grab des Verstorbenen brachten, von denen K sich ernähren konnte. Wobei natürlich nur die spirituellen Bestandteile dieser Nahrung aufgenommen wurden und nicht die materiellen, die man großzügig den Priestern überließ. Wie wir gesehen haben, bestand die vernichtendste Strafe darin, den oder die Verstorbene aus der Geschichte zu tilgen. Die Römer bezeichneten dies als Damnatio Memoriae. Schließlich maßen auch die alten Ägypter der vierten Erzählung dem Vermächtnis entscheidende Bedeutung für das Überleben bei. In ihren Augen gehörten Name und Ansehen zu den elementaren Bestandteilen eines Menschen. Wenn er in der nächsten Welt ein volles Leben führen soll, müssen auch sie bewahrt werden. Deshalb unternahmen die Ägypter große Anstrengungen, um den eigenen Namen lebendig zu erhalten. Sie schrieben ihn, wie es heute Graffiti-Sprayer tun, auf nahezu alles, was sich finden ließ, von Grabwänden über Gefäße bis hin zu Kämmen. Vor allem aber erwarteten sie, dass Freunde und Verwandte ihrer gedachten und ihre Namen priesen, wenn sie ihrem Kar Speisen brachten. Solange der Name noch genannt wurde und die Monumente noch standen, lebte, so glaubten sie, zumindest ein Teil noch fort. Wenn all diese Komponenten zusammenkamen, erwartete die alten Ägypter ein glorreiches und ewiges zweites Leben. Wurden sie dagegen zerstört, vernachlässigt oder vergessen, war der Verstorbene zu endgültiger Auslöschung verdammt, zu jenem zweiten Tod, den alle Ägypter fürchteten. Das war die Strafe, die Haremhab über Nofretete und ihren Mann, den Pharao Echnaton, verhängte. Für welches Verbrechen? Sie hatten das alte ägyptische Unsterblichkeitssystem für sich allein beansprucht. Als der Archäologe Ludwig Borchardt Nofretete im Wüstenboden entdeckte, erblickte er eine lebensgroße Büste der großen Königin in ihren besten Jahren. Ihr langer, schlanker Hals erhebt sich über einem äußerst fein herausgearbeiteten Halsband. Ihre Lippen sind voll, ihre Augen groß und mit verführerischem Liedstrich nachgezeichnet. Ihr Gesicht ist eingerahmt von einer einzigartigen blauen Krone, die die Linie ihrer Wangen und Schläfen fortsetzt. Sie strahlt Autorität und Selbstbewusstsein aus. Sie wirkt zugleich entschlossen und rätselhaft. Es ist ein Bild der Macht und der Schönheit, das heute noch ebenso kraftvoll wirkt wie vor mehr als 3000 Jahren, als die Büste geschaffen wurde. Damals um 1380 vor Christus besaß sie eine Stellung und einen Einfluss, wie sie in der langen Geschichte Ägyptens noch keine Frau besessen hatte. Nofretete, deren Name »die Schöne ist gekommen« bedeutet, war nicht nur die große Königin des Pharao, seine Hauptfrau und Mutter von sechs gemeinsamen Töchtern, sie war ihm ebenbürtig. Zeitgenössische Darstellungen zeigen sie neben ihm im Kampf, im Streitwagen und bei der Huldigung der Götter. Der Pharao Echnaton war dagegen eine eher komische Figur mit dürren Beinen und Kugelbauch, weit entfernt vom ägyptischen Ideal des breitschultrigen Kriegers. Als Oberhaupt des Staates und der Religion, beide untrennbar miteinander verbunden, fiel ihm in der Unsterblichkeitserzählung eine entscheidende Rolle zu. Man erwartete von ihm, dass er die Rituale und Zeremonien leitete, die den Kosmos im Gleichgewicht hielten, und dass er seinem Volk damit den Durchgang durch diese und den Übergang in die nächste Welt sicherte. Doch er und seine mutige schöne Frau hatten andere Vorstellungen. Anfangs vernachlässigten sie lediglich die übrigen Götter und bauten stattdessen gewaltige Tempel für den zuvor obskuren Gott Aton, der mit der Sonnenscheibe assoziiert wurde. Nach fünf Jahren auf dem Thron brachen sie jedoch vollständig mit den alten Traditionen, gaben die alte Hauptstadt Theben auf und gründeten eine neue, der sie den Namen Achetaton gaben, Horizont des Aton. Diese prachtvolle, innerhalb weniger Jahre auf einer staubigen Ebene errichtete Stadt war voll von Bildwerken, die Echnaton und Nofretete im Licht der Sonne baden zeigen, ihres Gottes, dessen Strahlen ihnen ein Anch reichen, das kreuzförmige Symbol ewigen Lebens. Darunter findet sich in Hieroglyphen die Inschrift Mögen sie ewig leben. Aber auch das war noch nicht genug, und als sie erst in ihrem neuen Palast residierten, verkündeten sie, die alte Religion sei tot, es gebe keinen Gott außer Aton, und sie seien seine Propheten. Damit hatten sie den ersten bekannten Monotheismus der Weltgeschichte eingeführt, und sie selbst waren seine einzigen Botschafter auf Erden. Das erschütterte Ägypten bis ins Mark. Alle guten Ägypter waren dazu erzogen worden, die zahlreichen Gottheiten zu achten, die alle Aspekte des Lebens am Nil beherrschten. Bei Krankheit wandten sie sich an die Göttin Isis, und sie dankten dem falkenköpfigen Gott Horus, der für die Sicherheit der ägyptischen Grenze sorgte. Sie beteten zu dem Mumien Gott Osiris, damit er verstorbene Angehörige sicher ins Jenseits geleite. Für die bereits alte und konservative ägyptische Gesellschaft war diese Revolution weitaus dramatischer als die Reformation für das Christentum. Es war so, als erklärte der heutige Papst sich zur Inkarnation des Gottes Horus und tauschte den Vatikan gegen eine Residenz am Nil. Die einfachen Leute dürfte diese Gotteslästerung nicht nur mit Angst vor göttlicher Vergeltung erfüllt haben, sie mussten auch glauben, wenn die Tempel geschlossen und die alten Rituale verboten wurden, sei ihnen der Weg ins Jenseits versperrt. Doch eine so mächtige und so tief in den Institutionen und Bräuchen der ägyptischen Zivilisation verwurzelte Erzählung wie die von den alten Göttern war nicht so einfach zu überwinden. Nach 14 Jahren an der Macht begannen die lebenden Verkörperungen des Aton einen nach der anderen zu verschwinden. Zuerst fielen drei ihrer Töchter einer Seuche zum Opfer. Dann verschwand ganz plötzlich Nofretete von der Bildfläche und zwei Jahre später verschwand auch Echnaton sang und klanglos. Doch ihre Dynastie war noch nicht vollständig am Ende. Eine ihrer Töchter wurde mit einem ihrer Halbbrüder verheiratet, dem Neunjährigen Tutankhamun, einem Sohn Echnatons mit einer Nebenfrau. Gemeinsam durften diese Kinder weiterregieren, unter Leitung der alten Garde, der Priester und Generäle, die langsam alles zerstörten, was ihre Eltern geschaffen hatten. Man verlegte die Hauptstadt zurück nach Theben, öffnete wieder die Tempel und machte Aton zu einer Randfigur. Als dieser junge Pharao starb, folgte ihm für kurze Zeit ein betagter Berater, bevor Harem Hab, der Oberbefehlshaber der Armee gewesen war, die Macht ergriff und alle Spuren des Heretikers und seiner Dynastie zu beseitigen begann. So ist es denn eine Ironie, dass dieser Pharao Tutankhamun dank der Entdeckung seines unversehrten Grabs heute bekannter ist als zu seinen Lebzeiten. Wissenschaftler spekulieren über die Frage, was aus Nofretete und Echnaton wurde. Doch wegen Harem Habs Zerstörungswerk sind nur wenige sichere Zeugnisse erhalten geblieben. Nach einer Theorie änderte Nofretete ihren Namen, um zunächst die vollwertige Mitregentin ihres Mannes zu werden, und ihm dann als Alleinherrscherin zu folgen. Was Echnaton selbst betrifft, glauben manche Forscher, er sei außer Landes getrieben worden und habe im Exil weiterhin sein monotheistisches Credo gepredigt. Es ist, wie Sigmund Freud anmerkte, in der Tat erstaunlich, dass die Bibel von einem ägyptischen Prinzen berichtet, der um diese Zeit seine an den einen wahren Gott glaubenden Anhänger aus Ägypten in ein gelobtes Land wie Atons Herrschaft ihr Ende fand, ob durch eine blutige Rebellion, einen Giftmord oder durch subtileren Druck. Wir wissen nur, dass sie ihr Ende fand. Osiris bestieg wieder seinen Thron im Jenseits und die Einbalsamierer machten sich wieder an ihr Werk. Die Stadt des Aton mit ihren Palästen und Tempeln wurde aufgegeben und versank wieder im Wüstensand. Echnaton und Nofretäter hatten gewagt, das Unsterblichkeitssystem zu usurpieren, das ihrem Volk Ordnung, Sinn und Hoffnung schenkte, und dieses System rächte sich an ihnen. Mit bemerkenswerter Geschwindigkeit heilte die altegyptische Gesellschaft ihre Wunden und machte sich wieder daran, die Vorbereitungen für das nächste Leben zu treffen. Doch die große Königin und ihr heretischer Gatte sollten auf ewig davon ausgeschlossen sein. Ihre Nachfolger taten ihre Arbeit so gründlich, dass für Jahrtausende niemand wusste, dass sie überhaupt existiert hatten. Die rachsüchtigen Priester müssen geglaubt haben, sie hätten Nofretäte für immer vernichtet. Aber sie irrten sich, denn unter dem Treibsand, der die Ruinen ihrer Stadt bedeckte, harrte sie aus. Der Wille zum ewigen Leben Wie der Psychiater und Historiker Robert J. Lifton schreibt, streben Gruppen immer kollektiv nach einfachen oder gemischten Unsterblichkeits Moddi, die sie endlos anpreisen. Sie kämpfen und sterben, um alle Rivalen auszuschalten, die ihre Unsterblichkeitssysteme bedrohen. Das galt auch für Echnaton und Nofretete, die trotz all der Macht und des Reichtums des Königshauses von den mächtigen Strömungen des altegyptischen Unsterblichkeitssystems hinweggefegt wurden. Aber was drängt uns überhaupt, solche Systeme zu schaffen und dann für sie zu kämpfen oder gar zu sterben? Die schiere Universalität der Unsterblichkeitserzählungen, ihre zentrale Bedeutung für nahezu alle Kulturen legt die Vermutung nahe, dass die Wurzel in der menschlichen Natur selbst liegt. In der Tat gründen sie tief in jener Natur, die wir mit allen Lebewesen teilen, in dem Trieb zu überleben. Doch unter allen Tieren haben wir allein, zumindest soweit wir dies wissen, Religionen, künstlerische Traditionen und Ehrsysteme hervorgebracht, die diesen Trieb zum Ausdruck bringen und in elaborierte Erzählungen verwandeln. Der Grund liegt darin, dass wir Menschen mit unseren übergroßen Gehirnen ein ganz besonderes Verhältnis zu Leben und Tod entwickelt haben, ein Verhältnis, das zutiefst paradox ist. Manche sind skeptisch, wenn sie erstmals die These hören, dem Drang nach Zivilisation liege ein Wille zur Unsterblichkeit zugrunde. Es klingt allzu metaphysisch, als dass dies der Instinkt sein könnte, der hinter unserem alltäglichen Handeln steht, allzu mystisch, als dass er das Verhalten eines Lebewesens erklären könnte, das sich aus den Affen entwickelt hat. Doch der Ursprung unserer Ewigkeitssehnsucht ist weder mystisch noch metaphysisch. Im Gegenteil, nichts könnte natürlicher sein. Dass wir uns in die Zukunft projizieren wollen, ist eine direkte Folge unseres langen evolutionären Erbes. Die entschiedene Ausrichtung auf Überleben und Fortpflanzung, auf eine Verlängerung in die Zukunft hinein, ist das einzige, was alle Lebensformen gemein haben. Der gewaltigste Berg erduldet die Erosion ebenso passiv wie das kleinste Sandkorn am Meeresstrand. Aber selbst der winzigste Organismus kämpft mit allem, was er hat, gegen den Ansturm der Elemente und der Feinde, gegen den Abstieg in die Unordnung, die das Universum ansonsten kennzeichnet. Lebewesen sind an sich dynamische Systeme, die sich gegen jede Wahrscheinlichkeit selbst erhalten. Ob Hund, Wurm oder Ermöbe, sie alle scheinen ständig nur um ein einziges Ziel zu kämpfen, weiterzumachen. Dieser Drang nach Fortbestand ist das Wesen des Lebens. Oder wie der Evolutionsbiologe Richard Dawkins schreibt, wir sind Überlebensmaschinen. Aber mit dem Wort wir sind nicht nur wir Menschen gemeint. Es umfasst alle Tiere, Pflanzen, Bakterien und Viren. In der modernen Biologie ist es inzwischen zu einem Gemeinplatz geworden. Selbsterhaltung und Fortpflanzung gehören zu jeder Definition von Leben. Der Prozess der Evolution durch natürliche Selektion macht klar, warum das so ist. In einer variantenreichen Population sind die Individuen, die überleben und sich fortpflanzen, jene, die ihre Gene an die nächste Generation weitergeben. Jede Katze, jeder Baum und jeder Mistkäfer, denen wir begegnen, existieren nur, weil ihre Vorfahren die besten waren, wenn es darum ging, sich selbst und ihre Nachkommen zu erhalten. Sich durch Überleben und Fortpflanzung erfolgreich in die Zukunft zu projizieren, unterscheidet also Evolutionsgewinner von Evolutionsverlierern. Das wird noch klarer, wenn man sich einen Augenblick das Gegenteil vorstellt. Eine Lebensform, die sich gleichgültig gegenüber den eigenen Zukunftsaussichten verhielte. Die apathische Maus, die keine Anstrengung unternehme, um sich vor Schlangen und Eulen zu verstecken, wurde rasch gefressen und mit ihr stürben auch ihre Gene. Wir könnten solchen gleichgültigen Lebewesen niemals begegnen, weil ihre Gene gar nicht hätten überleben können. Ihre stets eifrigen Vättern dagegen, die alles taten, um zu überleben und die Welt mit ihren Nachkommen zu füllen, gaben ihre Gene weiter. Schon bald gab es auf der Welt nur noch Mäuse mit solch kämpferischem Geist. Die natürliche Selektion produziert Lebewesen, die ihren eigenen Fortbestand sichern. Deshalb, so schreibt der Soziologe Raymond D. Gerstel, verhalten alle Lebensformen sich so, als wäre der zukünftige Fortbestand, Unsterblichkeit, das Hauptziel ihres Daseins. Der führende Hirnforscher Antonio Damasio hat gezeigt, dass Bauchgefühle, komplexe Emotionen und ausgeklügelte kognitive Prozesse sämtlich direkt oder indirekt dem Ziel des Überlebens dienen. Der Anthropologe James Chisholm geht noch weiter und behauptet, all unser Werteverständnis ergebe sich aus diesem einzigen Ziel, der komplexen Aktivität, deren wegen der Körper existiert, endlosem Fortbestand. Der Philosoph Arthur Schopenhauer nannte diesen Urtrieb einfach den Willen zum Leben. Da der Fortbestand jedoch nicht zeitlich begrenzt, sondern wie Chisholm sagt, endlos ist, sollten wir besser von einem Willen zum ewigen Leben sprechen, oder vom Willen zur Unsterblichkeit. Dieser Trieb vermag viel von dem, was wir tun, zu erklären, einschließlich eines großen Teils der Zivilisation. Die erste der vier elementaren Unsterblichkeitserzählungen Weiterleben ist einfach der Wille zum ewigen Leben in seiner grundlegenden Form. Und Weiterleben ist etwas, in dem wir Menschen sehr gut sind. Denn wir haben uns über den ganzen Erdball, über viele verschiedene Klimazonen und Lebensräume ausgebreitet und erreichen dort eine für Säugetiere außergewöhnlich lange Lebensspanne. Doch die drei übrigen Unsterblichkeitserzählungen gehen weit über den tierischen Instinkt hinaus, vor Feuer zu flüchten oder Nahrung für den Winter zu horten, und manchmal laufen sie dem sogar zuwider. Obwohl auch hinter diesen Erzählungen der Wille zur Unsterblichkeit steht, sind sie nicht allein das Produkt von Merkmalen, die wir mit anderen Lebewesen gemein haben, sondern auch von solchen, die uns von ihnen trennen. Das Sterblichkeitsparadoxon Unsere Besonderheit liegt natürlich in unserem großen, hochgradig vernetzten Gehirn. Auch dieses Gehirn hat sich entwickelt, um uns bei der Sicherung eines endlosen Fortbestands zu helfen und ist von gewaltigem Nutzen im Kampf ums Überleben. Das Bewusstsein unserer Selbst, der Zukunft und alternativer Möglichkeiten versetzt uns in die Lage, uns anzupassen und sehr durchdacht zu planen. Aber dieses Bewusstsein ermöglicht uns auch eine Sicht unserer Selbst, die zugleich erschreckend und verblüffend ist. Einerseits gelangt unser Verstand unausweichlich zu der Erkenntnis, dass wir, wie alle Lebewesen um uns herum, eines Tages sterben müssen. Andererseits vermag dieser Verstand sich genau diesen Zustand der Nicht-Existenz nicht vorzustellen. Er ist buchstäblich unfassbar. Der Tod erscheint daher zugleich unausweichlich und unmöglich das bezeichne ich als das Sterblichkeits Paradoxon und seine Lösung führt zu den Unsterblichkeits Erzählungen und damit auch zur Zivilisation. Beide Seiten des Paradoxons resultieren aus dem selben Set eindrucksvoller kognitiver Fähigkeiten. Seit die Gattung Homo, aus der die direkten Vorfahren des modernen Menschen Stammen vor zweieinhalb Millionen Jahren erschien, hat sich unser Gehirnvolumen verdreifacht. Das führte zu einer Reihe wichtiger Innovationen im Bereich des Denkens. Erstens sind wir uns unserer selbst als gesonderter Individuen bewusst. Eine Fähigkeit, über die nur eine Handvoll mit großen Gehirnen ausgestatteter Spezies verfügt und die als wesentliche Voraussetzung für komplexe soziale Interaktionen gilt. Zweitens besitzen wir eine ausgeprägte Vorstellung von der Zukunft, die es uns ermöglicht vorauszudenken und unterschiedliche Pläne zu fassen. Gleichfalls eine Fähigkeit, die sich bei den allermeisten anderen Arten nicht findet. Eine der seltenen Ausnahmen ist ein Schimpanse im schwedischen Vüdevik, der nachts Steine sammelt, um sie am folgenden Tag auf Zoobesucher zu werfen. Und drittens können wir uns verschiedene Szenarien vorstellen, mit Möglichkeiten spielen und aus Erlebtem Verallgemeinerungen ziehen, sodass wir in der Lage sind, zu lernen, Schlüsse zu ziehen und zu extrapolieren. Die Vorteile, die solche Fähigkeiten für das Überleben bieten, liegen auf der Hand. Von Mammutfallen bis hin zu Supermarkt Zulieferketten vermögen wir zu planen, zu koordinieren und zu kooperieren, um die Befriedigung unserer Bedürfnisse sicherzustellen. Doch diese Fähigkeiten haben ihren Preis. Wenn man eine Vorstellung von sich selbst und von der Zukunft besitzt und wenn man das Gesehene zu extrapolieren und zu verallgemeinern vermag, dann erkennt man, wenn man sieht, wie ein Gefährte von einem Löwen getötet wird, dass man selbst ebenfalls von einem Löwen getötet werden könnte. Das ist nützlich, wenn es uns veranlasst, den Speer zu schärfen und bereit zu halten, aber es erzeugt auch Ängste. Es verweist in der Gegenwart auf die zukünftige Möglichkeit des Todes. Am nächsten Tag sehen wir vielleicht, dass ein Gefährte von einer Schlange getötet wird, ein Dritter an einer Krankheit stirbt und wieder ein anderer durch Feuer ums Leben kommt. Wir sehen, dass es zahllose Möglichkeiten gibt, ums Leben zu kommen und dass dies jederzeit geschehen unausweichlich zu. Wenn wir sehen, wie andere Lebewesen um uns herum eins nach dem anderen ihr Leben verlieren, erkennen wir, dass niemand davon verschont bleibt. Wir erkennen, dass der Tod der eigentliche Feind ist. Dank unseres Verstandes können wir den Tod eine Weile mit scharfen Speeren und befestigten Toren, gefüllten Vorratslagern und Krankenhäusern fernhalten. Doch zugleich sehen wir, dass all das letztlich fruchtlos ist, dass wir eines Tages nicht nur möglicherweise, sondern ganz sicher sterben werden. Das meinte der Philosoph Martin Heidegger, als er vom Sein zum Tode sprach, indem er das Definitionsmerkmal der Conditio Humana erblickte. Wir sind also mit einem Verstand gesegnet, aber zugleich auch verflucht. Nicht nur zu sterben, sondern auch zu wissen, dass wir sterben müssen. Der Mensch hat den Tod geschaffen, schrieb der Dichter W.B. Yates. Andere Geschöpfe kämpfen blind. Sie kennen nur das Leben, bis der Augenblick ihres Todes kommt. Unsterblich zu sein, ist nichts Besonderes. Vom Menschen abgesehen, schreibt der argentinische Schriftsteller Jorge Luis Borges, sind es alle Geschöpfe, da sie den Tod nicht kennen. Wir jedoch holen den Tod ins Leben hinein. Wir sehen ihn kommen, in jedem Sturm oder Waldbrand, jeder Schlange oder Spinne, in jeder Krankheit und jedem bösen Vorzeichen. Das ist ein zentrales Thema der Philosophie, der Poesie und des Mythos. Der Tod definiert uns als sterbliche Wesen. Das sagt auch eine der ältesten und einflussreichsten Erzählungen, die Genesis. Als Adam und Eva vom Baum der Erkenntnis aßen, wurde ihnen klar, dass sie sterben mussten. Das Wissen um die Sterblichkeit ist der Preis der Erkenntnis. Seit wir uns unserer selbst bewusst sind, schrieb Michel de Montaigne, haben wir das Gefühl, dass der Tod uns jeden Augenblick am Kragen gepackt hält. Das Leben ist ein beständiger Kampf, den wir nur verlieren können. Der zweite Gedanke, die andere Seite des Sterblichkeitsparadoxons sagt uns dagegen genau das Gegenteil, dass unsere eigene Auslöschung unmöglich ist. Wir können uns einfach nicht vorstellen, nicht zu existieren. Versuchen der Auge. Schon der bloße Akt des Vorstellens verleiht uns ein virtuelles Sein, einem Geist gleich. Als Subjekte des Denkens bleibt uns die Realität des Todes verschlossen. Unser Vorstellungsvermögen lässt uns hier im Stich. Dem Vorstellenden ist es unmöglich, sich die Abwesenheit des Vorstellenden vorzustellen. Der eigene Tod ist ja auch unvorstellbar und so oft wir den Versuch dazu machen, können wir bemerken, dass wir eigentlich als Zuschauer weiter dabei bleiben, schrieb Sigmund Freud 1915. So konnte der Ausspruch gewagt werden, im Grunde glaube niemand an seinen eigenen Tod. Oder was dasselbe ist, im Unbewussten sei jeder von uns von seiner Unsterblichkeit überzeugt. Oder wie der englische romantische Dichter Edward Young es ausdrückte, ein jeder hält einen jeden für sterblich. Außer sich selbst. Das gilt ganz unabhängig davon, wie weit wir in die Zukunft zu schauen versuchen. Ob in einem Jahr oder in 1000 Jahren, wir kommen nicht umhin, auch in dieser Zukunft immer präsent zu sein. Es gibt keine Grenze für unsere Zukunftsprojektionen. Unser Vorstellungsvermögen endet nicht bei einer Million oder einer Milliarde Jahren. Und so hat denn, um das biblische Buch Kohelet Prediger zu zitieren, Gott oder die Natur, den Menschen die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Nach unserem Verständnis sind wir Teil des Gewebes der Welt, für immer und unauslöschlich hier. Goethe hat einmal gesagt, den Beweis der Unsterblichkeit muss jeder in sich selbst tragen. Wir können uns unsere eigene Nicht-Existenz nicht vorstellen. Und deshalb ist unsere Nicht-Existenz unmöglich. Wie der Psychologe Jesse Baring in seinen Forschungen gezeigt hat, glauben selbst Kleinkinder, die noch nicht in eine bestimmte Religion oder ein bestimmtes Weltbild hineinsozialisiert sind, dass der Geist den physischen Tod überlebt. Er und seine Kollegen sehen den Grund in der Tatsache, dass die Alternative, wonach der Geist verlöscht, nicht vorstellbar sei. Er schließt daraus, wir besäßen einen angeborenen Sinn für Unsterblichkeit, der aus dieser kognitiven Eigenheit resultiere. Das heißt, die scheinbare Unmöglichkeit unserer eigenen Auslöschung sei in unserem Gehirn gleichsam fest verdrahtet. So haben wir es denn mit einem Paradoxon zu tun. Wenn wir in die Zukunft schauen, finden wir unseren Wunsch nach einem ewigen Leben erfüllt, denn es scheint unvorstellbar, dass wir eines Tages aufhören könnten zu sein. Deshalb glauben wir an unsere eigene Unsterblichkeit. Doch zugleich sind wir uns all der möglichen Gefahren für unser Leben, von Giftschlangen bis hin zu Autounfällen schmerzlich bewusst, und überall und überall um uns herum sehen wir, dass andere Lebewesen unausweichlich den Tod finden. Deshalb glauben wir an unsere eigene Sterblichkeit. Dieselben hochfliegenden geistigen Fähigkeiten scheinen uns zu sagen, dass wir unsterblich und dass wir sterblich sind, dass der Tod eine Tatsache und dass er unmöglich ist. Oder wie Sigmund Baumann einmal schrieb, der Tod ist und kann nichts anderes sein als ein Widerspruch in sich. Unsere Unsterblichkeit und unsere Sterblichkeit drängen sich dem Verstand mit gleicher Macht auf. Beide Vorstellungen finden, wie wir gesehen haben, ihre Anhänger unter Dichtern, Denkern und Mythenschöpfern. Die eine Hälfte sagt uns, wir müssten mit dem Wissen um unser unvermeidliches Ende leben. Die andere Hälfte, wir könnten unmöglich an unserer Unsterblichkeit zweifeln. Und einige erkennen natürlich auch das hier vorliegende Paradoxon, wonach beide Vorstellungen wahr erscheinen. Der spanisch-amerikanische Philosoph und Schriftsteller George Santayana erfasste diesen Zusammenhang sehr genau, als er von unseren unbeholfenen Versuchen schrieb, die beobachtete Tatsache der Sterblichkeit und die angeborene Unvorstellbarkeit des Todes miteinander zu vereinbaren. Das Paradoxon basiert auf zwei verschiedenen Perspektiven, die wir im Blick auf uns selbst einnehmen können. Einerseits objektiv oder von außen, andererseits subjektiv oder von innen. Diese zwei entgegengesetzten, aber mächtigen Vorstellungen führen zu einer Spannung, mit der wir nicht leben können. Ein derartiger Zustand wäre ein beständiger, lähmender Kampf zwischen Hoffnung und Verzweiflung. Doch die meisten von uns leben durchaus nicht so. Wir sind nicht in aller Regel gelähmt von dem Widerspruch, der im Mittelpunkt der Conditio Humana liegt. Denn wir haben Geschichten entwickelt, mit deren Hilfe wir diese existenziell ausweglose Situation mit Sinn zu erfüllen vermögen. Die Unsterblichkeitserzählungen. Der Motor der Zivilisation In den 1990er Jahren fand eine Gruppe amerikanischer Psychologen heraus, dass es bemerkenswerte Auswirkungen auf die politischen und religiösen Anschauungen der Menschen hat, wenn man sie kurz an ihre Sterblichkeit erinnert. So bat man eine Gruppe christlicher Studenten um ihren Eindruck von der Persönlichkeit zweier Menschen. Diese beiden Menschen waren einander in allen relevanten Merkmalen sehr ähnlich, außer in der Religionszugehörigkeit. Der eine war ein Christ, der andere ein Jude. Unter normalen Umständen beurteilten die Teilnehmer die beiden Personen recht ähnlich. Doch wenn man die Versuchspersonen zuerst an ihre eigene Sterblichkeit erinnerte, etwa indem man sie bat, einen Persönlichkeitstest auszufüllen, der auch Fragen zur Einstellung gegenüber dem Tod enthielt, beurteilten sie den Mitchristen positiver und den Juden negativer. Diese Psychologen testeten die Hypothese, wonach wir unsere kulturellen Weltanschauungen entwickeln, um uns vor der Angst vor dem Tod zu schützen. Wenn diese These zutraf, so argumentierten sie, mussten die Menschen, wenn man sie auf ihre eigene Sterblichkeit hinwies, entschiedener an den zentralen Überzeugungen ihrer Weltanschauung festhalten und eine negativere Einstellung gegenüber solchen Menschen an den Tag legen, die eine Bedrohung für ihre eigenen Überzeugungen darstellten. Und genau das zeigte sich in ihren Experimenten. In einer anderen Studie baten sie amerikanische Studenten anzugeben, wie sympathisch und kompetent sie die Autoren zweier Essays fanden, deren einer sich positiv über das politische System der Vereinigten Staaten von Amerika äußerte, während der andere eine kritische Haltung zum Ausdruck brachte. Die Studenten äußerten sich durchgängig positiver über den amerikafreundlichen und negativer über den kritischen Autor. Doch dieser Effekt zeigte sich deutlich stärker, wenn man sie zuvor an ihre Sterblichkeit erinnerte. Nach Ansicht der Forscher zeigt diese Studie, dass wir angesichts des Todes nicht nur an religiösen Vorstellungen entschiedener festhalten, auch das Gefühl der Zugehörigkeit zu einer Nation vermag uns existenziellen Trost zu spenden. Die drei Forscher Sheldon Solomon, Jeff Greenberg und Tom Piszczynski ließen sich in ihrem Studium von Sigmund Freud und einem amerikanischen Anthropologen namens Ernest Becker inspirieren. Sie waren davon überzeugt, dass die Zivilisation psychologische Schutzmechanismen gegen die Angst vor dem Tode bereitstellt und haben zur Überprüfung ihrer These seither mehr als 400 Experimente unternommen. Ihre Schlussfolgerung lautet, dass kulturelle Weltbilder einschließlich der Religionen, der Nationalmythen und der Werte, von Menschen geschaffene und von ganzen Gruppen geteilte Glaubensüberzeugungen bezüglich der Realität sind, die zumindest in Teilen dem Umgang mit der Angst dienen, die das allein beim Menschen anzutreffende Wissen um den Tod auslöst. Die von ihnen sogenannte Terror-Management-Theory der Entwicklung der menschlichen Kultur findet inzwischen großen und immer noch wachsenden Anklang. Die Anhänger dieser Theorie glauben, dass das Wissen um unsere Sterblichkeit potenziell verheerende Auswirkungen habe. Wir müssen mit der Erkenntnis leben, dass gerade das denkbar Schlimmste eines Tages ganz sicher geschehen wird. Die Auslöschung, eine persönliche Apokalypse, das Ende unserer individuellen Welt, scheint unausweichlich zu sein. Wenn die Menschen sich dieser unabwendbaren Katastrophe vollauf bewusst wären, so behaupten die Anhänger der Terror- Management-Theory, wären sie nur zuckender Haufen Gewebe, die vollkommen von Angst durchsetzt und unfähig wären, wirkungsvoll auf die Anforderungen ihrer unmittelbaren Umgebung zu reagieren. Deshalb vertreten sie die Hypothese, wir hätten kulturelle Institutionen, Philosophien und Religionen entwickelt, um uns vor dieser Angst zu schützen, indem wir das unabwendbare Schicksal des Todes leugnen oder zumindest davon ablenken. Und genau das bestätigen ihre Experimente. Die den Tod leugnenden Institutionen und Religionen variieren beträchtlich in Zeit und Raum. Sie reichen vom Polytheismus der alten Babylonier bis hin zur Konsumorientierung des modernen Westens. Doch sie alle bieten eine Erklärung, die uns sagt, weshalb wir nicht wirklich Angst vor dem Sterben zu haben brauchen. Von der These, wir seien in Wirklichkeit geistige Wesen, die in einem Jenseits weiterlebten, bis hin zu dem Glauben, dass wir dem Sensenmann entgehen könnten, wenn wir nur genug Vitamine zu uns nehmen und ausreichend Jogging betrieben. Die Terror Management Theory bietet also eine moderne wissenschaftliche Erklärung, die uns zeigt, in welcher Weise der erste Teil des Sterblichkeitsparadoxons, das Wissen um unsere Sterblichkeit, die Entwicklung von Unsterblichkeitserzählungen motiviert. Wie wir jedoch bereits gesehen haben, prädisponiert uns der zweite Teil des Sterblichkeitsparadoxons, wonach wir uns unser Nichtsein nicht vorzustellen vermögen, bereits zu dem Glauben, dass wir nicht sterben könnten. Diese zweite intuitive Vorstellung, wonach wir unmöglich jemals vollständig vernichtet werden können, ist von großem Nutzen, wenn es darum geht, Geschichten zu entwickeln, die den Tod leugnen. Sie bietet gleichsam einen geistigen Nagel, an dem sich die Erklärung aufhängen lässt, weshalb wir nicht wirklich sterben. So räumt der Glaube an eine unsterbliche Seele zwar ein, dass unser Körper in Übereinstimmung mit dem ersten Teil des Sterblichkeitsparadoxons vergeht, hält sich dann aber an den zweiten Teil des Paradoxons, wonach wir nicht gänzlich vergehen können, um die These aufzustellen, dass wir den körperlichen Tod überstehen und in spiritueller Gestalt weiter existieren. Hier werden beide Seiten des Paradoxons akzeptiert und in eine Geschichte eingebaut, die den scheinbaren Widerspruch aufhebt. Unsere Angst vor dem Tod wird besänftigt und die Geschichte wirkt intuitiv plausibel, weil sie auf Vorstellungen basiert, die zu glauben, wir bereits disponiert sind. Auf diese Weise werden Unsterblichkeitserzählungen geschaffen. Jede von ihnen findet einen Weg zur Lösung des Sterblichkeitsparadoxons, eine Möglichkeit, uns davon zu überzeugen, dass wir trotz gegenteiligen Anscheinens in Wirklichkeit überleben werden, dass der körperliche Tod entweder nicht unausweichlich oder nicht das ist, was er zu sein scheint, dass wir Recht haben, wenn wir an die Unmöglichkeit unserer Auslöschung glauben. In der wettbewerbsorientierten Welt der akademischen Psychologie streiten die Experten heftig über die Frage, welcher Seite des Sterblichkeitsparadoxons primäre Bedeutung bei der Erklärung menschlicher Kultur zukommt. Sozialpsychologen wie die Anhänger der Terror-Management-Theory sind leidenschaftliche Verfechter eines Primats der Todesverleugnung bei der Entwicklung unserer Weltbilder, während kognitive Psychologen, wie der oben erwähnte Jesse Bering meinen, die Unfähigkeit des Menschen, sich seine Nicht-Existenz vorzustellen, breiche zur Erklärung der allenthalben anzutreffenden religiösen Überzeugungen aus. In Wirklichkeit verhalten sich die Auswirkungen der beiden Seiten des Paradoxons komplementär zueinander. Die Angst vor dem Tod liefert ein starkes Motiv zur Entwicklung von Weltbildern, die Unsterblichkeit versprechen, und das Gefühl der eigenen psychischen Fortdauer ist ein natürlicher Nagel, an dem solche Bilder sich aufhängen lassen. Manche Aspekte unserer Kultur sind unmittelbarer Ausdruck unseres unstehlbaren Lebenswillens. Landwirtschaft, Verteidigung, Hausbau, all das hilft uns zu überleben. Doch Religion oder Poesie zum Beispiel sind nicht gerade die besten Wege, um Essen auf den Tisch zu bringen oder Feinde auf Distanz zu halten. Und aus der Sicht reinen Überlebens lassen sich Mönche, die sich selbst geißeln, oder Literaten und Künstler, die ein Hungerdasein fristen, kaum erklären, ganz zu schweigen von Menschen, die um des posthumen Ruhmes willen alles opfern und den Tod auf sich nehmen. Diese allein in der menschlichen Gesellschaft anzutreffenden Merkmale sind nur als Versuche verständlich, unsere paradoxe Sicht der Unsterblichkeit zu verstehen. Der Schriftsteller Brian Appleyard hat das so zusammengefasst. Jeder stirbt, daher muss auch ich sterben. Da das unvorstellbar ist, erfinden wir die Unsterblichkeit und aus dieser Erfindung entsteht Kultur. Der Fortschritt selbst ist eine Folge unseres Drangs nach einem endlosen Leben. Nicht nur einzelne Zivilisationen sind von diesem Streben geprägt, sondern auch ihre Wechselwirkung, ihr Aufstieg und ihr Niedergang. Für Hegel war die Geschichte der Umgang des Menschen mit dem Tod. Der bereits erwähnte Psychiater Robert J. Lifton erläutert, was damit gemeint ist. Geschichte lässt sich weitgehend als ein Bemühen verstehen, bei ständig wechselnden psychischen und materiellen Bedingungen ein kollektives Unsterblichkeitsgefühl zu erreichen, zu bewahren und zu festigen. Fast alle Facetten der Menschheitsentwicklung lassen sich als Ausdruck des Willens zum ewigen Leben begreifen. Ich sage fast alle Facetten, weil es noch weitere Prismen gibt, durch die wir die menschliche Kultur gleichfalls betrachten müssen. Erstens ist jede Zivilisation ebenso sehr das Produkt ungezählter Zufälle wie von großen historischen Bewegungen. Eine Malerin mag malen, weil die vorherrschenden Unsterblichkeitserzählungen der Kunst die Fähigkeit zuschreiben, die zeitlose Einzigartigkeit des Einzelnen oder die sich selbst transzendierende Macht des Schaffensprozesses zu demonstrieren. Doch wenn wir verstehen wollen, warum sie gerade in dieser Weise malt, müssen wir durch das Prisma der Kunstgeschichte oder der individuellen Biografie blicken. Zweitens haben manche Denker versucht, die unsere instinktive Hingezogenheit zu solchen Geschichten kritisch beurteilen, alternative Weltbilder zu entwickeln. Doch da sie die Ausnahme darstellen, lassen sie sich noch am ehesten über die Regel begreifen, deren Ausnahme sie sind. Und drittens ist eine Zigarre manchmal eben nur eine Zigarre, wie Freud einmal gesagt haben soll. Ein besonders aufschlussreiches Beispiel, da Rauchen verheerende Auswirkungen auf unsere Überlebensaussichten hat. Freud, der täglich Zigarren rauchte, starb an Mundhöhlenkrebs. Aber das Rauchen bietet einen unmittelbaren Genuss, der allerdings süchtig macht. Es bedarf keiner großartigen Theorie und keiner tiefen Psychologie, um erklären zu können, weshalb wir Genuß suchen und Schmerz meiden. Es ist durchaus möglich, dass wir einen Rosenstrauch nicht deshalb pflanzen, weil wir den Wunsch haben, dass andere Menschen sich nach unserem Tod an uns erinnern, oder weil wir einen Geschlechtspartner finden möchten, mit dessen Hilfe wir unsere Gene in die Zukunft weitergeben können, sondern einfach deshalb, weil wir den Duft von Rosen lieben oder der Liebe verfallen sind. Die Besonderheit der menschlichen Zivilisation liegt gerade in der Tatsache, dass sie über das bloße Streben nach Lust und die Vermeidung von Schmerz hinausgeht. Und das tritt noch am deutlichsten im Wunsch nach einem ewigen Leben zutage. Die Zivilisation aus der Sicht der den Tod leugnenden Erzählungen zu verstehen, ist nicht hinreichend, aber notwendig. Oder, wie der Soziologe Sigmund Bauman es ausgedrückt hat, ohne Sterblichkeit keine Geschichte, keine Kultur, keine Humanität. In den folgenden Kapiteln werde ich jede der vier Unsterblichkeitserzählungen genauer untersuchen. Wir werden sehen, dass jede von ihnen einen Beitrag zur Ausgestaltung unserer Zivilisation geleistet hat. Aber wir werden auch fragen, welcher der vier Wege sein Versprechen tatsächlich einlöst. Dass die Erzählungen in tiefgründigen Aspekten der Conditio Humana wurzeln, sagt noch nichts über deren Wahrheit aus. Es könnte sich um echte Entdeckungen handeln, die einst die Menschheit am Anbeginn der Geschichte gemacht hat. Oder um ausgefeilte Produkte bloßen Wunschdenkens. Es ist denkbar, dass uns das Unsterblichkeitsparadoxon dazu getrieben hat, die Geheimnisse des ewigen Lebens zu enthüllen oder sie einfach nur zu erfinden. Jeder Weg hat in der Geschichte Millionen oder sogar Milliarden von Anhängern gehabt und hat sie vielfach auch heute noch. Und jeden dieser Wege haben Tausende von Philosophen, Theologen oder Waisen verteidigt. Wir werden prüfen, ob einer oder keiner von ihnen oder vielleicht sogar alle uns durch den dichten Wald und die Wolken hinauf zum Gipfel des Berges der Unsterblichen zu führen vermögen. Wie andere im alten Ägypten dürfte auch Nofretete auf alle vier Möglichkeiten zur Sicherung des ewigen Lebens gesetzt haben. Doch ihre Chancen dem Schicksal anderer Sterblicher zu entgehen, standen sicher nicht gut angesichts des Zorns, den sie auf sich zog. So hatte sie wahrscheinlich wenig Erfolg mit der ersten Erzählung, nach der es einfach nur darum geht, weiterzuleben. Falls sie der Vergänglichkeit allen Fleisches zum Opfer fiel, dürfen wir eigentlich annehmen, dass sie mumifiziert wurde. Doch aufgrund der Sorgfalt, mit der ihre Nachfolger sie vernichteten, ist es unwahrscheinlich, dass man ihre Überreste unangetastet ließ, womit sie jede Hoffnung auf die in der zweiten Erzählung angesprochene Auferstehung zunichte machten. Auch ihr K. dürfte vor langer Zeit schon zugrunde gegangen sein, da die von den Ägyptern als unerlässlich empfundene Versorgung mit Lebensmitteln ausblieb. Der einzige Weg, der ihr blieb, um ihren maßlosen Drang nach Unsterblichkeit zu befriedigen, war daher der vierte, das Vermächtnis. Die Schöne kehrt wieder Sechs Wochen nachdem Borchardt Nofretete erstmals erblickt hatte, war die Stimmung im deutschen Lager angespannt. Am nächsten Tag erwartete man Gustave Lefebvre, den Inspektor der Altertümerverwaltung. Der Franzose hatte die Aufgabe, gemäß den ägyptischen Gesetzen, die Hälfte der in der Ausgrabungssession gefundenen Objekte für den ägyptischen Staat zu requirieren. Die Auswahl der Objekte lag ganz in seinem Ermessen und niemand im deutschen Team glaubte, er werde zulassen, dass die Büste der Nofretete nach Berlin ging. Am Abend dieses Tages betraten sie nacheinander den Schuppen, der ihr als zeitweiliger Thronsaal diente, und verabschiedeten sich im Kerzenschein von der Dame, die sie einfach ihre Majestät nannten. Am folgenden Tag begrüßte Borchardt den Inspektor und führte ihn in die Baracke, in der man die Artefakte versammelt hatte. Die Sonne stieg hoch über die Ebene, während die übrigen Expeditionsmitglieder auf die Entscheidung warteten. Endlich traten die beiden Männer aus dem Schuppen, um die Papiere zu unterzeichnen. Der Franzose ließ seine Hälfte zusammenpacken und machte sich bereit, nach Kairo zurückzukehren. Als die Kisten zusammengestellt wurden, verbreitete sich langsam die Erkenntnis im ungläubigen deutschen Lager, sie würden ihre Majestät behalten. Niemand weiß, mit welcher Hexerei Borchardt in diesem Schuppen verhinderte, dass Nufritete in den höhlenartigen Kellern des Kairoer Museums verschwand. Bis heute kursieren wilde Anschuldigungen, die von Betrug, Korruption und Inkompetenz sprechen. Manche behaupten, man habe dem Inspektor nur eine schlechte Fotografie der Büste gezeigt. Oder er habe sie nur in einer Kiste in einer dunklen Ecke des Schuppens sehen können. Oder Borchardt habe gelogen und ihm erzählt, es handele sich nur um einen wertlosen Gipsabdruck. Einige behaupten sogar, man habe ihm eine Fälschung vorgeführt, die Borchardt in der Kairoer Unterwelt habe anfertigen lassen. Doch Borchardts und Nofretetes Kampf war noch nicht gewonnen. Da Borchardt fürchtete, sie könne ihm vom streng kontrollierenden ägyptischen Zoll gestohlen werden, bat er das Auswärtige Amt, ihm dabei zu helfen, die Büste dem Kaiser nicht nur diskret, sondern im Geheimen und die große Königin gelangte nach Deutschland. Als man sie in Berlin ausstellte, sorgte sie sogleich in ganz Europa für großes Aufsehen und für Empörung in Kairo. Die ägyptische Regierung forderte unverzüglich ihre Rückführung und stoppte alle weiteren deutschen Ausgrabungen. Bis heute verlangt sie von Deutschland die Rückgabe dieser Mona Lisa der Antike an ihr Heimatland. Borchardt nahm seine Geheimnisse mit ins Mit Sicherheit wissen wir nur, dass Nofretetes strahlende Schönheit ihn ebenso verführte, wie sie einst den jungen Pharao Echnaton verführt hatte. Heute befindet sie sich auf der Museumsinsel in Berlin, wo ihr jährlich mehr als eine halbe Million Besucher ihre Referenz erweisen. Ihr Name wird wieder ausgesprochen und ihr Bild ist in ganz Ägypten zu sehen, wie zu Zeiten der Herrschaft Atons. Mit ihrem heiteren, selbstsicheren Lächeln sagt sie, ich bin wieder da. Ich bin unsterblich. Erster Teil Weiterleben Zweites Kapitel Magische Schranken Zivilisation und das Elixier des Lebens. Der König von Chin hatte gute Gründe für seinen Verfolgungswahn. Man trachtete ihm tatsächlich nach dem Leben. Sein Vorgänger, der sein Vater gewesen sein mag oder nicht, hatte sich nur drei Jahre auf dem Thron halten können und dessen Vorgänger gerade einmal zwölf Monate. Sein Hof blickte auf eine lange Tradition der Komplotte, Verschwörungen und Staatsstreiche zurück. Selbst seine eigene Mutter hatte gegen ihn konspiriert und geplant, ihren jüngeren Sohn auf den Thron zu setzen. Der arme König von Chin konnte niemandem trauen. Aber zudem besaß er auch ein besonderes Talent, sich Feinde zu machen. Das war China zur Zeit der streitenden Reiche, wenig mehr als tausend Jahre nach Nofretetes Sturz. Es war eine blutige Zeit, in der konkurrierende Kriegsherren sich miteinander verbündeten, gegeneinander intrigierten und ums Überleben kämpften. In einer einzigen Schlacht, der berüchtigten Schlacht von Changping, hatten die Armeen seines Urgroßvaters rund 400.000 Soldaten des Nachbarstaats Sao getötet, und unser Held bemühte sich eifrig, dieser Tradition gerecht zu werden. Er hatte den Ruf, arrogant und grausam zu sein. Er selbst meinte jedoch, er würde nur missverstanden, denn in Wahrheit war der König von Chin ein Mann mit einer Vision, ein vereinigtes China, in dem die Menschen miteinander und mit dem Himmel in Harmonie lebten. Deshalb fielen seine schwarz gekleideten Armeen ständig in die Nachbarstaaten ein und drangen aus der im Nordwesten gelegenen Bergregion nach Osten vor. Seine Soldaten, deren Beförderung von der Zahl der abgeschlagenen Köpfe abhing, die sie erbeuten konnten, waren skrupellos und effektiv. Schon bald hatte ich ihn zwei der übrigen streitenden Reiche geschluckt und wandte seine Aufmerksamkeit dem kleinen, im Osten gelegenen Königreich Jan zu. Zur Zufriedenheit des Königs schickte Jan im Jahr 227 vor Christus zwei Gesandte, die Chin die Unterwerfung unter dessen Oberhoheit anboten. Als Zeichen ihres guten Willens brachten sie Geschenke mit, eine detaillierte Karte der fruchtbarsten Regionen von Jan und einen abgeschlagenen Kopf. Bei dem Kopf handelte es sich um den eines Hohen Chin Generals, der beim König in Ungnade gefallen und nach Jan geflohen war. Der König war hoch erfreut über die Nachricht von der Enthauptung des Verräters, dessen gesamte erweiterte Familie er bereits hatte töten lassen und er bereitete sich darauf vor, die beiden Besucher mit großem Pomp zu empfangen. Was der König nicht wusste, war indessen die Tatsache, dass der General sein Leben freiwillig hingegeben und den Jan Gesandten sogar geholfen hatte, indem er sich selbst die Kehle durchschnitt, weil er hoffte, damit zum Sturz des Königs von Chin beitragen zu können. Die Gesandten wurden zur Audienz vorgelassen. Einer von ihnen stieg die Stufen zum Thron empor und bot die Geschenke dar. Der König stellte den Korb mit dem Kopf beiseite und entrollte langsam die Karte. Kurz bevor er das Ende erreichte, sah er Metall aufblitzen. Doch es war zu spät. In der Kartenrolle war ein Dolch mit einer vergifteten Klinge versteckt. Der Gesandte ergriff mit einer Hand die Waffe, packte mit der anderen den König am Ärmel und stach zu. Aber der König reagierte zu schnell und war bereits zurückgesprungen, wobei der Ärmel Kronialschwert, das neben ihm hing. Doch es war so lang, dass er es nicht vollständig aus der Scheide ziehen konnte und der Attentäter stellte ihm weiter nach. Der König flüchtete hinter eine Säule, während seine Höflinge auseinander stieben. Sie trugen ironischerweise keine Waffen, damit sie keine Attentatsversuche unternehmen konnten. Die vor dem Thronsaal stehenden Wachen durften nur auf ausdrücklichen zu stürzen, wehrte dessen alter Arzt den Dolch mit seiner Tasche ab und gab seinem Herrn so die Gelegenheit, die Scheide abzustreifen und die Klinge zu befreien. Nun hatte der Attentäter es plötzlich mit einem erzürnten König zu tun, der ein sehr langes Schwert in der Hand hielt. Er schleuderte den Dolch auf ihn, verfehlte sein Ziel aber. Der König schlug ihn nieder. Er brauchte acht Schwerthiebe, um ihn zu töten. Am folgenden Tag schickte der König die Armeen von Qin zum Angriff auf Yan. Nach einem Jahr nahmen sie die Hauptstadt ein und innerhalb von fünf Jahren hatten sie das Königreich von der Landkarte getilgt. Ein Jahr später hatten seine Armeen die ganze bekannte Welt alles unter dem Himmel erobert und der König erklärte sich zum ersten Kaiser Chinas. Natürlich war sich der erste Kaiser seiner Sterblichkeit nur allzu bewusst. Es gab viele, die ihm nur zu gern einen Dolch zwischen die Rippen gestoßen hätten und einige versuchten es auch. Bei einem anderen legendären Attentatsversuch lockte ein blinder Lautenspieler den Kaiser in seine Nähe und griff ihn dann mit seiner eigens zu diesem Zweck mit Bleibeschwerten lauter an. Da er jedoch blind war, verfehlte er den Kaiser und wurde exemplarisch hingerichtet. Bei einem anderen Mordversuch warf ein kräftiger Mann, den man dafür angeheuert hatte, einen 100 Kilogramm schweren Metallzylinder von einem Felsvorsprung auf die Kutsche des Kaisers und zertrümmerte sie vollständig. Doch der Kaiser hatte mit solch einem Hinterhalt gerechnet und fuhr in einer anderen Kutsche. Wäre er jemals der Versuchung erlegen, seine Sterblichkeit zu vergessen, hätte die Welt sich versporen, ihn daran zu erinnern. Der erste Teil des Sterblichkeitsparadoxons sagt uns, dass wir mit dem Bewusstsein unserer Sterblichkeit leben müssen. Wir alle wissen, dass alles Geborene sterben muss. Doch die meisten von uns vermögen diese Tatsache dank der von der Kultur bereitgestellten Hilfsmittel Angst vor Attentaten leben, Pharaonen, Diktatoren und Könige werden auch beständig daran erinnert, wie gefährdet ihr Dasein ist. Es ist eine schöne Ironie, dass gerade die Mächtigsten im Bewusstsein dieser Verletzlichkeit zu leben haben. Das meint Shakespeare's Heinrich IV., den der Dichter sagen lässt, schwer ruht das Haupt, das eine Krone drückt. Gerade bei solchen Herrschern können wir daher sehen, wie das Wissen um das unausweichliche Ende seine volle Wirkung entfaltet. Der erste Kaiser verbot es jedem unter Androhung der Todesstrafe, in seiner Gegenwart vom Tod zu sprechen. Stattdessen mussten seine Höflinge Oden an die Unsterblichkeit komponieren, die allenthalben gesungen werden mussten. Als er einmal erfuhr, dass in einem fernen Teil seines Reichs Wandinschriften aufgetaucht waren, die seinem baldigen Tod ankündigten, schickte er Beamte dorthin, die den Schuldigen ausfindig machen sollten. Als das misslang, ließ er alle Einwohner des betreffenden Bezirks töten. Andeutungen hinsichtlich seiner Sterblichkeit nahm er nicht auf die leichte Schulter. Doch Herrscher besitzen nicht nur ein geschärftes Bewusstsein für das Sterblichkeitsparadoxon, sie haben auch die Mittel, etwas dagegen zu unternehmen. Indem der König von Chin China einte und sich selbst zum Kaiser erklärte, wurde er zum mächtigsten Mann der Welt. Wenn irgendjemand die Mittel besaß, dem Tod zu trotzen, dann er. Mauern bauen und Bücher verbrennen Das Weiterleben ist die erste und direkteste Unsterblichkeitserzählung. Es ist ein Traum, den wir in den frühesten Kulturen mit schriftlicher Überlieferung finden und der auch heute noch geträumt wird. Tatsächlich glauben einige, wir stünden kurz vor einem wissenschaftlichen Durchbruch, der diesen Traum endlich verwirklichen wird. Wir werden solchen Thesen im nächsten Kapitel nachgehen, wenn wir die Aussicht untersuchen, tatsächlich das ewige Leben zu erlangen, indem wir Krankheit, Alter und Tod gänzlich besiegen. Zunächst wollen wir uns jedoch ansehen, inwiefern das Versprechen endlos weiterzuleben die Grundlage der Zivilisation darstellt. Wie im letzten Kapitel dargelegt, behaupten die Psychologen, die hinter der Terror-Management-Theory stehen, wenn wir ohne schützende Erzählung mit der Unausweichlichkeit des Todes konfrontiert seien, wären wir vollkommen von Angst durchsetzt. Beim ersten Kaiser war dies offenbar tatsächlich der Fall, aber ansonsten war er durchaus in der Lage, seine Energie mit gewaltiger Produktivität einzusetzen, und zwar, weil er an eine Unsterblichkeitserzählung glaubte. Er glaubte, es sei möglich, sich vor dem Tod zu schützen und so ewig zu leben. Bei dem Versuch, dies zu tun, schuf er China. Ewig weiterzuleben ist eine Erweiterung des Bemühens, hier und jetzt am Leben zu bleiben. Unser alltäglicher Kampf ums Überleben wird nur endlos verlängert. Er beginnt daher mit den elementaren Dingen, die jeder Mensch für seine Fortexistenz braucht. Essen und Trinken, Obdach und Schutz vor Feinden. Als die Gesellschaften sich entwickelten, verfeinerten sie die Befriedigung dieser elementaren Bedürfnisse durch gemeinsame Anstrengungen, Arbeitsteilung und die Weitergabe von Fertigkeiten. Im Kern ist eine Zivilisation eine Sammlung lebensverlängernder Technologien. Die Landwirtschaft sichert eine stetige Nahrungsversorgung, die Herstellung von Kleidung soll Schutz vor Kälte bieten, die Baukunst sorgt für Obdach und Schutzbauten, bessere Waffen erleichtern Jagd und Verteidigung, die Medizin bekämpft Krankheiten und heilt Verletzungen. Doch während die meisten Menschen sich damit begnügen, diese Technologien für sich selbst, ihre Familien oder ihre Dorfgemeinschaften zu nutzen, hatte der Erste Kaiser eine weitaus großartige Revision. Er herrschte über ein Reich und er hatte die Absicht, ihm ewigen Bestand zu verleihen, mit ihm selbst als dem ebenso ewigen Herrscher. Zu diesem Zweck begann er sein Reich von allem abzuschotten, was unvorhersagbar und gefährlich war, von allem, was den Tod bringen konnte. Er ließ eine Mauer bauen, die sich über mehr als tausend Kilometer an der Nordgrenze entlangziehen sollte. Menschen vieler Kulturen errichteten seit langem schon Mauern um Häuser, Dörfer oder ganze Städte, aber noch niemals um ein ganzes Reich. Das war der Anfang der chinesischen Mauer, die mit dem Blut und dem Schweiß zwangsverpflichteter Arbeitskräfte errichtet wurde und bei deren Bau, wie man annimmt, Hunderttausende von Menschen den Tod fanden. Innerhalb dieser Grenzen führte er beispiellose Reformen zur Verbesserung des Wirtschaftslebens durch. Gewichte, Maßeinheiten und Währung wurden vereinheitlicht. Er sorgte für eine Festigung der Schriftsprache. Regierung und Staatsverwaltung wurden rationalisiert. Aus den vielen streitenden Reichen formte er eine einzige Nation, China, wie das Land heute noch genannt wird, nach dem Stammland des ersten Kaisers, dem Königreich Chin. Dann, ab 213 vor Christus, folgte eine berüchtigte Maßnahme. Alle Bücher von Denkschulen, die seinem neuen System widersprachen, sollten verbrannt werden. Chroniken aus vergangenen Zeiten wurden vernichtet. Die Geschichte sollte ganz neu beginnen. Schließlich wurden alle Dokumente, die nichts mit der Fähigkeit, das Leben zu verlängern, wie Landwirtschaft, Wahrsagerei und Medizin zu tun hatten, verboten und ihr Besitz mit dem Tode bestraft. Der argentinische Schriftsteller Jorge Luis Borges glaubt, dass sowohl die chinesische Mauer als auch die Bücherverbrennung mit dem Streben des Kaisers nach einem ewigen Leben zusammenhingen. Er schreibt, die Daten suggerieren, dass die Mauer im Raum und der Brand in der Zeit magische Schranken waren, die den Tod aufhalten sollten. Der erste Kaiser versuchte, eine neue Ordnung zu schaffen, die dem Leben, seinem Leben, ewigen Bestand verlieh. Genau hier liegt der Unterschied zwischen Zivilisation und Barbarei. Mit Borges zu sprechen, in der magischen Schranke zwischen lebenserhaltender Ordnung auf der einen, Chaos, Krankheit und Zerfall auf der anderen Seite. Als der König und Kaiser jedoch in die Jahre kam, wurde deutlich, dass hohe Mauern, fruchtbare Felder und neue Geschichtsbücher nicht ausreichten, um Alter und Krankheit fernzuhalten. So umgab er sich denn mit den allerbesten Ärzten, Zauberern, Alchemisten und Waisen. Sie hatten die Aufgabe, den Kaiser nicht nur von gewöhnlichen Krankheiten zu heilen, sondern auch den altersbedingten Verfall aufzuhalten und so auch dessen Endergebnis, den Tod, zu verhindern. Das hielt damals niemand für rund heraus unmöglich. Im Gegenteil, für eine Zivilisation, die dem Land Frieden gebracht hatte, architektonische Wunderwerke zu schaffen vermochte und bereits über eine reiche medizinische Tradition verfügte, schien das nur ein weiterer Schritt auf demselben goldenen Weg zu sein. Wie der erste Kaiser an die Möglichkeit eines geordneten Staatswesens oder eines wohlregulierten Wirtschaftslebens glaubte, so glaubte er auch an das Elixier des Lebens. Es gab zahlreiche Legenden über Menschen, die es angeblich gefunden hatten und dadurch zu unsterblichen Wesen geworden waren, denen die Zeit nichts anzuhaben vermochte. Es gab dieses Elixier, da war er sich sicher und es musste gefunden werden. Es wäre die glanzvolle Krönung der Zivilisation, die er geschaffen hatte. So reiste er denn kreuz und quer durch sein Reich, brachte Opfer an heiligen Bergen dar, befragte Schamanen und Gelehrte, denen er auf seinen Reisen begegnete und nahm eifrig die Tränke, Pillen und Elixiere zu sich, die sie ihm verschrieben. Dann, eines Tages, traf er einen weisen Mann namens Hu Fu, der zu wissen behauptete, wo die Unsterblichen ihre Geheimnisse verwahrten. Hu Fu lebte auf einer der Inseln vor der Nordostküste Chinas, die seit langem schon mit dem Elixier in Verbindung gebracht wurden. Er erzählte dem Kaiser, im Gelben Meer gäbe es drei Berge, die zwar nicht weit vor der Küste lägen, aber von magischen Winden beschützt würden, die jedes Schiff, das sich ihnen zu nähern versuchte, von seinem Kurs abbrächten. Die wenigen glücklichen Seefahrer, denen es gelungen sei, dorthin zu gelangen, hätten ein Land vorgefunden, dessen Tiere und Pflanzen sämtlich von reinstem Weiß und die Paläste aus purem Silber und Gold seien. Die Bewohner dieser Inseln seien die Unsterblichen, die das wahre Elixier des Lebens gefunden hätten. Voller Begeisterung gab den Auftrag, eine Expedition anzuführen, die das Elixier suchen sollte. Der Magier machte sich mit dreitausend jungfräulichen Knaben und Mädchen auf den Weg, denn nur Unschuldige könnten, so behauptete er, in den Besitz der Zauberformel gelangen. Sie sollten zu den Inseln segeln und die Unsterblichen bitten, ihre Geheimnisse mit ihnen zu teilen. Mehrere Jahre später reiste der Kaiser erneut an die Nordostküste seines riesigen Reiches. Er suchte Chufu auf, um sich über dessen Fortschritte auf der Suche nach dem wahren Elixier zu informieren. Sehr zur Überraschung des Magiers. Er hatte nicht mehr vorzuweisen als gewaltige Ausgaben und wenige verbliebene Jungfrauen. Als der Kaiser dies hörte, wurde er zornig. Er hatte schon viele für weniger getötet. Der mit einer raschen Auffassungsgabe gesegnete Zauberer versicherte ihm, er sei sich sicherer als jemals zuvor, das Elixier auf den Geisterinseln finden zu können. Bei ihren vielen schwierigen und gefährlichen Versuchen dorthin zu gelangen, sei es ihnen fast gelungen, gegen die schrecklichen Winde anzukommen, die diese Inseln umgaben. Doch immer wenn sie sich den strahlend weißen Küsten näherten, hätten riesige Seeungeheuer ihnen den Weg versperrt und sie zurück zum Festland getrieben. Wenn er einen Trupp Armbrust schützen hätte, könne er diese Ungeheuer ganz sicher besiegen und das Elixier beschaffen. Die Verzweiflung hatte den ersten Kaiser leichtgläubig gemacht. Er sehnte sich so sehr nach dem Unsterblichkeitstrank, dass er dem Magier die gewünschten Soldaten überließ. In dieser Nacht träumte der Kaiser unter dem Eindruck der von Chufu erzählten Geschichte, er kämpfte nur mit einer Armbrust bewaffnet mit einem gewaltigen Meeresgeist. Er deutete den Traum als ein Zeichen, dass ein böser Meeresdämon ihm den Weg zur Unsterblichkeit versperrte und befahl den dortigen Seeleuten, das Ungeheuer zu fangen. Er selbst stand an der Küste und wartete eine Armbrust in der Hand darauf, dass sie ihm das Ungeheuer brachten. Chufu setzte die Segel und fuhr mit seinem Schatz, den Jungfrauen und den Bogenschützen, davon. Er sollte in China niemals mehr gesehen werden. Als Chufu zum zweiten Mal mit seiner außergewöhnlichen Entourage in See stach, segelte er ins Reich der Legende. Nach einer Überlieferung landete er in Japan und gründete dort eine neue Gesellschaft, zu deren König er sich erklärte. In der japanischen Mythologie, in der er Yufuku genannt wird, besitzt er den Status eines Heiligen und sogar eines Gottes. Er soll den bis dahin primitiven Menschen auf diesen Inseln Landwirtschaft, Medizin, Metallurgie und Seidenproduktion gebracht und ihre Kultur verwandelt haben. Erstaunlicherweise sprechen archäologische Funde tatsächlich dafür, dass die japanische Kultur im dritten Jahrhundert vor Christus einen Sprung nach vorn machte, also genau zu der Zeit, als Chufu angeblich in See stach. Jagen und Sammeln wurden durch Reisanbau ersetzt, Steinwerkzeuge durch Metallwerkzeuge, Pelze durch gewebte Kleidung und Höhlenbehausungen durch freistehende Häuser. Die Stadt Shingu an der südöstlichen Küste der japanischen Insel Honshu rühmt sich heute noch, der Ort zu sein, an dem Chufu mit seiner Armee aus Jungfrauen landete und das Land zivilisierte. Wie bei vielen Mythen kann es durchaus sein, dass die Geschichte von Chufus Verschwinden aus China und der Entdeckung Japans mehr als nur einen wahren Kern enthält. Doch die Legende endet damit noch nicht. Nachdem Chufu seine neue Gesellschaft gegründet hatte, soll er weiter nach dem Elixier des Lebens gesucht haben und zu diesem Zweck zu den Einsiedlern am Fuji-Berg gereist sein. Dort fand er angeblich das Geheimnis, nachdem er auf seiner langen Fahrt gesucht hatte. Die weisen Einsiedler machten ihn zu ihrem Anführer und nach der Legende lebt Chufu heute noch sein ätherisch heiliges Dasein hoch oben auf dem wolkenverhangenen Gipfel. Die Gründungsmythen der zivilisierten Welt Wer die Zivilisation bringt, der bringt ein besseres, längeres Leben. Sein Lohn ist ein ewiges Leben, das zugleich auch seinen Gefolgsleuten winkt. Das ist die Botschaft der Geschichte Chufus in ihrer japanischen Fassung. Und es ist genau das Modell, dem der erste Kaiser folgte, als er sein eigenes Reich schuf, denn es ist identisch mit der Legende, auf der die chinesische Gesellschaft fußt. Tatsächlich haben wir es hier mit einem Motiv zu tun, das wir allenthalben in Gründungsmythen aus aller Welt wiederfinden. Die Zivilisation basiert auf dem Versprechen der Unsterblichkeit. Das Arsenal der Technologien, die Chufu angeblich in das noch steinzeitliche Japan brachte, hätte tatsächlich dazu beigetragen, die Lebenserwartung der Inselbewohner zu steigern. Genau das ist ihr Zweck. Und deshalb ist es ganz natürlich, wenn die Legende bruchlos in den Bericht übergeht, wonach Chufus Genialität am Ende dazu führte, dass er das Elixier des Lebens fand. Der Schriftsteller und Zukunftsforscher Arthur C. Clarke schrieb einmal, jede hinreichend fortschrittliche Technologie ist von Magie nicht zu unterscheiden. Einem Menschen, der die scheinbar magischen Errungenschaften der Zivilisation, vom Pflug bis hin zur Bypass-Operation, unbestaunt, kann das Elixier des Lebens durchaus als ein gänzlich plausibler nächster Schritt erscheinen. Das gilt für unsere Zeit ebenso wie für das alte Japan. Und es galt auch für das alte China jener Zeit, als der erste Kaiser an die Macht kam. Der Titel, den er sich selbst gab, als er aufhörte, der bescheidene König von Chin zu sein, folgte dem Vorbild eines legendären Vorfahren, des gelben Kaisers Huangdi. Mit dem neuen Titel versuchte der König ein wenig vom gewaltigen Ansehen der mythischen Gestalt zu profitieren und er hoffte auch, dessen Karriere nachzuahmen. Denn auch Huangdi hatte eine Zivilisation geschaffen und angeblich über den Tod triumphiert. Es war Huangdi, der die wesentlichen Elemente der frühen chinesischen Kultur einführte. Er war für China, was Hu Fu später für Japan sein sollte. Und auch sein Lohn war Unsterblichkeit gewesen. Als der erste Kaiser einen neuen Staat zu schaffen versuchte und China neu gründete, ahmte er ganz bewusst diesen Vorgänger nach und hoffte auf denselben Lohn. Der Legende nach regierte Huangdi 100 Jahre lang, und zwar ab 2697 v. Christus. Seine Herrschaft führte zu einer Phase des Friedens, der Einheit und des Fortschritts, in der nach der Überlieferung alle grundlegenden Elemente der Zivilisation geschaffen wurden. Der Pflug, die Viehzucht, die Musik, der Kalender, die Kriegskunst, die Medizin, die Seidenweberei und sogar die Schrift. Nachdem Huangdi seinem Reich solcher Art Ordnung und Wohlstand gebracht hatte, konnte er sich seinem eigentlichen Ziel zuwenden, dem Streben nach dem ewigen Leben. Nach der Legende genoss er den Beistand einer Göttin. Sie schickte ihm drei Mägde, die ihn persönlich in der Kunst der Langlebigkeit unterrichteten. Eine von ihnen lehrte ihn sogar, wie er die sexuelle Energie in diese Bahn lenken konnte. Damals wie heute glaubten viele Menschen an eine Verbindung zwischen Sexualität, Samen und Lebensdauer. Huangdis Fleiß und Tugend wurden schließlich mit dem Elixier des Lebens belohnt. Als er dies zu sich nahm, erfuhr er sogleich eine Verwandlung und wurde immun gegen Alterung und Krankheit, woraufhin ein freundlicher Drache erschien und ihn nach Nordtibet in das entlegene Kunlun-Gebirge brachte, wo er auf ewig weiterlebte. Wie in Chufus Geschichte steht das Elixier für die Errungenschaften der Zivilisation. Nach einem langen, mit Innovation, Entwicklung und Ordnen verbrachten Leben wird schließlich der Tod überwunden. Das ist das eigentliche Versprechen zivilisierten Lebens. Weshalb sollten wir die Freiheit des nomadisierenden Jägers aufgeben und stattdessen den Boden bestellen, Gesetzen gehorchen und Steuern zahlen, wie die Gesellschaft es von uns verlangt? Weil wir, wenn wir dies tun, länger leben werden und vielleicht sogar unendlich länger. Selbst jene Menschen, die nicht die Krone tragen, die einfachen Bürger, die kleinen Leute, durften hoffen, von der Ordnung und Sicherheit innerhalb der Mauern der Zivilisation zu profitieren. Wenn wir uns weiter an Schreibtischen oder Fließbändern abplacken, so weil auch wir an die magische Schranke glauben. Der Gründungsmythos der altägyptischen Zivilisation gab den Menschen am Nil genau dieselbe Antwort, wenn auch auf etwas fantasievollere Weise. Er kreist um Osiris, den im letzten Kapitel erwähnten Gott des Jenseits. Er gehört zu den ältesten bekannten Göttergestalten der Menschheit und war wie Huangdi ursprünglich ein realer Herrscher, der sowohl materielle als auch symbolische Elemente der Kultur bei seinem Volk einführte, darunter die Landwirtschaft und ein Gesetzeswerk. Als Osiris von seinem eifersüchtigen Bruder ermordet und zerstückelt wurde, gelang es seiner Frau Isis, ihn zu mumifizieren und wieder zum Leben zu erwecken. Er war also die erste Mumie und übernahm die Herrschaft im Jenseits. Wenn die Ägypter ihn nachahmten, ein gutes Leben führten und die alten Riten befolgten, konnten auch sie hoffen, die Ewigkeit mit ihm zu teilen. Auch hier wird wieder explizit ein Zusammenhang zwischen dem Gründer der Zivilisation mit ihren Gesetzen und Ritualen und dem Versprechen der Unsterblichkeit hergestellt. Wie wir noch sehen werden, wiederholt sich dieses Muster in den Gründungsmythen vieler anderer Zivilisationen, der modernen und wissenschaftlichen ebenso wie der antiken. Sie unterscheiden sich daher deutlich von Schöpfungsmythen, die sich mit dem Ursprung der Welt befassen und oft eher eine Erklärung für die Sterblichkeit und die Tatsache des Todes geben. In solchen Schöpfungsmythen erlangen Menschen keine Unsterblichkeit. Das würde ein Elixier und letztlich die Zivilisation obsolet machen. Umgekehrt werden die Menschen zum Beispiel in der chinesischen Mythologie recht lieblos aus angefeuchteten Tonklumpen geschaffen. Es bedarf einer Verwandlung, um solche Wesen für die Ewigkeit tauglich zu machen. Der Verwandlung, die Huangdi, Yufu, Osiris erreichten und nach der der erste Kaiser suchte. Solche Mythen zeigen, wie sehr schon die bloße Idee der Zivilisation mit unseren Hoffnungen auf ein ewiges Leben verbunden ist. In der entwickelten Welt mögen heute viele deren Vorzüge für selbstverständlich halten. In den frühen Zivilisationen wussten die Menschen sehr wohl um den Wert dieser magischen Schranke zwischen ihnen und der Barbarei. In den Augen dieser Menschen gab es einen bruchlosen Übergang zwischen den offenkundig lebensverlängernden Technologien der Landwirtschaft oder der Medizin und einem Elixier der Unsterblichkeit. Das Elixier wurde als etwas Reales und Materielles gedacht. Doch seine Rolle war auch symbolischen Charakters. Es stand für das höchste Ziel der Zivilisation, der Vollendung der Überwindung des Todes, die ihren Anfang nahm, als der erste Samen ausgesät und der erste Ziegelstein gelegt wurde. Einige der ältesten Dokumente der Menschheit zeugen von der Suche nach dem Elixier des Lebens und sie wird auch heute noch fortgesetzt. Das Elixier In der ältesten epischen Erzählung der Welt, die uns erhalten geblieben ist, der Geschichte des sumerischen Königs Gilgamesch, sucht der Held nach einer Verjüngungspflanze namens Jung wird der Mensch als Greis. Im letzten Kapitel haben wir auch gesehen, dass die alten Ägypter an ein Elixier der Jugend glaubten. Ein Rezept dafür stammt aus der Zeit um 1600 vor Christus. In den Jahrtausenden, die seit der Abfassung dieser Texte vergangen sind, hat es nie eine Zeit gegeben, in der man die Suche nach solch einer Substanz nicht fortgesetzt hätte. Auch heute, zu Beginn eines neuen Jahrtausends, werden eifrig solche Elixiere gebraut. Allein im letzten Jahrzehnt bis 2010 berichtete das angesehene Wissenschaftsmagazin New Scientist über zwölf neue Elixiere, die dem Altern Einhalt zu gebieten versprechen. Sofern wir der Ansicht zuneigen, die antiken Legenden seien im Vergleich zu den laborgetesteten Wunderdrogen unserer Zeit nur mythischer, fauler Zauber, lohnt sich der Hinweis, dass eines der zwölf Heilmittel gegen das Altern, über die im New Scientist debattiert wurde, aus der Wurzel des Tragant gewonnen wird, einer Hülsenfrucht. Diese Pflanze gehört zu den 50 Grundkräutern der traditionellen chinesischen Medizin und war höchstwahrscheinlich auch in den Rezepturen enthalten, die man dem ersten Kaiser darreichte. Es gibt keine eindeutige Trennungslinie zwischen Zauberei und Wissenschaft. Unsere Methoden sind über die Jahrhunderte strenger, effizienter und produktiver geworden, aber ansonsten folgen wir der Unsterblichkeitserzählung des Weiterlebens gerade so, wie die Menschen es seit Anbeginn der Geschichte getan haben. Diese Suche war nicht nur eine Domäne von Spinnern und Quacksäubern, schrieb der Medizinhistoriker Gerald Grumman. Im Gegenteil, ganze Religionen, namhafte Philosophen und bedeutende Wissenschaftler widmeten sich der Suche nach dem Schlüssel zum ewigen Leben. Jede Generation hat ihre Technologie auf die sie ihre Hoffnung setzt. Zu Beginn des letzten Jahrhunderts war es die nach dem österreichischen Physiologen Eugen Steinach benannte Steinach-Operation, die Unterbindung der Samenleiter. Die Operation versprach, wie es einer von Steinachs Kollegen ausdrückte, eine unbegrenzte Verlängerung des Lebens. Und Steinach selbst wurde sechsmal für den Nobelpreis vorgeschlagen, den er allerdings nie erhielt. Viele führende Wissenschaftler und Intellektuelle und tausende anderer Menschen unterzogen sich der Prozedur in der Hoffnung auf Verjüngung, darunter auch Sigmund Freud und W. B. Yates. Heute kennen wir diese Operation unter der schlichten Bezeichnung Vasektomie und ihre verjüngende Wirkung, erwies sich als reine Fantasie. Die Hoffnung, den Tod zu besiegen, ist jedoch geblieben. Sie wird genähert von Geschichten über extrem langlebige Menschen, wie man sie in allen Kulturen findet. Abgesehen von Huangdi konnte der Erste Kaiser sich auch durch den Blick auf viele andere Weise inspirieren lassen, die angeblich ein äußerst hohes Alter erreichten, zum Beispiel Peng Su, der 800 Jahre gelebt haben soll. Der römische Geschichtsschreiber Plinius berichtete gleichfalls von 800-Jährigen, wies allerdings daraufhin, sie seien in diesem Alter des Lebens so müde gewesen, dass sie ins Meer sprangen. Wer in der jüdischen und christlichen Tradition steht, kann im Alten Testament Beispiele für Vorväter finden, die noch länger lebten. Noah soll 950 Jahre alt geworden sein, Methusalem 969. Obwohl in unserer Zeit genauere Aktenführung und höhere Beweisanforderungen dafür gesorgt haben, dass solche Geschichten selten geworden sind, gibt es sie immer noch. Man denke etwa an die beliebte Geschichte der angeblich sehr langlebigen Georgier im Kaukasus, ein Mythos, der Millionen von Menschen zum Kauf von Joghurt bewegte, als eine äußerst erfolgreiche Fernsehwerbung den Zuschauern in den 1970er Jahren versicherte, dies sei ihr geheimes Elixier. So natürlich es erscheinen mag, von einem ewigen Leben zu träumen, arbeitet doch die Natur unseres Körpers dagegen. Ohne Hilfe und ohne Veredelung wird er kränkeln, altern, sterben und verfaulen. Man muss etwas tun. Wenn wir dem Zahn der Zeit widerstehen wollen, müssen wir irgendwie die üblichen Grenzen der Biologie überschreiten. Wir müssen uns verwandeln, um fit für die Ewigkeit zu werden. Der Gedanke eines Lebenselixiers verkörpert diesen Wunsch nach Verwandlung. Es ist die legendäre Substanz, die den üblichen Prozess des Niedergangs und Verfalls aufhält, den Trinkenden über das Schicksal der Sterblichen erhebt und ihn zu dem macht, was die Chinesen Xian nennen. Transzendent, himmlisch, unsterblich. Auch wenn wir uns das Elixier heute als brodelnden Zaubertrank oder als ordentliche Pille vorstellen mögen, war der erste Kaiser frei von solchen vorgefassten Meinungen. Er hätte sich ebenso wenig gewundert, wenn er festgestellt hätte, dass es sich um eine einzelne Pflanze, eine Reihe von Übungen oder eine geheimnisvolle Kombination aus Pulvern und Zaubersprüchen handelte. Geschichten von lebensspendenden Objekten gab es in bemerkenswerter Zahl und Vielfalt. Magische Becher, Kessel, Quellen, Hörner, Haare, Tiere, Geister, Hexen, Ungeheuer, Zaubersprüche, Flüche, Ringe, denen die Fähigkeit zugeschrieben wurde, den Tod zu überwinden. Wer auf ein ewiges Leben hoffte, tat gut daran, hinsichtlich der Mittel offen zu sein. Das Elixier war alles, was dazu verhelfen konnte, Alter und Tod etwas weiter hinauszuschieben und die Suche danach umfasste Bereiche, die uns heute als ganz verschiedene Traditionen gelten, von der Medizin bis zur Magie, von der Wissenschaft bis hin zur Religion. Doch trotz dieser vielfältigen Strenge ist die Suche nach dem Elixier heute unter einem einzigen Namen bekannt, Alchemie. Erstmals erwähnt wurde die Alchemie im ersten Jahrhundert vor Christus in den Aufzeichnungen des chinesischen Geschichtsschreibers Sima Xian, der auch das meiste von dem aufschrieb, was wir über den ersten Kaiser wissen. Er beschreibt, wie der Hofalchemist Zenoba, ein leuchtend rotes Quecksilbermineral, in Gold zu verwandeln versuchte, das, wenn man es aß und trank, sicherstellen konnte, dass man niemals sterben wird. So wurde die Alchemie schon in frühesten Zeiten mit zwei Zielen assoziiert, deren Gemeinsamkeit in der Verwandlung lag, der Verwandlung unedler Metalle in Gold und der Verwandlung unedler Menschen in Unsterbliche. Obwohl die Alchemie heute eher mit der Herstellung von Gold assoziiert wird, wären die meisten Alchemisten wohl zumindest der Ansicht gewesen, dass beides untrennbar miteinander verbunden sei und sehr oft auch, dass die Herstellung von Gold, wie in Sima Xian's Beschreibung, lediglich ein Mittel zum Zweck der Unsterblichkeit darstelle. Das galt auch für die europäische Alchemie. So erklärte der Oxford der Gelehrte Roger Bacon, ein früher Vorkämpfer wissenschaftlichen Experimentierens im Jahr 1267, dass die Medizin, wenn sie unedlere Metalle von aller Unreinheit und Verderbnis reinigen und in Silber und reines Gold verwandeln kann, nach Ansicht der Gelehrten in der Lage ist, die Verderbnis des menschlichen Körpers so weit zu beseitigen, dass sie das Leben um viele Menschenalter zu verlängern vermöchte. Schon in der Bezeichnung Alchemie spiegelt sich der geheimnisvolle Ursprung dieser Kunst. Wir haben das Wort vom arabischen Alchimia übernommen, denn die islamische Welt tat im Frühmittelalter am meisten, um diese Praxis lebendig zu erhalten. Doch die Araber hatten den Ausdruck ihrerseits vom griechischen Wort Chemeia abgeleitet und das bedeutete Kenner der ägyptischen Künste. Wie stets beim Streben nach Unsterblichkeit führen alle Wege zurück an den Nil. In China bildete die Alchemie zur Zeit des Ersten Kaisers einen wichtigen Bestandteil des damals vorherrschenden religiös-philosophischen Systems, des Taoismus. Dessen Anhänger entwickelten lebensverlängernde Techniken, die auch heute nach mehr als 2000 Jahren immer noch lebendig sind. Dazu gehören Meditation, Atemübungen, die sanfte Gymnastik des Tai Chi sowie der Genuss von Tees, Ginseng und vielen anderen Kräutern wie auch Mineralen. Einer der zentralen Texte des Taoismus, das Huangdi Neijing, das Buch des Gelben Kaisers zur inneren Medizin, ist bis heute die Hauptquelle der traditionellen chinesischen Medizin. Bis weit in die Renaissance hinein unterschied man in Europa nicht zwischen Chemie und Alchemie oder zwischen Wissenschaftler und Zauberer. Was wir als die strenge wissenschaftliche Methode kennen, die uns als Antithese zum Aberglauben erscheint, entstand erst langsam aus der alchemistischen Suche nach Unsterblichkeit. Viele große Gestalten in der Frühphase des wissenschaftlichen Zeitalters wie Robert Boyle und sogar Sir Isaac Newton waren stark von alchemistischen Vorstellungen durchdrungen. Während die neuen empirischen Methoden rasch immer größere Erfolge feierten, schwand der Glaube an die alte Weisheit und das Okkulte dahin. Wenn man der Natur ihre Geheimnisse entreißen konnte, dann durch die Erprobung neuer Theorien mithilfe methodisch gewonnener empirischer Daten, nicht durch die Entzifferung uralter Hieroglyphen. Doch obwohl Methoden und Kulturen sich weiterentwickelten, hat die Idee eines Elixiers überlebt. Sie hält zahllose Forscher in Arbeit und wird dazu benutzt, um uns vielerlei Dinge zu verkaufen, von Margarine bis hin zu Gesichtscreme. In ihrer modernen wissenschaftlichen Fassung hat diese Suche mit ihrer mystischen Vergangenheit auch einen wesentlichen Aspekt der Legende vom Elixier des Lebens aufgegeben, wonach dieser Trank nicht für jeden bestimmt sei. Wie der heilige Gral, dem gleichfalls die Fähigkeit zur Heilung und Auferstehung zugeschrieben wurde, so war auch das Elixier nur den Weisen und Tugendhaften zugänglich. Das ewige Leben musste man sich durch harte Arbeit und rechtes Handeln verdienen. So lautete gleichsam der Vertrag, denn genau diese Eigenschaften schützten die Zivilisation vor dem Rückfall in die Barbarei. In denselben Legenden, die Unsterblichkeit in den Kern fortgeschrittener Gesellschaften verlegten, gab es daher stets auch die Warnung, dass dies nichts für törichte oder schwächliche Geister sei. Wer will ewig leben? Die japanische Geschichte von Chufu endet nicht mit dessen Aufstieg auf die Gipfel des Fuji, denn als Wächter des Elixiers konnte er kaum erwarten, seinen Frieden ungestört zu genießen. Eines Tages beschloss ein reicher junger Müsiggänger namens Sentaro seinerseits das Elixier zu suchen. Er begab sich zu einem Schrein, der Chufu gewidmet war und betete. Am siebten Tag um Mitternacht erschien Chufu dem jungen Mann. Da er ihn für einen selbstverliebten Dummkopf hielt, beschloss er, ihn auf die Probe zu stellen. Er gab Sentaro einen winzigen, aus Papier gefertigten Kranich und erklärte ihm, der Vogel werde ihn ins Land des ewigen Lebens bringen. Als Sentaro den Kranich bestieg, wuchs dieser zu gewaltiger Größe, breitete die Flügel aus und erhob sich in die Luft. Sie flogen tausende Meilen über das Meer und landeten schließlich auf einer entlegenen Insel. Der Kranich faltete sich wieder zusammen, bis er wieder so klein war wie zuvor und flog dann in Sentaros Tasche hinein. Zur Verwunderung des jungen Mannes erklärten ihm die Bewohner der Insel, dass dort niemand sterbe und auch Krankheit vollkommen unbekannt sei. Welch ein Segen für sie, dachte er. Doch zu seiner noch größeren Verwunderung baten sie ihn um einen Hinweis, wie sie den Tod finden könnten. Sie seien ihres langen, langen Lebens müde. Sie hätten alle bekannten Gifte ausprobiert, aber vergeblich. Das Tödlichste dieser Gifte erfreue sich auf der Insel größter Beliebtheit, weil es das Haar ein wenig grau färbe und leichte Bauchschmerzen verursache. Der Tod aber sei ihnen versagt geblieben. Sentaro verstand nicht, weshalb diese Leute unglücklich waren. Er eröffnete ein kleines Geschäft und ließ sich auf der Zauberinsel nieder, um auf ewig dort zu leben. Doch nach 300 Jahren wurde auch er seines monotonen Lebens, der Unannehmlichkeiten seiner Arbeit und der Streitereien mit den Nachbarn überdrüssig. All das erschien ihm langweilig und sinnlos. Wie er Chufu einst gebeten hatte, ihn unsterblich zu machen, bat er ihn nun, ihn zurück ins Land der Sterblichen zu bringen. Sogleich kam der Papierkranich aus seiner Tasche hervor und entfaltete sich zu gewaltiger Größe. Sentaro stieg auf den Rücken des Vogels und sie flogen los. Doch unterwegs gerieten sie in einen fürchterlichen Sturm. Der Papierkranich zerknitterte und stürzte ins Meer. Als Sentaro sich verzweifelt bemühte, über Wasser zu bleiben, sah er einen großen Hai, der direkt auf ihn zukam und sein riesiges Maul aufsperrte. Sentaro schrie um Hilfe und betete zu Chufu, er möge ihn retten. Dann erwachte er. In dem kleinen Schrein, in dem ihm Chufu beim ersten Mal erschienen war. Das ganze Abenteuer war nur ein Traum gewesen, der ihm seine Torheit vor Augen führen sollte. Er hatte sich gewünscht, ewig zu leben, aber das war ihm langweilig erschienen. Er wünschte sich zurück in das Land der Sterblichen, hatte aber dennoch Angst vor dem Tod. Chufu sagte ihm, er solle zurück zu seinen Leuten gehen und lernen, ein tugendhaftes und nützliches Leben zu führen. Chufus Botschaft lautet, dass Unsterblichkeit nichts für Toren und Feiglinge ist. Die meisten von uns möchten ewig leben, um keine Angst vor dem Tod mehr haben zu müssen. Doch der Wunsch allein verleiht uns noch nicht die Fähigkeit, auch die Folgen zu tragen. Ewig fort lebendig zu sein. Es ist zweifelhaft, ob wir überhaupt ermessen können, was das bedeutet. Ewig ist nicht einfach nur eine lange Zeit. Es ist weit, weit mehr als das. Eine Million Jahre sind eine lange Zeit. Und eine Million Millionen Jahre sind noch länger. Doch wenn ich dieses Buch mit einer Million Nullen füllte und dann noch eine Million weitere Bücher derselben Art schriebe, wäre die Zahl, die so zustande käme, immer noch nicht einmal die Hälfte der Ewigkeit. Oder auch nur ein Millionstel davon. Denn solange wir auch lebten, so viele Millionen Jahre unser Leben auch währte, wäre das doch nur ein winziger Bruchteil der unendlichen Lebensspanne, die wir noch vor uns hätten. Ein unendlich winziger Bruchteil. Das ist eine furchterregende Aussicht. Wir alle sind wie der erste Kaiser oder der arme Sentaro von dem Wunsch getrieben, Unsterblichkeit zu erlangen, irgendwie die Gebrechlichkeit des Fleisches zu überwinden und einfach immer weiterzuleben. Dieser Drang erwächst aus der grenzenlosen Fantasie, unseren instinktiven Überlebenswillen in eine endlose Zukunft zu projizieren. Aber ist unsere einzigartige Vorstellungskraft auch groß genug, um uns begreifen zu lassen, was solch eine Ewigkeit wirklich wäre? Da kein Verstand das Unendliche zu erfassen vermag, ist hier jeder Versuch zum Scheitern verurteilt. Nach Unsterblichkeit zu suchen ist so, als müssten wir uns auf die Reise in ein gelobtes Land machen, in dem wir noch nie waren und aus dem noch niemand zurückgekehrt ist. Die Geschichte von Tjufu behauptet nicht, ewiges Leben sei schlecht. Der Magier genießt ja selbst die Unsterblichkeit der Weisen und lässt keineswegs erkennen, dass er dies bedauerte. Vielmehr problematisiert sie die Unsterblichkeit. Sie sagt, das ewige Leben sei möglicherweise nicht für jeden gut und nicht alle ewigen Leben seien gleich. Der Weise findet Erleuchtung und ewigen Frieden. Der Törichte sucht nach Zerstreuung in den Kreisläufen seines kleinen Lebens. Wenn wir nach dem Elixier suchen, dürfen wir nicht nur an das denken, was wir haben möchten, sondern müssen darüber nachdenken, was wir werden wollen. Die Schriftstellerin Susan Oertz schrieb einmal in einem ihrer Romane, Millionen sehnen sich nach Unsterblichkeit und wissen nicht einmal, was sie an einem regnerischen Sonntagnachmittag mit sich anfangen soll. Es ist ein bedeutsames Korrektiv für die nicht weiter hinterfragte Suche nach dem Elixier, auf die Tjufu sich einst begab. Viele Geschichten und Legenden gehen davon aus, dass mehr Leben etwas uneingeschränkt Gutes wäre. Doch in den meisten Kulturen und bei den meisten Menschen lässt sich auch eine leise Stimme hören, die fragt, aber welche Unsterblichkeit? Wo? Mit wem? Falls man uns jemals das Elixier anbietet, sollten wir diese Fragen besser stellen, bevor wir davon trinken. Es liegt auf der Hand, was wir gewinnen könnten, wenn wir von solch einem Trank kosteten. Zuerst und vor allem Freiheit von unserer Angst vor dem Tod, von der Todesfurcht in all ihren Verkleidungen. Die nach dem Elixier suchen, glauben meist, allein schon diese Befreiung von der Angst werde die Conditio Humana grundlegend verändern und unser Leben von einer Tragödie in eine Komödie verwandeln. In ihren Augen gleicht das Leben in der Gewissheit des Todes dem Versuch, die Fahrt auf einer Straße zu genießen, von der man weiß, dass sie direkt auf einen steilen Abhang zuführt, während das Elixier bewirken könnte, dass wir eine Wendemöglichkeit finden, die es uns ermöglicht, stattdessen endlos über sanfte Hügel zu fahren. Wenn uns das Leben wertvoll erscheint, ist es nur natürlich zu glauben, mehr davon müsse gut sein. Das Leben ist die Voraussetzung für alles Weitere. Nur lebend können wir irgendein Glück empfinden. Und als Unsterbliche hätten wir alle Zeit der Welt, neue Fähigkeiten zu entwickeln, alle Kulturen und jede Ecke der Welt zu erkunden und alles zu werden, was wir nur werden können und wovon wir nur zu träumen vermögen. Wir könnten im spirituellen Sinne zu uns finden. Neue Möglichkeiten entdecken, unseren Gott zu ehren und selbst gottähnlich werden. Wir könnten neue Galaxien erforschen oder einfach nur das Zusammensein mit unseren Lieben genießen, ohne Angst haben zu müssen, dass sie von uns oder wir von ihnen gerissen werden. Zumindest in der Theorie. All das hängt jedoch davon ab, wer wir sind und von den Umständen, unter denen wir den Tod überwinden. Centaro empfand sein Leben nach wenigen hundert Jahren als langweilig. Aber er führte das Leben eines biederen Ladenbesitzers auf einer kleinen Insel. In unserer modernen Kultur, die an die Unvermeidlichkeit des Fortschritts glaubt, erwarten wir, dass uns eine Verlängerung des Lebens den Nervenkitzel des Neuen bringen wird. Wir erwarten, dass wir aufregende und dramatische Veränderungen erleben werden. Wer wüsste, angesichts der immer schnelleren technologischen Entwicklung zu sagen, wie unsere Zivilisation in hundert, tausend oder hunderttausend Jahren aussehen wird. Und wer möchte dann nicht noch da sein, um das zu erleben? Centaro lebte außerdem fern von seiner Familie und seinen Freunden. Alle Menschen, die man kennt und liebt und selbst noch die eigenen Kinder zu überleben, könnte leicht als Fluch empfunden werden. In dieser Situation befindet sich die Heldin in Karel Czapek's Theaterstück »Die Sache Makropoulos« von 1922, denn nur sie allein kannte das Geheimnis des Elixiers des Lebens. Und wie Centaro nach dreihundert Jahren hat auch sie genug davon. Nichts interessiert sie mehr. Sie hat alle Leidenschaft verloren. Die Männer, die sie einst liebte, sind gealtert und gestorben, und die Jungen, die an ihre Stelle traten, erscheinen ihr töricht. Selbst über die Langeweile ist sie hinaus. In Visionen wie der von Czapek ist der Unsterbliche ein Außenseiter, der von den Sterblichen beneidet und verabscheut und missverstanden wird. Doch wir brauchen uns gar nicht solch ein einsames Dasein vorzustellen. Viele von denen, die auf ein ewiges Leben hoffen oder es erwarten, vertrauen darauf, dass genügend Elixier für alle da sein wird, oder zumindest für alle, die sie lieben. Eine Gesellschaft aus lauter Unsterblichen müsste natürlich ganz anders aussehen als die unsere. Die zwischenmenschlichen Beziehungen und vor allem die Ehe müssten entsprechend angepasst werden. Studium, Arbeit und Ruhestand hätten eine ganz andere Bedeutung. Doch die Menschen sind anpassungsfähig. Schon jetzt halten wir unsere historisch außergewöhnlich lange Lebenserwartung für vollkommen selbstverständlich. Und innerhalb einer einzigen Generation haben wir uns so sehr an die revolutionären Technologien des Internets und der mobilen Kommunikationen gewöhnt, dass wir uns ein Leben ohne sie kaum noch vorstellen können. Die, die nach einem modernen Elixier suchen – und wie wir im nächsten Kapitel sehen werden, gibt es viele davon – sind deshalb zuversichtlich, dass wir mit der Unsterblichkeit fertig werden können. Durch das endlose Hinausschieben des Todes mögen wir einiges gewinnen. Aber wir sollten uns das Preisschild schon genau anschauen. Wir haben den Drang, nach einem endlosen Leben zu streben, aber nicht zu prüfen, wohin uns dieser Drang führt. In den folgenden Kapiteln werden wir Kosten und Nutzen im Kontext der vier Unsterblichkeitserzählungen untersuchen und fragen, ob sie die Art von Ewigkeit versprechen, die wir uns wünschen mögen. Das Quecksilbermeer Der erste Kaiser zweifelte nicht daran, dass Unsterblichkeit erstrebenswert sei. Auf ewig sein Reich zu beherrschen, erschien ihm als lohnenswertes Ziel. Als wir ihn verließen, wartete er am Strand mit der Armbrust in der Hand auf den Meeresdämon, der zwischen ihm und dem ewigen Leben stand. Doch alles, was ihm gelang, waren ein paar Schüsse auf einige Haie, die ihm seine Seeleute zutrieben. Der Dämon selbst wich ihm offenbar aus. Als er 210 v. Chr. in seine Hauptstadt zurückkehrte, erkrankte er schwer und starb im Alter von nur 49 Jahren. Doch während der erste Kaiser unappetitliche Gebräue schluckte und Expeditionen auf die Suche nach dem wahren Elixier schickte, arbeitete er mit großem Eifer an einem Plan B. Viele Jahre lang bauten 700.000 Zwangsarbeiter, meist Menschen, die seinem drakonischen Rechtssystem zum Opfer gefallen waren, an einem Komplex, der einmal sein Grabmal werden sollte. Nach zeitgenössischen Quellen wurde das gesamte Reich unterirdisch in Bronze nachgebildet, wobei die großen chinesischen Flüsse durch Quecksilber repräsentiert wurden, das sich unermüdlich in ein Quecksilbermeer ergoss und durch magische Mechanismen ständig erneuert wurde. Darüber waren die himmlischen Konstellationen dargestellt, in denen die Stellung des Kaisers als Herrscher über den Kosmos ihren Ausdruck fand. All das wurde bewacht von automatischen Armbrüsten, die jeden erschießen sollten, der sich der Anlage näherte. Der Nachfolger des ersten Kaisers, ein jüngerer Sohn, der nur kurz regieren sollte, gab die Anordnung, dass alle Konkubinen seines Vaters, die keine Söhne geboren hatten, getötet und gemeinsam mit ihrem Herrn bestattet werden sollten. Ihnen folgten auch die Handwerker, die an den Sicherungseinrichtungen des Grabmals gearbeitet hatten und daher den Zugang zu den Schätzen kannten. Die Zahl der Getöteten war gewaltig, heißt es in den Aufzeichnungen. Sie alle wurden gemeinsam mit ihrem König begraben. Anschließend versiegelte man das Grab, häufte Erde darüber und pflanzte Bäume darauf, damit es wie ein gewöhnlicher Hügel aussah. Beim Bau seines Grabmals folgte der Kaiser der Tradition, doch die Größe der Anlage suchte ihresgleichen. Wir wissen nicht, ob er glaubte, in der Nachbildung seines Reiches weiterleben zu können. Doch seine Worte und Taten zeigen eindeutig, dass es ihm in allererster Linie darum ging, dem physischen Tod zu entgehen, indem er die Regeln der taoistischen Praxis befolgte. Aber für jeden, der den Weg des Weiterlebens geht, ist es nur klug, einen Plan B zu haben. Und wie wir am Beispiel des alten Ägypten gesehen haben, ist das Nebeneinander mehrerer Unsterblichkeitserzählungen den Kulturen durchaus nicht fremd. Wie es den Geistern der Verstorbenen ergeht, hängt nach den chinesischen Überlieferungen in beträchtlichem Maße von der korrekten Bestattung und der richtigen Ausführung der Rituale ab. Der Erste Kaiser stellte dies sicher. Jahrhundertelang galten die extravaganten Berichte über diese riesige Grabanlage als apokryph. Der Hügel, unter dem das Grab lag, war den Einheimischen durchaus bekannt, doch Aberglaube und Legenden über tödliche Fallen hielten sie davon fern. 1974 schließlich hoben ein paar Bauern gut anderthalb Kilometer von dem Hügel entfernt einen Graben aus. Zu ihrer Überraschung brachen sie dabei zu einer unterirdischen Kammer durch, aus der ihnen ein Chin-Soldat entgegenblickte. Dieser Soldat bestand aus Terracotta und bis heute hat man 8000 seiner Kameraden gefunden. Alle in Lebensgröße, fein modelliert und ebenso individuell wie ihre lebenden Modelle. Die Terracotta-Armee, wie man sie heute nennt, gehört zu den sensationellsten Funden des letzten Jahrhunderts und viele stellen sie auf eine Stufe mit den Wunderwerken der antiken Welt. Noch wunderbarer dürfte jedoch die Tatsache sein, dass diese große Armee nur einen winzigen Bruchteil der riesigen Grabanlage darstellt. Einen Bruchteil, den zeitgenössische Quellen nicht einmal für erwähnenswert hielten im Vergleich zu den übrigen Kostbarkeiten. Die Anlage erstreckt sich über die gewaltige Fläche von 56 Quadratkilometern und umfasst Gruben mit Terracotta, Beamten, Akrobaten, Streitwagen und sogar einer Menagerie. Die Armee bewacht den Zugang in der gut sechs Kilometer langen äußeren Mauer der Grabanlage. Die Ausgrabungen werden in den kommenden Jahrzehnten wahrscheinlich noch weitere Schätze zutage fördern. Das eigentliche Grab ist noch gar nicht geöffnet worden, weil man befürchtet, dessen Inhalt nicht sachgerecht konservieren zu können. Doch vorläufige Bodenuntersuchungen ergaben ungewöhnlich hohe Quecksilberwerte, was den Schluss nahelegen könnte, dass der alte Bericht über ein Quecksilbermeer zutrifft. Aber wie kam es, dass der erste Kaiser, der die besten Ärzte der Zeit hatte und strenge Regeln für ein möglichst langes Leben befolgte, überhaupt in relativ jungen Jahren starb? Die Magier und Ärzte am Hof sahen die Schuld bei der gewaltigen Arbeitsbelastung des Kaisers. Selbst auf Reisen ruhte er nicht bisher gut 30 Kilogramm Staatsdokumente pro Tag durchgearbeitet hatte. Dieser Kontrollwahn vereitelte in ihren Augen die Wirkung ihrer medizinischen Präparate. Im Rückblick stellen sich die Dinge etwas anders dar. Aus nahezu zeitgenössischen Quellen kennen wir viele der Ingredienzien, die von den Ärzten und Magiern zur Herstellung ihrer Elixiere benutzt wurden. Zu den wichtigsten Zutaten gehörten, sofern man sie sich leisten konnte, unvergängliche Elemente wie Gold, Quecksilber und Jade. Weitere Bestandteile waren Schwefel, Blei und Orpiment, eine Arsenverbindung mit auffällig goldener Farbe. Die Dosis an Vitaminen und Mineralen, die der Erste Kaiser täglich aufnahm, dürfte daher zu einer Quecksilber, Blei oder Arsenvergiftung geführt haben oder möglicherweise zu allen Dreien. Die Symptome hätten von Kopf- und Magenschmerzen, Schweißausbrüchen und Krampfanfällen bis hin zu Schlaflosigkeit, Reizbarkeit und Verfolgungswahn gereicht. Und all diese Symptome fanden sich beim Ersten Kaiser im Übermaß. Wie es scheint, gelang es seinem Leibarzt nur einmal, das Leben seines Patienten zu verlängern. Und das war, als er den Dolch des Jan-Attentäters mit seiner Tasche abwehrte. Entgegen seinen Versprechungen erwiesen sich seine Arzneien als Elixiere der Sterblichkeit. Gerade die Bemühungen des Kaisers, am Leben zu bleiben, kosteten ihn schließlich das Leben. Es sollte noch 2000 Jahre dauern, bis man die Suche nach dem Elixier des Lebens auf sichere wissenschaftliche Grundlagen stellte. Viele glauben, heute zeichnete sich zum ersten Mal in der Geschichte wirklich die Aussicht ab, dass wir Alter und Krankheit überwinden könnten. Unsere Chancen, grenzenlos weiterzuleben, standen noch nie so gut. Der Mann, der dafür verantwortlich ist, opferte dafür seine mit zwei Nobelpreisen ausgezeichnete Karriere, prägte aber dennoch zutiefst unsere dem Gesundheitswahn verfallene Zeit. Ihm wollen wir uns nun zuwenden. Drittes Kapitel Vitaminkur Chemotherapie, indem er die These vertrat, mit sehr großen Vitamingaben, könne man die gefürchtetste Krankheit der westlichen Welt verlangsamen, zum Stillstand bringen oder sogar heilen. Und Everhellen war seine Frau. Nun hatte man Magenkrebs bei ihr diagnostiziert. Das Schicksal forderte ihn heraus, seine Theorien zu testen. Everhellen lehnte eine Chemotherapie ab und erhöhte auf Anraten ihres Mannes die Aufnahme von Vitamin C. Sowohl die wissenschaftlichen Zeitschriften als auch die Presse waren über Paulings Ansichten hergezogen. Er war einmal ein Star der amerikanischen Naturwissenschaften gewesen. Aber als seine Thesen über die Vorzüge der Vitamine immer wilder wurden und er sogar behauptete, sie könnten Krebs verhindern und uns helfen, 150 Jahre alt zu werden, fand er sich zunehmend isoliert. Seine wissenschaftlichen Aufsätze zu diesem Thema wurden von den Fachzeitschriften abgelehnt, man gewährte ihm keine Laborräume mehr und die Medien verspotteten ihn als einen senilen alten Mann. Pauling erweiterte die Diät seiner Frau um frisches Obst und Gemüse. Er gab ihr Tomaten- und Karottensaft zu trinken. Ihre Blutungen verschlimmerten sich und sie benötigte immer mehr Bluttransfusionen. Doch er war der festen Überzeugung, dass die gewaltigen Vitamingaben ein Wunder wirken würden. Das mussten sie auch, denn sein ganzes privates und berufliches Leben, seine ganze Welt stand auf dem Spiel. Mit seiner enormen Energie und seinem scharfen Verstand hatte Linus Pauling Pauling Jahrhundert mit geprägt, das sein Leben umspannte. Von der Quantenmechanik bis hin zur atomaren Abrüstung, von der Genetik bis zur Ernährung gehörte er zu den Vorreitern der Entwicklungen, die unsere heutige Welt geprägt haben. Doch sein Leben war von ständigem Streit gekennzeichnet und endete mit dem in aller Öffentlichkeit vorgetragenen Vorwurf, er sei ein wunderlicher Kauz. Als Junge sah er seinem Vater bei der Arbeit zu, der in Portland, Oregon eine Apotheke betrieb. Herman Pauling, der aus Freiburg im Breisgau eingewandert war, sprach seinen Salben und Tinkturen außergewöhnliche Fähigkeiten zu. Er behauptete, damit fast jede Krankheit heilen und selbst dem Altern Einhalt gebieten zu können. Doch der Pharmazeut vermochte sich selbst nicht zu heilen. 1910 brach Linus Paulings Vater in seinem Laden zusammen und starb wenige Stunden später an einem durchgebrochenen Magengeschwür. Aber er hatte lange genug gelebt, um seinen Glauben an die Heilungsfähigkeit der Naturwissenschaft an seinen Sohn weiterzugeben. Mit 29 Jahren war Linus Pauling ordentlicher Professor am gerade erst gegründeten California Institute of Technology Caltech. Er besaß einen außergewöhnlichen wissenschaftlichen Instinkt, den er nacheinander in mehreren Fachgebieten einsetzte und überall steuerte er revolutionäre Erkenntnisse bei, mit denen er sich an die Spitze der betreffenden Forschungsgebiete setzte. Dieses Talent brachte ihm zunächst den Nobelpreis für Chemie ein, bevor er sich dem weniger gut geordneten Fachgebiet der Biologie zuwandte. Er glaubte leidenschaftlich, dass beiden Fachgebieten dieselben Gesetze zugrunde lägen und das bewies er, als er entdeckte, dass die tödliche Sichelzellenanämie durch eine winzige Abnormität in einem einzigen entscheidenden Protein verursacht wird. Eine Entdeckung, die zur Gründung der heute florierenden Molekularbiologie beitrug. Aber im Jahr 1966, als sein Ansehen seinen Höhepunkt erreichte und die meisten anderen sich auf einen angenehmen Ruhestand vorbereitet hätten, kam ihm eine Erleuchtung. Bei einem Vortrag in New York bemerkte er nebenher, er hoffe noch 15 oder 20 Jahre zu leben, um die weiteren Entwicklungen in Wissenschaft und Gesellschaft noch erleben zu können. Einige Tage später erhielt er einen Brief von einem Kollegen, dem Biochemiker Irwin Stone, der sich unter den Zuhörern befunden hatte. Stone versprach Pauling, er könne durchaus noch so lange leben, wenn er Vitamin C in großen Dosen zu sich nähme. Pauling zog die wissenschaftliche Literatur zurate und gelangte rasch zu dem Schluss, die Vitamine seien die chemischen Verbindungen, nach denen er wie sein Vater vor ihm gesucht hatte, die magischen Moleküle, die dem Körper helfen konnten, Krankheiten abzuwehren und sogar den Alterungsprozess anzuhalten, die wahren Elixiere des Lebens. Nun begann er einen Kreuzzug für die hochdosierte Einnahme von Vitaminen, der die nächsten 25 Jahre seines langen Lebens beherrschte und unser Verständnis der Medizin und der Ernährung verändern sollte. Er erblickte darin die Krönung seines Lebenswerks, die Nutzung wissenschaftlicher Entdeckungen, um den Menschen Gesundheit und ein langes Leben zu schenken. Doch der Rest des wissenschaftlichen Establishments teilte seine Begeisterung nicht und sah darin nur eine Marotte. 1976 schrieb der Herausgeber einer angesehenen medizinischen Fachzeitschrift, die Öffentlichkeit verliere das Vertrauen zu den Wissenschaftlern, weil man nicht mehr davon ausgehen könne, dass sie ihre empirischen Belege vollständig offenlegten. Und das tragischste Beispiel dafür sei Linus Pauling. Als seine Frau die Diagnose Magenkrebs im Endstadium erhielt, war dies seine Chance, den Kritikern zu beweisen, dass sie sich irrten. Technische Wege zur Unsterblichkeit Der erste unserer vier Wege zur Unsterblichkeit, Weiterleben, wird heute ebenso weithin verfolgt wie zu Zeiten des Ersten Kaisers. Tatsächlich bildet er das Fundament der heutigen westlichen Gesellschaft mit ihrem Glauben an Wissenschaft und Fortschritt. In diesem Kapitel werden wir fragen, ob diese mächtige Unsterblichkeitserzählung ihr extravagantes Versprechen einzulösen vermag. Wie wir gesehen haben, vermitteln Zivilisationen von jeher die Hoffnung, den Tod zu besiegen. Tatsächlich bringen gerade die für fortgeschrittene Gesellschaften charakteristischen Innovationen Verbesserungen für die Conditio Humana, die vielen Menschen die Möglichkeit bieten, sehr viel länger zu leben, wenn auch nicht ewig. Doch ganz allgemein gesagt versuchten frühe Zivilisationen in erster Linie die erreichten Vorzüge zu bewahren, sich gegen die Übergriffe der Barbaren zu wehren und einen Rückfall ins Chaos zu verhindern. Diese Tatsache spiegelt sich auch in der Form ihrer Unsterblichkeitserzählungen. Sie blicken zurück auf ihre Gründerväter, etwa auf Hu Fu oder Huang Di, den Gelben Kaiser, von denen man annahm, sie hätten das Elixier des Lebens bereits gefunden. Ihr Ziel war es, vergangene Größe zu bewahren oder wiederzufinden. Die europäische Aufklärung des 18. Jahrhunderts mit ihrem neuen Glauben an die Vernunft veränderte all das. Zu dieser Zeit entstand die moderne wissenschaftliche Methode, die Erkenntnisse versprach, von denen man bis dahin nicht einmal zu träumen gewagt hatte. Ihre Anhänger begannen zu hoffen, sie könnten die Leistungen der Vergangenheit übertreffen. Das wahre Utopia liege nicht in einem längst vergangenen, goldenen Zeitalter, sondern noch vor uns. Die wissenschaftliche Version der Weiterleben-Erzählung sucht ihre Inspiration daher in der Zukunft und glaubt, dort sei der Berg der Unsterblichen zu finden und der Weg dorthin heiße Fortschritt. Zivilisation ist erfolgreich, weil sie die Probleme, vor denen die Menschen stehen, zerlegt und durch den Einsatz spezialisierter Werkzeuge und erlernter Fertigkeiten löst. So löst die Landwirtschaft das Problem des Hungers, die Medizin, das der Krankheit. Wir können Fortschritt in dieser Weise verstehen, als Zerlegung zivilisatorischer Probleme in immer kleinere Teile, sodass es möglich wird, immer bessere und speziellere Lösungen zu finden. Einst lebten wir in Hütten, heute haben wir in der entwickelten Welt feste Häuser mit Klimaanlage und Zentralheizung, getrennte Räume für Waschen und Kochen, ein entsprechend komplexes Eigentumsrecht, Baurecht und so weiter. Während man das Problem des Obdachs in einfacheren Gesellschaften durch ein elementares Dach über dem Kopf löste, dienen Häuser in entwickelten Ländern heute zahllosen speziellen Bedürfnissen und Eventualitäten. In den letzten Jahrhunderten hat diese Form von Fortschritt durch Wissenschaft und Technik neue Höhen erreicht. Die Wissenschaft schreitet voran, indem sie die Welt systematisch immer weiter zergliedert, um die Gesetze der Natur möglichst vollständig zu ergründen. Und die Technik wendet, sehr allgemein gesagt, das neu gewonnene Wissen an, um unsere Probleme zu lösen. Das Ergebnis sind neue Verkehrs- und Kommunikationsmittel, Medikamente und Prothesen, der ganze Luxus und alle Vorzüge der modernen Welt. Der materielle Fortschritt besteht aus diesen immer spezielleren technischen Lösungen, die immer speziellere Probleme lösen. Doch hinter all den Problemen, die wir zu lösen versuchen, hinter Krankheit, Hunger, Kälte, lauert auf die eine oder andere Weise der Tod. Der moderne wissenschaftliche Lösungsansatz für das Problem des Todes besteht darin, dass man es in immer spezifischere Elemente zerlegt, die man sich nacheinander vornimmt. Diese schrittweise verfahrende Problemlösungsstrategie ist charakteristisch für die moderne Erzählung erfolgreichen Weiterlebens. Ich werde sie den technischen Ansatz zur Lösung des Unsterblichkeitsproblems nennen. Sie bietet uns eine Geschichte, die wir uns selbst erzählen können, um die Angst vor der Sterblichkeit zu besänftigen und ist zugleich eine echte Innovationsquelle, die tatsächlich die Lebenserwartung verlängert. Der technische Ansatz beginnt mit einer Erkenntnis, die Linus Pauling sehr klar zusammenfasste. Das Leben ist eine Beziehung zwischen Molekülen. Pauling war der festen Überzeugung, dass die Menschen und andere Lebewesen aus genau demselben Stoff bestehen wie Steine, Meer und Sand und dass sie denselben Gesetzen gehorchen. Das ist heute die in der wissenschaftlichen Gemeinschaft anerkannte Auffassung. Doch als Pauling sie 1962 zum Ausdruck brachte, war sie erst wenige Jahrhunderte alt und immer noch umstritten. Die große Mehrzahl der traditionellen Glaubenssysteme und Religionen ist der Ansicht, dass Leben bedürfe zu seiner Entzündung eines lebensspendenden Funkens. Gewöhnlich ist dieser magische Stoff ein Geschenk Gottes oder der Götter. Er wird oft mit der Seele oder dem Geist gleichgesetzt, wie beim ägyptischen K. Und er stellt ein absolutes Unterscheidungsmerkmal dar, das Lebendiges von Nichtlebendigem, Menschen von Ton, Vögel von Stein trennt. Doch die philosophischen Vorkämpfer und frühen Wissenschaftler der Aufklärung stellten diese Auffassung in Frage und behaupteten, das Lebendige sei ein natürliches Phänomen, das denselben Gesetzen unterworfen sei wie alle Materie. Und sie waren der Ansicht, dass man diese Gesetze durch sorgfältige Forschung verstehen könne. Für die Gründer der wissenschaftlichen Methode von René Descartes bis Nicolas de Condorcet war der menschliche Körper eine Maschine. Und wie ein guter Uhrmacher eine Uhr immer wieder reparieren könne, sodass sie perfekt funktionierte, so könnten auch die Ärzte eines Tages dafür sorgen, dass der Mensch grenzenlos funktionsfähig bliebe. Als Condorcet im späten 18. Jahrhundert schrieb, galt dieser Zusammenhang zwischen Wissenschaft, Fortschritt und grenzenloser Lebensverlängerung als gesichert. Wenn wir die Instrumente der Vernunft einsetzen, so erklärte er, müssen wir glauben, dass die durchschnittliche Lebensdauer der Menschen endlos zunehmen wird. Hätte Condorcet, der in den Wirren der französischen Revolution ums Leben kam, länger gelebt, wäre er Zeuge des von ihm beschriebenen Fortschritts geworden. Damals lag die Lebenserwartung in Frankreich, wie fast überall in der Welt, bei 30 Jahren. Diese Menschen, unsere Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Großeltern, lebten in einer Welt der glanzvollen Städte und des Schießpulvers, aber ihre Lebenserwartung war kaum länger als die der Höhlenmenschen. Ende des 19. Jahrhunderts hatte die Lebenserwartung den bedeutsamen Sprung auf mehr als 40 Jahre geschafft, da man die wissenschaftliche Methode auf Probleme wie die öffentliche Hygiene und die medizinische Praxis anzuwenden begann. Doch dann kam der große Durchbruch. Nur wenige Generationen später, Ende des 20. Jahrhunderts, konnte ein in Frankreich geborenes Kind wie in fast der gesamten westlichen Welt hoffen, mehr als 80 Jahre alt zu werden. Das heißt, innerhalb eines einzigen Jahrhunderts verdoppelte sich die Lebenserwartung. Das ist eine der außergewöhnlichsten Errungenschaften der Menschheitsgeschichte, ohne die höchstwahrscheinlich weder ich noch sie da wären. Eine Vielzahl von Entdeckungen kam zusammen, um diesen Sprung zu ermöglichen. Eine der wichtigsten war die Erkenntnis, dass Infektionskrankheiten von Mikroben verursacht werden, von winzigen Organismen, die sich über kontaminiertes Wasser oder Körperflüssigkeiten ausbreiten können. Diese Entdeckung führte zur Entwicklung der ersten Impfstoffe sowie zu gewaltigen Kanalisationsbauprojekten, mit denen man die stinkenden Städte der gerade erst industrialisierten Welt säuberte. In Verbindung mit der 1928 gelungenen Entdeckung des Antibiotikums Penicillin zwang man so die Infektionskrankheiten zu einem raschen Rückzug. Keuchhusten, Masern, Diphtherie und Scharlach forderten 1901 in England insgesamt 34.000 Menschenleben, 2001 dagegen kein einziges mehr. Das heißt, wir heute Lebenden haben tatsächlich großes Glück. Wer in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in einem entwickelten Land geboren wurde, hat große Chancen, bis weit ins Rentenalter hinein zu leben. Eine Situation, die in der langen Geschichte unserer Spezies gänzlich unbekannt war. Es war die erste Revolution der Langlebigkeit, die erste wirkliche Revolution in den Bemühungen der Menschheit, die natürlichen Grenzen des Menschenlebens zu überschreiten und länger zu leben. Nach vielen tausend Jahren vergeblicher Versuche ist es den letzten Generationen endlich gelungen, bei der Zähmung der Sterblichkeit messbare Fortschritte zu machen. Kein Wunder also, dass die Erzählung, die uns verspricht, wir könnten die Unsterblichkeit auf technischem Wege erreichen, so überragende Bedeutung besitzt, hat sie doch bereits zu sehr realen Ergebnissen geführt. Der Glaube, der Tod sei nur eine Reihe lösbarer Probleme, ist ein großer Motivator. Er ermuntert zu genau der Art von Forschung und Entwicklung, die zu Fortschritten führt und unsere Zivilisation voranbringt. Heute erleben wir jede Woche Durchbrüche im Verständnis des Krebses, der Herzerkrankungen und zahlloser anderer Krankheiten. Dieser Fortschritt ist real und verlängert Leben. Und immer wenn wir von neuen Entdeckungen lesen, erneuert sich das Versprechen, Altern und Krankheit eines Tages gänzlich eliminieren zu können und gewinnt ständig an Glaubwürdigkeit. Der technische Ansatz scheint zu funktionieren. Übermenschlich Die moderne Version der Erzählung des Weiterlebens funktioniert, weil sie sich auf die Details konzentriert, weil sie die Probleme zerlegt und analysiert. Doch abgesehen davon, dass dieser Ansatz tatsächlich einige Probleme löst, besitzt er noch einen weiteren Vorzug. Er lenkt uns auch wunderbar vom ersten Teil des Sterblichkeitsparadonsons ab, dem Wissen, dass wir sterben werden. Dank der Zerlegung des Sterblichkeitsproblems in zahllose kleine Probleme stehen wir alle am Ende mit einer langen Aufgabenliste da, deren Abarbeitung uns beschäftigt hält und die uns gleichzeitig die Illusion vermittelt, Sterblichkeit sei etwas, woran wir etwas ändern könnten. Sie liege in unseren Händen. Der österreichische Philosoph Ivan Illich spricht hier von einer Medikalisierung des alltäglichen Lebens. Und der Soziologe Sigmund Bauman sieht darin die wichtigste Strategie der Moderne zur Unterdrückung der Angst vor dem Tod. Nach den Grundsätzen des technischen Ansatzes zerlegen wir den Tod in seine individuellen Äußerungsformen, von Salmonellen bis hin zu Verkehrsunfällen, und reden uns ein, sie alle seien individuell vermeidbar, wenn wir nur die richtigen Vorkehrungen treffen. Sich in Form halten, Sport treiben, ausgewogen essen, mehr Ballaststoffe, weniger Fett zu sich nehmen, Raucher meiden oder die Verunreinigung des Trinkwassers bekämpfen. All das sind bewältigbare Aufgaben, schreibt Bauman. Solche, die sich durchführen lassen und die das nicht handhabbare Problem des Todes in eine Reihe äußerst handlicher Probleme umformulieren. Und wenn wir solche Vorkehrungen treffen, wenn wir nicht rauchen und uns fit halten, können wir es vermeiden, uns der, wie Bauman es nennt, großen metaphysischen Nutzlosigkeit all dieser Dinge stellen zu müssen. Das eigentliche Ziel dieser Strategie wird meist gar nicht genannt. Das Versprechen der Unsterblichkeit ist in der Kontrollillusion und in der Herabstufung des Todes enthalten, genähert vom ständigen Strom neuer Therapien und anderer Innovationen, von denen die Presse berichtet. Unsere stetig verlängerte Aufgabenliste zur Vermeidung des Todes lenkt uns erfolgreich davon ab, allzu viel über die realen Aussichten des technischen Ansatzes nachzudenken. Nur gelegentlich dringt das darin enthaltene Versprechen an die Oberfläche, wenn die Medien wieder einmal verkünden, die Wissenschaft stehe kurz vor der Entdeckung des Lebenselixiers. Doch alle Bewegungen dieser Art brauchen ihre Propheten und Rattenfänger, die den Glauben erneuern und die Massen inspirieren, und diese Version der Weiterleben-Erzählung findet immer mehr Anhänger. Deren glühendste Verfechter behaupten nicht nur, dass medizinische Unsterblichkeit, also die Freiheit von Altern und Tod, theoretisch möglich, sondern auch zu unseren Lebzeiten erreichbar sei. Eine prominente Gruppe trägt den Namen Transhumanisten, weil sie glauben, dass wir in unserer Evolution gegenwärtig in eine Übergangsphase eintreten und uns von bloßen Menschen zu etwas weit Höherem entwickeln, zu posthumanen Unsterblichen. Die Transhumanisten sind eine Mischung aus Technikern und Ethikern, Unternehmern und ansonsten ganz normalen Menschen. Sie führen Experimente durch, schreiben Pamphlete und umwerben Regierungen, um ihre Vision Wirklichkeit werden zu lassen. Denn die wahren Anhänger des technischen Ansatzes glauben nicht nur, dass eine radikale Lebensverlängerung möglich ist, sie halten dies auch für unsere moralische Verpflichtung. Sie verweisen darauf, dass weltweit täglich etwa 150.000 Menschen sterben und 100.000 davon an altersbedingten Krankheiten. Das heißt, innerhalb von zwei Tagen sterben ebenso viele Menschen wie 2004 dem Tsunami im Indischen Ozean oder 2010 dem Erdbeben in Haiti zum Opfer fielen. Wenn es zu solchen Tragödien kommt, vereint die Welt ihre Ressourcen, um sicherzustellen, dass es nie wieder zu einem so großen Verlust an Menschenleben kommt. Aber wir nehmen es hin, dass täglich 100.000 Menschen an Alterskrankheiten sterben. Das müssen wir ändern, meinen die Transhumanisten. Wenn wir es für richtig halten, Menschenleben zu retten, sollten wir alles in unseren Kräften Stehende tun, um das Leben der Menschen zu retten, die unter Alter und Krankheit leiden. Den Transhumanisten ist durchaus bewusst, dass dies eine gewaltige Aufgabe ist. Die Ursachen für das Altern sind bislang nicht vollständig verstanden. Mit großer Wahrscheinlichkeit handelt es sich nicht um einen einzigen Prozess, sondern eine ganze Reihe von Fehlfunktionen und akkumulierten Schädigungen. Weil der Vorgang so komplex ist, werden wir in der nächsten Zukunft keine einfache Pille erfinden, die dem Altern Einhalt gebietet. Doch viele der Menschen, die von einem Sieg über den Tod träumen, fühlen bereits jetzt, dass die Zeit ihnen davonläuft. Sie wissen, dass sie nicht ewig auf eine zukünftige Behandlungsmethode warten können. Sie glauben jedoch auch, dass dies glücklicherweise nicht nötig sei. Das ist das Schöne am technischen Ansatz. Wir brauchen den Krieg nicht mit einem Schlag zu gewinnen. In den entwickelten Ländern hat sich die Lebenserwartung im 20. Jahrhundert schon um 40 Jahre verlängert. Vielleicht wird uns, so hoffen Sie, die nächste Welle an Durchbrüchen weitere 40 Jahre schenken. In dieser Zeit könnten wir Technologien entwickeln, die unsere Lebenserwartung nochmals um Jahrzehnte verlängern. Und in diesen Jahrzehnten könnten dann die Durchbrüche erfolgen, die uns ein ganzes Jahrhundert länger leben lassen. Und so weiter. Bis die Entdeckung gemacht ist, die uns medizinische Unsterblichkeit verleiht. Das meinen die optimistischen Transhumanisten, wenn sie sagen, man werde lange genug leben, um ewig zu leben. Die Transhumanisten verfolgen mehrere Strategien, mit denen sie die Probleme der Sterblichkeit in handhabbare Teile zerlegen wollen. Einer ihrer prominenten Vertreter, der Gerontologe Aubrey de Grey, behauptet, es gebe genau sieben Probleme, die gelöst werden müssten und könnten, damit Menschen auf ewig jung blieben. Ein paradigmatisches Beispiel für den technischen Ansatz zur Unsterblichkeit. Wie die meisten auf seinem Fachgebiet verweist Grey auf Technologien, die heute noch in den Kinderschuhen stecken. Aber gewaltige Zukunftsaussichten bieten. Vor allem Gentechnik, Stammzellenforschung und Nanomedizin. Die Gentechnik soll uns in die Lage versetzen, die Betriebsanleitung unseres Körpers umzuschreiben, sodass viele heute tödliche Krankheiten gar nicht erst entstehen. Die Stammzellen, aus denen sich alle Gewebearten von Haut bis hin zu Neuronen entwickeln können, bergen das Versprechen, gesundes Gewebe züchten zu können, durch das sich krankes oder abgenutztes Gewebe und sogar ganze Organe ersetzen lassen. Und die Nanotechnologie, die auf der Ebene der Atome oder Moleküle arbeitet, gibt Anlass zu der Hoffnung, den Körper von innen mit Hilfe von Milliarden winziger zielgerichteter Maschinen reparieren zu können. Mit diesen Technologien, wo alle mit der Gentechnik, erzielt man heute schon reale Ergebnisse. Ihr stetiger Fortschritt belegt die gewaltige kreative Bedeutung des technischen Ansatzes für die Weiterlebenerzählung. Wie eine sich selbsterfüllende Prophezeiung trägt der Glaube, die Probleme der Sterblichkeit könnten gelöst werden, dazu bei, dass dies tatsächlich geschieht, zumal Tausende von Forschern sich der Suche nach neuen Therapien widmen. In der Folge nimmt die Lebenserwartung weiterhin zu, was wiederum den Glauben an die zugrunde liegende Fortschrittserzählung stärkt. Die glühendsten Anhänger des Transhumanismus zeichnen das Bild einer Welt, in der die Menschen sich vollkommen verändern, wie die taoistischen Gelehrten nach dem Trinken des Elixiers. In ihren Augen gibt es keinen wirklichen Unterschied zwischen der Verhinderung von Krankheiten und dem Bestreben, den Körper stärker und geschickter zu machen. Dieselben Technologien, mit denen wir den Verfall besiegen können, werden auch übermenschliche Kräfte ermöglichen. Die Eingriffe etwa, mit denen wir dem Schwund unserer Sinnesleistungen entgegenwirken, könnten auch unsere Sehfähigkeit gewaltig steigern. Und die Therapien, mit denen sich Muskelschwund bekämpfen lässt, könnten es jedem von uns ermöglichen, so stark wie Herkules zu werden. Noch revolutionärer wird die Fähigkeit sein, unsere grauen Zellen umzugestalten. Wie manche Forscher glauben, werden wir bald in der Lage sein, unsere Aufmerksamkeit, unsere Emotionen und unseren Appetit zu steuern. Einige Transhumanisten behaupten, man werde Nanoroboter nicht nur gegen Krankheit und Altern einsetzen, sondern ganz buchstäblich auch zur Erweiterung unseres Verstandes. In wenigen Jahrzehnten seien wir möglicherweise in der Lage, die gut 100 Billionen neuronalen Verbindungen in unserem Gehirn mit riesigen Armeen von Nanorobotern zu unterstützen, so dass unsere Gedächtnisleistung, unser Denkvermögen und unsere schöpferischen Fähigkeiten exponentiell zunehmen. Solche Implantate ließen sich auch drahtlos untereinander und mit der Außenwelt verbinden. Dann könnten wir Computer allein durch Denken steuern. Und da man alle komplexen Dinge bald über Computer steuern wird, werde sich diese Fähigkeit auf nahezu alles erstrecken, vom Wechsel zwischen verschiedenen Fernsehkanälen bis hin zum Steuern eines Fahrzeugs. Dann besessen wir tatsächlich die Fähigkeit der Telepathie. Wir könnten allein durch Denken über große Entfernungen miteinander kommunizieren und im Kopf im Internet surfen. An diesem Punkt, so träumen die Futuristen, wird man den Menschen und seine Technologie nicht mehr voneinander unterscheiden können. Und von da an werde unsere Fähigkeit, unser biologisches Schicksal selbst in die Hand zu nehmen, exponentiell zunehmen. Wenn wir durch solche Hilfsmittel klüger würden, dann fehlen uns auch weitere Entdeckungen leichter und wir könnten leistungsfähigere Computer und Maschinen konstruieren, was wiederum zu weiteren Fortschritten führte. Binnen kurzem erreichten wir auf diese Weise eine Apotheose, die sie als Superintelligenz bezeichnen. Das ist der Punkt, an dem ein Mensch oder ein Apparat oder eine Kombination aus beidem so unglaublich klug werden, dass deren Verständnis des Universums faktisch total wäre. An diesem Punkt wäre dann alles möglich. Es wäre das Letzte, was wir erfinden müssten. Danach wäre es oder er oder sie in der Lage, die ganze Arbeit für uns zu erledigen. Darunter auch die Antwort auf die kleine Frage zu finden, wie wir ewig leben können. Das Titonus-Problem Solche Fantasien über Cyborgs und Superman sind in der populären Kultur sehr weit verbreitet. Darin spiegelt sich die gleichfalls weit verbreitete Vorstellung, wonach wir im Begriff sind, die durch unsere Sterblichkeit bedingten Beschränkungen zu überwinden. Natürlich bereitet dieser Gedanke manchen Menschen Unbehagen und es gibt auch entschiedene Kritiker. Viele von ihnen sind Anhänger anderer Unsterblichkeitserzählungen, die durch den technischen Ansatz bedroht werden könnten. Zum Beispiel Religionen, nach deren Lehre Gott seine Gründe hatte, als er die Menschen sterblich schuf. Doch wenn es um die Prüfung der Überlebenserzählung auf ihre Plausibilität geht, sorgen Angriffe aus den Reihen der Wissenschaft noch für den größten Schaden. Nach Ansicht der Transhumanisten steht die Wissenschaft auf ihrer Seite. Sie habe gezeigt, dass wir reparierbare Maschinen sind und sie habe uns bereits jetzt eine um Jahrzehnte längere Lebenserwartung geschenkt. Aber Wissenschaft hält auch andere Lektionen bereit, die nicht ganz so optimistisch klingen. Der Fortschritt des technischen Ansatzes zur Unsterblichkeit verläuft nicht so glatt, wie manche gern glauben möchten. Tatsächlich läuft er immer wieder in eine ganz bestimmte Falle und deren Name ist Titonus. Einer altgriechischen Legende nach war Titonus ein Jüngling von solcher Schönheit, dass Eos die Göttin der Morgenröte ihn entführte, um ihn zu ihrem Geliebten zu machen. Erschreckt von der Aussicht, dass er eines Tages sterben musste, bat sie Zeus, ihm Unsterblichkeit zu verleihen. Der Göttervater entsprach ihrer Bitte. Doch Eos hatte vergessen, für ihren Geliebten auch ewige Jugend zu erbitten. So verlor denn Titonus mit zunehmendem Alter seine ganze Kraft, wurde schwach und dement. Als er nur noch zu Brabbeln vermochte, verwandelte Eos ihn in ihrer Verzweiflung in eine Zikade, die nun ewig lebt, aber unablässig nach dem Tod ruft. Dem Titonus-Problem begegnen wir, wenn wir den Tod immer weiter hinausschieben, aber weiterhin lähmenden Krankheiten ausgesetzt sind. Wenn wir dafür sorgen, dass die Menschen ein sehr hohes Alter erreichen, setzen wir sie zahlreichen Krankheiten aus, die früher nur selten auftraten, zum Beispiel Demenz. Und mit Hilfe von Technologien, die den Tod hinausschieben, können wir Menschen am Leben erhalten, die unter schrecklichen Krankheiten und Alterserscheinungen leiden. Das Ergebnis sind keine utopischen Halbgötter mit kraftvollen Körpern, sondern Pflegeheime und Krankenhäuser voller depressiver, inkontinenter und vergesslicher Alten. Die Transhumanisten glauben, da es uns gelungen ist, die Lebenserwartung zu verdoppeln, könnten wir dies nochmals und wieder und wieder erreichen. Doch das ist durchaus nicht so klar, wie es klingt. Die Durchbrüche, die hinter der ersten Revolution der Langlebigkeit steckten, verhinderten größtenteils, dass Menschen jung sterben. Noch vor wenigen Generationen starb einer von fünf Säuglingen in den ersten zwölf Lebensmonaten, in Westeuropa heute nicht einmal mehr einer von 200. Das hat gewaltige Auswirkungen auf die Zahlen für die Lebenserwartung, die auf einer Berechnung der durchschnittlichen Lebensdauer basieren. Wer jung stirbt, senkt die durchschnittliche Lebenserwartung ganz beträchtlich. Es ist vergleichsweise leicht, dem Leben eines Säuglings 80 Jahre hinzuzufügen. Wenn es gelingt, die Infektionskrankheiten abzuwehren, ist die Natur auf unserer Seite. Für eine zweite Revolution der Langlebigkeit wäre es jedoch erforderlich, dem Leben eines 80-Jährigen weitere 80 Jahre hinzuzufügen. Und das hat einen weitaus höheren Preis. In neuerer Zeit stieg die Lebenserwartung in der entwickelten Welt stetig pro Jahrzehnt um etwa zwei Jahre. Das heißt, wer 1990 geboren wurde, durfte erwarten, zwei Jahre länger zu leben als die 1980 Geborenen. Doch nur ein Viertel dieser zusätzlichen Lebenszeit wird in Gesundheit verbracht. Mit anderen Worten, von den zusätzlichen zwei Jahren sind 18 Monate von Krankheiten oder sonstigen Gebrechen geprägt. Wir leben länger, aber wir alle müssen damit rechnen, dass wir viele dieser zusätzlichen Jahre in einem Zustand zubringen, in dem wir unfähig sind, uns selbst zu waschen oder anzuziehen, in dem wir möglicherweise unsere Angehörige nicht mehr erkennen und in dem unsere Sinne nachlassen und unsere Kräfte schwinden. Die brutale Wahrheit lautet, die in der Vergangenheit erhöhte Überlebensrate bei den Infektionskrankheiten bedeutet, dass die Menschen lange genug leben, um die weitaus hartnäckigeren Zivilisationskrankheiten zu entwickeln. In der entwickelten Welt wird ein Drittel der Menschen in ihrem Leben an Krebs erkranken und ein Drittel muss damit rechnen, an einer ernsthaften Form von Demenz wie etwa Alzheimer zu leiden, bevor sie sterben. Das ist nicht der Traum, an den überzeugte Transhumanisten glauben, wenn sie behaupten, der Mensch könne den Tod besiegen. Aber es ist der Albtraum der Realität. Das ist eher langsameres Sterben als längeres Leben. Manche Forscher glauben, man könne Krankheiten wie Krebs oder Demenz gar nicht vom Altern trennen. Sie seien letztlich nur Symptome der damit einhergehenden Verfallserscheinungen. Nach den Berechnungen eines Bevölkerungswissenschaftlers würde ein vollständiger Sieg über den Krebs die durchschnittliche Lebenserwartung nur um drei Jahre verlängern, da unserem Körper in dem Alter, in dem der Krebs gewöhnlich zuschlägt, bereits zahlreiche andere Krankheiten drohen. Und selbst wenn es gelänge, wirkungsvolle Therapien für Krebs, Herzerkrankungen und Schlaganfälle zu finden, an denen in den entwickelten Ländern heute die meisten Menschen sterben, stiege die Lebenserwartung allenfalls auf wenig mehr als 90 Jahre. Wir sagen uns, wir bekämen diese Krankheiten nur, weil wir zu wenig Obst und Gemüse essen oder zu wenig Sport trieben. Doch in Wirklichkeit erkranken wir daran, weil wir im Unterschied zu unseren Vorfahren lange genug leben, um die ganzen Auswirkungen des Zusammenbruchs unserer körpereigenen Systeme zu erleiden. Selbst wenn wir wir wirkungsvolle Therapien für diese tödlichen Erkrankungen entwickeln, befindet unser Körper sich bereits mitten im Verfall. Weshalb scheint es der Wissenschaft nicht möglich zu sein, den Menschen, denen sie das Leben rettet, Gesundheit und Glück zu bringen? Die Antwort hängt höchst wahrscheinlich mit dem Wesen des Alterns zusammen. Merkmale, die sich erst dann bemerkbar machen, wenn ein Lebewesen sich bereits fortgepflanzt hat, werden durch die natürliche Selektion nicht ausgemerzt. So könnte eine Maus besonders stark und aktiv machen, aber auch sehr anfällig für Darmkrebs. Da die Maus stark und aktiv ist, dürfte sie ihre Gene sehr erfolgreich weitergeben. Falls sie ein hohes Alter erreicht, wird sie jedoch an Darmkrebs sterben. Doch wenn sie stirbt, werden zahlreiche kleine Mäuse umherlaufen, die ihre Gene in sich tragen. Obwohl diese Gene das Todesurteil für ihre Träger bedeuten, die Krebs fördern, sondern für alle Gene, deren negative Auswirkungen erst auftreten, wenn das betreffende Lebewesen sich fortgepflanzt hat. So hat sich über Millionen von Jahren ein wahrhafter Schrotthaufen voller unsortierter nutzloser oder gar gefährlicher Gene angesammelt, deren Fortbestand die Natur zugelassen hat. Wenn wir unser Fortpflanzungsalter überschreiten, kommen diese Gene ins Spiel, untergraben unsere Abwehrsysteme und lassen Krankheiten entstehen. Mit anderen Worten, wir beginnen zu verfallen. Das Bestreben, uns für unbegrenzte Zeit gesund zu erhalten, ähnelt dem Versuch, eine zu Staub zerfallende Statue zusammenzuhalten. Erschwert werden Reparaturbemühungen noch durch die Tatsache, dass manche Gene eine positive Wirkung entfalten, solange der Organismus jung ist, aber negative Auswirkungen haben, wenn das Lebewesen älter wird. Noch beunruhigender ist der Umstand, dass wir, wie manche Forscher glauben, Gene besitzen, die wichtig für unsere Energieerzeugung sind und uns an einem Punkt unserer Evolutionsgeschichte deutlich stärker und schneller machten, aber Toxine, freie Radikale produzieren, die sich langsam im Körper akkumulieren, bis sie dann im Alter eine tödliche Wirkung entfalten. Wenn die Akkumulation von Schäden an diversen Körpersystemen eine unvermeidliche Nebenfolge unserer normalen Funktionsweise ist, kann es kein einfaches Mittel gegen das Altern geben. Dann gibt es keinen molekularen Schalter, den wir umlegen könnten, ohne uns selbst gänzlich auszuschalten. Mit wachsendem Verständnis unseres Körpers wird deshalb die Aufgabenliste der Unsterblichkeits Ingenieure immer länger statt kürzer. Das Rezept für das Elixier des Lebens wird immer komplizierter. Nimm weniger Fette zu dir, mit Ausnahme von Omega-3-Fettsäuren, trinke keinen Alkohol, wohl aber Rotwein, meide schlechtes Cholesterin, nicht aber Gutes. Entführender Transhumanist, der angesehene Erfinder Ray Kurzweil, beschreibt die Aufnahme von 250 Zusatzstoffen pro Tag, eine Diät, vor der selbst der erste Kaiser zurückgescheut wäre. Das alles mag uns von der schieren Tatsache unserer Sterblichkeit ablenken können, aber heilen wird es uns nicht davon. Seit Jahrhunderten haben sich zahlreiche talentierte Wissenschaftler mit dem Geheimnis des Alterns befasst und geglaubt, es gefunden zu haben. Als Linus Pauling noch ein Kind war, galten Sexualhormone als die Wundermittel. Ein in Paris arbeitender Medizinprofessor hatte behauptet, er habe seine biologische Uhr durch die Injektion gemahlener Hundehoden zurückgedreht. Ein anderer wurde reich und berühmt, indem er alternden millionären Scheiben von Affenhoden implantierte mit dem Versprechen, sie würden dadurch 20 Jahre jünger. Keine dieser Methoden hat im Test der Zeit und strenger Überprüfung standgehalten. Auch wenn wir das nicht hoffen, sollten wir nicht überrascht sein, wenn gegenwärtig modische Allheilmittel sich als ebenso enttäuschend erweisen. Die Wissenschaft gibt uns das abstrakte Versprechen, wir seien molekulare Maschinen, die endlos am Laufen gehalten werden könnten. Doch dieses Versprechen dürfte ebenso wenig Wirklichkeit werden wie alle anderen utopischen Träume. Es spricht sehr viel gegen die Möglichkeit einer grenzenlosen Lebensdauer. Das heißt nicht, dass wir es gar nicht erst versuchen sollten. Das Leben ist kostbar und wir sollten die Forschung unterstützen, die uns ein paar Jahre mehr zu schenken vermag. Aber ein bei guter Gesundheit verbrachtes Leben ist noch kostbarer. Deshalb sollten wir Technologien misstrauen, die versprechen, uns alle zu einem Titonus zu machen, also den Tod, um den Preis von Elend und Hinfälligkeit hinaus zu schieben. Stattdessen sollten wir eine Politik und eine Forschung fördern, die unsere letzten Jahre glücklicher zu machen vermögen. Es Zin geben und vielleicht werden wir alle eines Tages hoffen dürfen, so lange zu leben, wie die Französin Jeanne Calment, die älteste Frau der Welt, deren Lebensdaten als gesichert gelten könne. Doch selbst 122 Jahre und 164 Tage sind noch weit entfernt von der Ewigkeit. Atomare Verwüstung Linus Pauling war ein Pionier des technischen Ansatzes zur Unsterblichkeit. Ein kühner Denker, der die gewaltigen Möglichkeiten der neuen Wissenschaften erkannte, dem Menschen Gesundheit und ein langes Leben zu schenken. Doch Pauling sah nicht nur die Vorzüge der Wissenschaft, er war sich auch der schrecklichen Gefahren bewusst, die der überstürzten Steigerung der menschlichen Fähigkeit zur Umgestaltung der Welt innewohnen. Tatsächlich lag hier auch der Grund für seinen ersten Ausflug in die Politik, die ihn aus dem Labor herausführte und ihm ebenso viele Feinde einbrachte wie später seine Bekehrung zum Vitamin C. Pauling, der sich fleißig an den US-Kriegsanstrengungen beteiligt hatte, war entsetzt, als er am 7. August 1945 in der Tageszeitung unter der Schlagzeile Tokio bestätigt atomare Verwüstung lesen musste, dass eine einzige Bombe eine ganze Stadt ausgelöscht hatte. Er war zutiefst betroffen vom Ausmaß der Zerstörung und das nicht zuletzt deshalb, weil man ihn einst selbst gefragt hatte, ob er die Chemieabteilung des Projekts zur Entwicklung der Atombombe leiten wolle und der dies nur wegen anderweitiger Verpflichtungen abgelehnt hatte. Als Albert Einstein ihn im folgenden Jahr einlud, mit ihm und anderen das Committee of Atomic Scientists zu gründen, eine Elite-Gruppe, die die Öffentlichkeit vor den Gefahren der Kerntechnik warnen wollte, sagte er sogleich zu und begann sich gegen die Atomwaffentests auszusprechen. Doch dies war die Zeit des Senators Joseph McCarthy, der davon überzeugt war, Sympathisanten der Sowjetunion versuchten, Amerika zu unterwandern. Als ein prominenter Naturwissenschaftler, der sich gegen Atomwaffen aussprach, konnte Pauling unmöglich hoffen, McCarthys Aufmerksamkeit zu entgehen. Nur zehn Tage bevor Pauling an einem 1952 zu seinen Ehren von der angesehenen Londoner Royal Society veranstalteten Symposium teilnehmen sollte, erhielt er vom amerikanischen Außenministerium die Mitteilung, dass man ihm keinen Pass ausstellen werde. Der Kongressausschuss für unamerikanische Umtriebe hatte Pauling zu einem Anhänger der kommunistischen Friedensbemühungen erklärt. Es ist eine schöne Ironie, dass Pauling hätte man ihn 1952 nach England reisen lassen, dort höchstwahrscheinlich das Labor einer jungen Forscherin namens Rosalind Franklin im Londoner King's College besucht hätte, die gerade sehr detaillierte Bilder von DNA-Kristallen herstellte. Pauling bemühte sich damals, die Struktur der DNA zu klären. Eine Tatsache, die das Team der Universität Cambridge einschließlich Francis Crick und James Watson fast zur Aufgabe bewegte, als man davon erfuhr. Doch anders als Pauling hatten Crick und Watson Franklins entscheidende Bilder gesehen und waren daher in der Lage, die heute berühmte Doppelhelix-Struktur zu entdecken. Ein gewaltiger Sprung nach vorn und ein Triumph des technischen Ansatzes. Hätte man Pauling nach London reisen lassen, hätte er das Team aus Cambridge wahrscheinlich geschlagen. Mit der Verweigerung des Passes verhinderte die amerikanische Regierung ironischerweise, dass Amerika eine der größten wissenschaftlichen Errungenschaften des 20. Jahrhunderts für sich beanspruchen könnte. Im November 1954 gab das Nobelpreiskomitee bekannt, dass Linus Pauling den Nobelpreis für Chemie erhalten solle. Bis dahin hatte nur Nazi-Deutschland jemals einen Nobelpreisträger gehindert, zur Entgegennahme des Preises nach Schweden oder Norwegen zu reisen. Erst zwei Wochen vor der Verleihungszeremonie gab die amerikanische Regierung endlich nach und ließ Pauling einen unbeschränkten Pass ausstellen. Er engagierte sich auch weiterhin gegen die dunklen Seiten unserer neuen Technologie und war ein wichtiges Mitglied der Kampagne, die schließlich zum Verbot von Atomwaffentests in der Atmosphäre führte, ein Meilenstein in den Bemühungen um eine Entschärfung des Kalten Krieges. Am selben Tag, an dem das Abkommen 1963 in Kraft trat, gab das Nobelpreiskomitee bekannt, dass es Linus Pauling einen zweiten Nobelpreis zuerkannte, den Friedensnobelpreis. Damit war Pauling der Einzige, der auf zwei vollkommen verschiedenen Gebieten mit dem Nobelpreis ausgezeichnet wurde und der Einzige, der ganz allein zwei Nobelpreise gewann. Inzwischen hatte sich das politische Klima verändert. Im April 1962 wurden Linus Pauling und seine Frau Everhellen zusammen mit anderen großen Geistern in das glanzvollste Machtzentrum der Zeit, Kennedys Weißes Haus, eingeladen, um bei einem Dinner mit dem Präsidenten drängende Fragen der Zeit zu erörtern. Doch inzwischen war Pauling ein Veteran der Anti-Atomwaffen Bewegung. Zur Freude der Journalisten beteiligte er sich am Tag des Dinners an einer Demonstration vor dem Weißen Haus, bevor er ins Hotel zurückkehrte, sich umzog und als Gast des Präsidenten zurückkehrte. Sein Gastgeber nahm ihm den Protest jedoch nicht übel. Jackie Kennedy, die First Lady erzählte ihm, ihre Tochter Caroline habe ihn draußen protestieren sehen und sie gefragt, Mami, was hat Daddy denn jetzt falsch gemacht? Mit dem Fortgang seiner Kampagnen wuchs Paulings Befremden über den Konservatismus der wissenschaftlichen und politischen Elite. Nur wenige seiner Kollegen waren bereit, wie er, aufzustehen und vor den Risiken der gewaltigen Macht der neuen Wissenschaften zu warnen und sich für Beschränkungen im Namen des Friedens und der Gerechtigkeit einzusetzen. Pauling glaubte leidenschaftlich an die Fähigkeit von Wissenschaft und Technologie, die Probleme der Conditio Humana zu lösen, aber auch an deren Macht, die Menschheit zu vernichten. In den zwei Jahrzehnten, die seit seinem Tod vergangen sind, hat sich der Fortschritt in den Wissenschaften noch in einer Weise beschleunigt, die selbst Pauling sich in seiner überbordenden Fantasie nicht hätte vorstellen können. Er warnte davor, dass unser obsessives Streben nach immer größerer Macht über uns selbst und unserer Umwelt für beide das Ende bedeuten könnte. Und seine Warnung ist heute nötiger denn je. Der jüngste Tag Wie bereits erörtert zerlegt der technische Ansatz Probleme in lösbare Teilprobleme. Doch trotz der damit erzielten Ergebnisse ist dieser Ansatz alles andere als vollkommen. Eine Gefahr besteht in der Tatsache, dass der Unsterblichkeitsingenieur bei seiner Konzentration auf schmale Problembereiche die neuen Probleme übersieht, die deren Lösung heraufbeschwört. Wenn wir beurteilen wollen, ob dieser Weg zur Unsterblichkeit Aussichten auf Erfolg hat, müssen wir mit Zukunftsforschern einen Blick in die Kristallkugel werfen. Besonders vertrackt am Bestreben ewig zu leben ist die Tatsache, dass nur ein einziger kleiner tödlicher Unfall genügt und alles ist vorüber. Überleben ist nichts, das man ein für allemal tun könnte, um sich dann entspannt zurückzulehnen. Man muss es jeden Tag, jede Stunde, jede Minute tun. Man meint vielleicht, man hätte sein Ziel erreicht, wenn man ein paar Millionen Jahre hinter sich gebracht hätte, aber auch dann kann alles wegen eines fehlerhaften Bremszugs oder einer Herde zorniger Elefanten in einer Sekunde vorüber sein. Bei den Todesarten kennt unser Vorstellungsvermögen keine Grenzen. Oder, wie das berühmte Warnschild der amerikanischen Straßenbahngesellschaft lautet, das Berühren der Drähte führt zum sofortigen Tod, 200 Dollar Strafe. Der Langlebigkeitsforscher Prof. Stephen Austed von der University of Texas hat 2010 berechnet, dass die durchschnittliche Lebensdauer eines medizinisch Unsterblichen 5.775 Jahre betrüge. Anders ausgedrückt, wer gegen Altern und Krankheit immun wäre, könnte damit rechnen, etwa so lange zu leben, bevor er unbeabsichtigt über eine Klippe oder in einem Brunnen stürzte. Die Zahl basiert auf der Extrapolation der Überlebensraten von Neunjährigen in den USA, die deshalb ausgewählt wurden, weil bei ihnen die geringste Gefahr besteht, dass sie an einer Krankheit sterben, da sie die typischen Kinderkrankheiten überlebt haben und noch nicht die Krankheiten haben, die das Alter mit sich bringt. Die Zahl ist in hohem Maße ein Näherungswert und das nicht zuletzt deshalb, weil Neunjährige mit größter Wahrscheinlichkeit noch nicht Autofahren oder Schusswaffen besitzen, die beiden wichtigsten Ursachen für einen Unfalltod. Außerdem handelt es sich um einen Durchschnittswert. Der eine mag länger als 10.000 Jahre überleben. Das entspricht der Zeit von den Anfängen der sesshaften Zivilisation über Aufstieg und Niedergang des alten Ägypten bis heute. Der andere kommt mit 20 Jahren bei einem Flugzeug Absturz ums Leben. In Gesellschaften, die weniger Unfälle zu verzeichnen haben oder Unfallopfer anschließend besser zu rehabilitieren Vermögen, läge die durchschnittliche Lebenserwartung höher. So wäre sie im sicherheitsbewussten Japan Doch in den meisten Teilen der übrigen Welt, vor allem in Ländern, die unter Krieg und Entbehrung leiden, wäre sie deutlich niedriger. Den größten Teil der Menschheitsgeschichte haben wir nicht in Frieden und Wohlstand innerhalb eines stabilen Klimas verbracht und die Zukunft verspricht darin nicht anders zu werden. Im Gegenteil, unser Dasein, das des Individuums wie auch der Gattung, ist zahlreichen Gefahren ausgesetzt, auflauern dürften. Tatsächlich nehmen diese Gefahren sogar noch zu. Wie Linus Pauling sehr genau wusste, ist mit dem wachsenden Wissen über die Welt auch unsere Fähigkeit gewachsen, sie zu zerstören. Innerhalb eines einzigen Menschenalters sind wir erschreckend nahe an die Zerstörung durch ein atomares Armageddon herangekommen. Dass wir ihm entkommen sind, verdanken wir zum Teil den unermüdlichen Kampagnen wie Pauling, die für ein Verbot unverantwortlicher Atomwaffentests und eine Beendigung des Rüstungswettlaufs kämpften. Der Kalte Krieg ist inzwischen lange vorüber, aber mit großer Wahrscheinlichkeit werden internationale Bündnisse und Feindschaften sich erneut verschieben, sodass wir eines Tages möglicherweise wieder vor einem atomaren Showdown stehen werden. Schließlich gibt es die Atomwaffen immer noch. Und selbst wenn man die Waffen verschrottete, müsste die zugehörige Technologie nicht nochmals erfunden werden. Solange es Zivilisationen gibt, werden wir mit der Fähigkeit zur Selbstvernichtung leben müssen. Außerdem leben wir heute im Schatten des Terrorismus. Trotz aller Aufmerksamkeit, die Medien und Politik dem Problem widmen, ist die Gefahr von einem Terroristen getötet zu werden, vor allem in der westlichen Welt, äußerst gering. Aber wir können rechtssicher sein, dass es terroristische Gruppen gibt, die das gerne ändern möchten. Sicherheitsdienste in aller Welt versuchen unter größten Mühen zu verhindern, dass eine extrem wirkungsvolle Waffe wie spaltbares Material oder ein tödliches Supervirus in die Hände von Leuten fällt, die der frühere amerikanische Präsident George Bush als Übeltäter bezeichnet hat, ob ihr Tun nun politisch motiviert ist oder auf eine Beschleunigung der Apokalypse zielt. Die Gefahren von Krieg, Terrorismus und Unruhen werden wahrscheinlich noch in den Schatten gestellt durch eine mögliche Folge des Strebens nach irdischer Unsterblichkeit, die Überbevölkerung. Heute leben etwa sieben Milliarden Menschen auf diesem Planeten, so viele wie noch nie in der Geschichte der Menschheit, mehr als viermal so viele wie vor einem Jahrhundert und dreißigmal so viele wie in der Blütezeit des Römischen Reiches. Die Bevölkerungszahlen hängen nicht nur davon ab, wie schnell Menschen geboren werden, sondern auch davon, wie schnell sie sterben. Der in jüngerer Zeit zu verzeichnende gewaltige Zuwachs der Weltbevölkerung ist eine Folge der ersten Langlebigkeitsrevolution, von der oben bereits die Rede war, das heißt eine Folge der Tatsache, dass die Menschen heute länger leben. Aktuelle Projektionen der weiteren Bevölkerungsentwicklung, wonach zum Beispiel Ende des Jahrhunderts wahrscheinlich mehr als 10 Milliarden Menschen auf der Erde leben werden, basieren auf der Annahme einer weitgehend unveränderten Sterberate. Wenn wir medizinische Unsterblichkeit erlangten, aber weiterhin Kinder hätten, würden die Bevölkerungszahlen ein weiteres Mal explodieren und dabei potenziell katastrophale Ausmaße erreichen. In vielen Teilen der Erde sind lebenswichtige Ressourcen wie Trinkwasser und eine zuverlässige Nahrungsmittelversorgung schon heute knapp. Und schon jetzt zerstören wir unsere Umwelt durch Abholzung, Verwüstung und Verschmutzung. Hinzu kommt noch, dass mehr Menschen, die auch mehr Energie benötigen, noch mehr fossile Brennstoffe verbrennen werden. Die daraus resultierende globale Erwärmung birgt die Gefahr, dass noch mehr extreme Wetterlagen auftreten, der Meeresspiegel weiter steigt und sich zahlreiche lokale Effekte einstellen, die Auswirkungen auf die Ökosysteme und die Landwirtschaft haben. Es besteht die reale Gefahr, dass eine ständig wachsende Bevölkerung aus medizinisch Unsterblichen die Biosphäre aus dem Gleichgewicht bringen könnte, sodass sie nicht mehr in der Lage wäre, dem Leben, wie wir es kennen, als sichere Grundlage zu dienen. Das Streben nach irdischer Unsterblichkeit könnte angesichts dieser ungelösten Probleme und in einer Zeit, der Millionen von Menschen nicht einmal sauberes Trinkwasser haben, als weiterer Ausdruck einer selbstsüchtigen Ausbeutungsideologie erscheinen, die lehrt, die ganze Welt sei nur dazu da, das Überleben einiger weniger privilegierter Einzelner zu gewährleisten. Bei der Betrachtung des Titonus-Problems haben wir gesehen, dass manche lebenswichtige Systeme des menschlichen Körpers sowohl gute als auch schlechte Wirkungen zuzeitigen anscheinen. Ein Beispiel sind die natürlichen Grenzen der Zellteilung. Unsere Zellen sind nur zu einer begrenzten Zahl von Teilungen fähig, ein Phänomen, das mitverantwortlich für den Prozess des Alterns sein soll. Man könnte daher meinen, wir sollten versuchen, diese Beschränkung der Zellteilung aufzuheben. Doch das geschieht manchmal schon ganz von selbst, und zwar beim Krebs. Tumore sind Zellen, die sich unkontrolliert teilen und damit letztlich ihren eigenen Weg zur Unsterblichkeit suchen, auf Kosten des Organismus als Ganzem. Wenn wir Menschen unseren Weg zur Unsterblichkeit beschreiten, könnte die Wirkung für den Planeten dieselbe sein wie die des Krebses auf uns. Das ganze Gerät aus dem Gleichgewicht wird unterworfen und verbraucht, bis es das Leben nicht mehr zu stützen vermag. Die Transhumanisten haben natürlich Antworten auf diese Argumente. Sie verweisen darauf, dass Menschen, die sich größeren Wohlstands und eines längeren Lebens erfreuen, meist deutlich weniger Kinder haben. Medizinisch Unsterbliche entschlössen sich möglicherweise ganz auf Fortpflanzung zu verzichten. Oder vielleicht könnte man sie bewegen, zwischen Unsterblichkeit oder Nachkommen zu wählen. Auch behaupten sie gerne, es sei keineswegs klar, dass die Weltbevölkerung die Belastungsgrenzen der Erde erreicht hätte. Die ständige technologische Entwicklung habe es bisher ermöglicht, immer mehr Nahrung anzubauen. Obwohl heute mehrere Milliarden Menschen mehr leben als jemals zuvor, genossen die meisten einen Komfort und eine Sicherheit, wie es sie gleichfalls noch nie gegeben habe. Diese Technikoptimisten glauben, wir würden auch für alle unvermeidlichen Probleme des Klimawandels Lösungen finden. Außerdem, so fügen einige hinzu, könnten wir den Weltraum kolonisieren. Einige der ehrlicheren Transhumanisten bieten einen anderen Einwand gegen das Überbevölkerungsargument. In ihren Augen dürfte das gerade deshalb nicht zum Problem werden, weil es sich um das Projekt einiger weniger privilegierter handele. Die für den Sieg über Altern und Krankheit erforderliche medizinische Behandlung werde für die große Mehrzahl der Menschen zu teuer sein, sodass die neuen Unsterblichen in jedem Fall nur eine kleine Elite darstellten, zu wenige, als dass sich daraus Auswirkungen auf die Weltbevölkerung ergeben. Aber das wirft natürlich ein weiteres Problem auf, das der sozialen Gerechtigkeit. Der Tod ist der große Gleichmacher, dem selbst die Reichen heute erliegen. Im Totentanz der mittelalterlichen Allegorie nahm der Tod den König und den Armen gleichermaßen bei der Hand. Wenn man aber Unsterblichkeit kaufen könnte, hätten wir die denkbar schärfste Apartheit zwischen denen, die sterben müssen und denen, die ewig leben dürfen. Abgesehen von der Ungerechtigkeit dieser Situation könnte die Elite der Unsterblichen ihre Langlebigkeit auch nutzen, um gewaltige Reichtümer und Macht anzusammeln und eine unvergängliche Hierarchie zwischen den unsterblichen Herrschern und ihren sterblichen Untertanen zu schaffen. Auch darauf haben die Transhumanisten eine Antwort, dass man sich mit Geld heute schon ein längeres Leben kaufen könne. Auch heute besteht ein enger Zusammenhang zwischen Wohlstand und Lebensdauer. Aber wir alle scheinen das zu akzeptieren. Dennoch sind wir in der Regel nicht der Meinung, eine teure Behandlung müsse verboten werden, weil nur wenige sie sich leisten könnten. Da Da jedes zukünftige Elixier des Lebens wahrscheinlich aus einer Vielzahl von Maßnahmen gegen unterschiedliche Krankheiten und Alterungssymptome bestehen dürfte, wird die Frage, wer Zugang zu welchen Behandlungen hat, in der Realität nicht ganz so schwarz-weiß ausfallen, wie die Skeptiker befürchten. Die meisten Menschen werden sich zumindest einige der neuen Behandlungen leisten können, während nur Reiche sie alle zu nutzen vermögen. Aber selbst wenn wir von den Problemen der Überbevölkerung und eines blutigen Krieges zwischen Besitzern und Nichtbesitzern der Unsterblichkeit absehen, gibt es immer noch zahllose Katastrophen, denen wir auf unserem Weg in die Ewigkeit erliegen könnten. Fachleute für existenzielle Risiken, also solche, die die Existenz des Menschengeschlechts bedrohen, verweisen auf eine beängstigende Büchse der Pandora, deren tödliche Szenarien uns eigentlich den Schlaf rauben sollten. Viele davon sind, wie Linus Pauling bereits voraussah, neben Folgen eben jener Technologien, die uns eigentlich retten sollen. Wie wir bereits gesehen haben, wird auf dem Weg zur medizinischen Unsterblichkeit die Gentechnik eine entscheidende Rolle spielen. Doch die Fähigkeit, das Leben so präzise zu manipulieren, wird nicht nur die Möglichkeit eröffnen, starke und gesunde Kinder hervorzubringen, sie könnte auch zur Schöpfung von Monstern genutzt werden. Das durften dann allerdings kaum die menschenfressenden Untiere aus Film und Legende sein. Weitaus tödlicher wären Viren und Bakterien, deren Virulenz, Ansteckungsfähigkeit und Immunität gegen Impfstoffe man mit den Mitteln der Gentechnik erhöht hätte. Solche Krankheitserreger könnten unbeabsichtigt entstehen oder auch bewusst als Waffen für Terror oder Krieg entwickelt werden. Die Nanotechnologie scheint sogar noch größer Gefahren zu bergen. Ihr Versprechen basiert in weiten Teilen auf der Reproduktionsfähigkeit von Nanorobotern, etwa auf der Fähigkeit, den Blutstrom mit zahlreichen Sauerstoff tragenden Medibots zu bevölkern. Aber genau diese Fähigkeit könnte auch unseren Untergang bedeuten. Eine winzige absichtliche oder versehentliche Konstruktionsänderung könnte eine Flut winziger Replikatoren freisetzen, die alles organische Material aufzehren, Stadt und Land überschwemmen und Pflanzen wie auch Tiere durch eine graue Welle aus mikroskopisch kleinen Robotern ersetzen. Welche Vorsichtsmaßnahmen wir auch treffen mögen, die bisherige Geschichte der Menschheit zeigt, dass jede neue Technologie auch für militärische Zwecke genutzt wird. Deshalb werden fleischfressende, sich rasch vermehrende Mini-Roboter mit derselben Wahrscheinlichkeit zu unserer Zukunft gehören wie deren lebensrettende Vettern. Doch die größte Gefahr liegt gerade in dem Ziel, in dem die Transhumanisten ihr höchstes Heil erblicken, der gottgleichen Superintelligenz, einem leistungsfähigeren Menschen oder Computer, der so klug ist, dass er all unsere Probleme zu lösen vermag, einschließlich der Frage, wie wir Unsterblichkeit erlangen können. Man braucht nicht allzu viel Fantasie, um sich auszumalen, dass die Schöpfung eines allmächtigen Wesens ganz schrecklich schiefgehen könnte. Die potenziellen Gefahren bilden den Stoff unserer beliebtesten Science-Fiction-Filme von 2001 Odyssee im Weltraum bis hin zu Terminator. Ob nun aufgrund eines Programmierfehlers oder weil er, sie, es geheimnisvolle eigene Absichten entwickelt, es erscheint absolut möglich, dass die Superintelligenz beschließen könnte, uns abzuschaffen. Wenn Linus Pauling heute noch lebte, wäre er höchst wahrscheinlich sehr besorgt. Abtritte und Auftritte Obwohl Pauling alles tat, um seine kranke Frau mithilfe seiner neuen Theorien zu heilen, verschlechterte sich Everhellens Zustand. Die Blutungen wurden schlimmer und schmerzhafter, bis sie es nicht mehr ertragen konnte. Sie ordnete an, die Transfusionen zu beenden. Pauling war gescheitert. Er konnte nur noch ihre Hand halten, während sie hinüberdämmerte. Am 7. Dezember 1981 starb sie und einer der größten wissenschaftlichen Geister des 20. Jahrhunderts sah sich allein und blamiert. Linus Pauling war ein Titan der Wissenschaft des 20. Jahrhunderts, ein äußerst produktiver Innovator, ein wissenschaftlicher Vitamidas. Doch er hatte das letzte Vierteljahrhundert seines langen Lebens mit der Propagierung seines Wundermittels verbracht, der Vitamine. Er lief Sturm gegen die Ansichten des medizinischen Establishments und, wie viele sagen, gegen die Tatsachen. Nach einer Laufbahn an der vordersten Front der Wissenschaft erging er sich zunehmend in heftigen Angriffen auf Studien, die bewiesen, dass er sich irrte, und gegen die Wissenschaftler, die dahinter standen. 1990, er war inzwischen 89 Jahre alt, schrieb das Wissenschaftsjournal Nature, er gelte als einsamer Kauz, dessen Sturz so gewaltig sei, wie man es sonst nur in der griechischen Tragödie erlebt. Johannes Pauling tat mehr als jeder andere für die Wissenschaft des Alterns und für die Überzeugung, Wissenschaft, Ernährung und Lebensweise könnten gemeinsam ein extrem langes Leben gewährleisten. Aber er ist auch ein warnendes Beispiel für alle, die nach Unsterblichkeit streben. Sinnbild einer von alten, aber zeitlosen Granden beherrschten Gesellschaft, deren Ideen vor langer Zeit erstarrt sind. Seine Laufbahn zeigt, dass es eine Zeit gibt, um im Rampenlicht zu stehen, aber auch eine Zeit, um von der Bühne abzutreten. Die Geschichte ist voll von Menschen wie Pauling, die glaubten, Lösungen für alle Gebrechen gefunden zu haben, und ihre einzige Gemeinsamkeit liegt in der Tatsache, dass sie alle früher oder später gestorben sind und ihre Theorien meist mit ihnen. Da sollte uns skeptisch gegenüber jenen Menschen stimmen, die heute behaupten, Antioxidantien, grüner Tee oder Wachstumshormone könnten uns ewige Jugend schenken. Die erste unserer vier fundamentalen Unsterblichkeitserzählungen »Weiterleben« erweckt den Eindruck, dass sie sich halten könnte. Sie ist Teil des Versprechens, auf dem die Zivilisation basiert, und zugleich Teil des Fortschrittsgedankens, der den Kern des modernen westlichen Weltbilds darstellt. Die Hoffnung, etwas länger und immer noch etwas länger weiterzuleben, hat die Entwicklung fast aller materiellen Aspekte der menschlichen Gesellschaft vorangetrieben und kann heute als Motor zweier riesiger Bereiche gelten, der Wissenschaft und der Medizin. Dort werden Fortschritte erarbeitet, die unser Leben tatsächlich verlängern und verbessern. Doch die Wissenschaft, die uns noch weiterzubringen verspricht, hält auch andere Lektionen bereit, dass Altern und Verfall tief in unserem Körper verankert sind, dass dieselben Technologien, die uns zu helfen vermögen, uns letztlich auch vernichten könnten, und dass die Welt, in der wir leben, das menschliche Leben nicht ewig ertragen wird. Es mag sein, dass wir etwas länger leben als unsere Eltern oder Großeltern, es mag sein, dass wir eines Tages den Krebs besiegen oder Ersatzorgane züchten können. Doch niemand von uns wird es schaffen, ewig zu leben. Weder unser Körper noch der Planet, auf dem wir leben, lässt das zu. Diese Erzählung ist gleichermaßen verführerisch und fruchtbar, aber sie wird ihr Versprechen niemals einlösen. Zu Beginn dieses Weges haben wir gesagt, in diesen Körpern auf dieser Erde weiterzuleben, sei der direkteste Weg zur Unsterblichkeit. Nun haben wir gesehen, dass der Sensenmann uns dennoch holen wird, so sehr wir auch vor ihm davonzulaufen versuchen. Natürlich sind wir in der Geschichte nicht die ersten Menschen, die das erkannt haben, auch wenn wir vielleicht die ersten sind, die wirklich begreifen, warum das so ist. Wie der erste Kaiser haben Weise und Pessimisten deshalb immer schon nach einer anderen Möglichkeit Ausschau gehalten. Gut, wir müssen sterben, haben sie gesagt, aber ganz sicher können wir wieder auferstehen. Beim ersten Mal muss dieses Fleisch und Blut scheitern. Aber es gibt einen zweiten Lauf und vielleicht werden wir dann in etwas Ewiges verwandelt. Seit Jahrtausenden gibt dieser Gedanke zahllosen Menschen Hoffnung und heute inspiriert er eine neue Generation von Wissenschaftlern, die nicht akzeptieren wollen, dass der Tod oder auch das Ende des Universums ein Hindernis auf dem Weg zur Unsterblichkeit darstellen soll. Das ist unsere zweite Strategie, die Auferstehung. Und sie verdankt ihre Beliebtheit einem Mann, der diesen Glauben einer kleinen jüdischen Sekte fast im Alleingang in die Lehre der mächtigsten Religion verwandelte, die die Welt jemals gesehen hat. Zweiter Teil Auferstehung Viertes Kapitel Paulus und die Kannibalen der Aufstieg der Auferstehung. Saulus sah mit Befriedigung zu, wie der Heretiker aus dem Gericht gezerrt wurde, und er reihte sich ein in die kleine Prozession, die den Verurteilten vor die Tore Jerusalems begleitete. Vor den Mauern der Stadt legten die Henker ihre Kleider vor seinen Füßen ab, um sich der harten, schweißtreibenden Arbeit der Steinigung des Gotteslästerers zu widmen. Alles verlief nach seinem Plan. Ein Jahr war vergangen, seit der Kreuzigung des rebellischen Nazareners, doch dessen Anhänger sorgten weiterhin für Aufruhr, bald würden sie einer weniger sein. Saulus glaubte leidenschaftlich an den einen Gott und an die Gesetze, die er Moses gegeben hatte. Ihr habt gehört, wie ich im Judentum viele Altersgenossen in meinem Volke überflügelte und in viel höherem Maße ein Eiferer war für die Überlieferungen meiner Väter, rühmte er sich später. Brief an die Galater, 1, 13 bis 14. Die Hinrichtung, der er beiwohnte, die des Stephanus, des ersten verzeichneten christlichen Märtyrers, war das Signal für die Säuberung der heiligen Stadt. An jenem Tage kam eine große Verfolgung über die Kirche zu Jerusalem, heißt es in der Bibel. Saulus aber versuchte, die Kirche zu vernichten. Er drang in die Häuser ein, schleppte Männer und Frauen weg und warf sie in den Kerker. Apostelgeschichte 8, 1-3 Saulus war ein Pharisäer, das heißt, er gehörte zu einer Gruppe im Judentum, die im Unterschied zum strengen Glauben der jüdischen Aristokratie zwar fromm, aber volkstümlich war. Er stammte aus Tarsus, einer kosmopolitischen Küstenstadt am südlichen Rand der heutigen Türkei, hatte seine Ausbildung jedoch in Jerusalem erhalten, bei den besten Lehrern seiner Zeit, und er war ein Bürger des Römischen Reiches. Dieser kraftvolle, kluge und engagierte junge Mann hatte beste Aussichten, in die obersten Ränge der jüdischen Tempelhierarchie aufzusteigen. Er war so erfolgreich bei der Verfolgung des neuesten, charismatischen Kultes, der das Judentum bedrohte, dass die wenigen verbliebenen Anhänger sich über die angrenzenden Länder verstreuten. Um die Hingabe an seinen Glauben zu beweisen, ging Saulus, der noch immer Drohung und Mord gegen die Jünger des Herrn schnaubte, Apostelgeschichte 9, 1, zum hohe Priester und bat um die Erlaubnis, den nach Damaskus geflohenen Ketzern zu folgen, um sie gefangen zu nehmen. Die Erlaubnis wurde ihm erteilt. Aber, wie man weiß, war er ein anderer Mensch, als er Damaskus erreichte. Die Opfer des Saulus waren die Anhänger Jesu, der einen apokalyptischen Personenkult begründet hatte, wie er bei jüdischen Untertanen des mächtigen römischen Reiches verbreitet war. Die Bibel beschreibt einige dieser selbsternannten Erlöser. Zum Beispiel Theudas, der sich für etwas Besonderes ausgab und gut 400 Anhänger um sich sammelte, bevor er getötet wurde. Oder Judas von Galiläa, der einen Volkshaufen hinter sich brachte, bevor auch er umkam. Apostelgeschichte 5, 36-37 Offenbar hofften viele Juden inbrünstig auf das Kommen des Messias, des Gesalbten, der die Linie König Davids auf dem Thron fortsetzen und dem Land Frieden und Gerechtigkeit bringen sollte, wie es prophezeit war. Und genau das sahen auch die Jünger Jesu in ihrem Meister, einen jüdischen Messias, der gekommen war, um das jüdische Volk im Einklang mit einer jüdischen Prophezeiung zu retten. Doch viele andere Juden sahen in den Christen nur Schismatiker, die das Judentum spalteten, und das zu einer Zeit, da es in seiner Existenz bereits bedroht war. Auf dem Weg nach Damaskus, wo Saulus die Verfolgung dieser Heretiker fortsetzen wollte, wurde er von einem himmlischen Licht zu Boden gestreckt. Nach der Apostelgeschichte, dem 9. Kapitel, hörte er eine Stimme, die ihm zurief, Saulus, Saulus, warum verfolgst du mich? Wer bist du, Herr? fragte Saulus daraufhin, und die Stimme antwortete, ich bin Jesus, den du verfolgst. Doch steh auf und geh in die Stadt, dort wird man dir sagen, was du tun sollst. Saulus stand auf, musste aber feststellen, dass er nicht mehr sehen konnte. So musste er von seinen Reisegefährten in die Stadt geführt werden. Dort wartete er drei Tage ohne zu essen und zu trinken, bis ein Jünger Jesu ihn aufsuchte. Als der Jünger ihm die Hand auflegte, fiel es wie Schuppen von seinen Augen, und er konnte wieder sehen. Er war erfüllt vom Heiligen Geist und ließ sich taufen. Saulus war sich ganz sicher, was das bedeutete. Er war zum Zeugen der ersten Auferstehung geworden. Jesus war, wie seine Jünger es behaupteten, tatsächlich von den Toten auferstanden und hatte nun direkt zu ihm gesprochen. Das besaß gewaltige Bedeutung. Die Auferstehung war das Wunder, das von allen die größte Ehrfurcht einflößte, der Sieg über den Tod. Saulus war der festen Überzeugung, dass Gott durch diesen Akt seine Absichten für die ganze Menschheit kundgetan hatte, ihr Unsterblichkeit zu schenken. Und indem Jesus ihm erschienen war, hatte er ihn zum Medium auserkoren, durch das diese frohe Botschaft verbreitet werden sollte. Saulus verlor keine Zeit und verwandte nun dieselbe gewaltige Kraft und denselben Eifer, mit denen er den neuen Glauben verfolgt hatte, auf dessen Verbreitung. Sogleich ging er in die Synagoge und verkündete, dass Jesus von den Toten auferstanden sei. Die ihn hörten, wunderten sich. Ist das nicht derselbe, der in Jerusalem alle, die diesen Namen anrufen, verfolgte? Fragten sie. Apostelgeschichte 9, 21. Ist er nicht hierhergekommen, um sie in Fesseln zu den Hohepriestern zu bringen? Als Paulus seine neue Mission fortführte, begann er, die griechisch-römische Fassung seines Namens zu benutzen, Paulus. Schon bald erkannten seine früheren Genossen, jene frommen Juden, die an ihrer Skepsis gegenüber diesem jüngsten Messias festhielten, dass Paulus auf die andere Seite gewechselt war. Sie verschworen sich gegen ihn, um ihn zu töten, wie Paulus sich einst gegen Stephanus verschworen hatte. Da seine Gegner glaubten, er wolle aus Damaskus fliehen, legten sie sich bei den Stadttoren auf die Lauer. Doch Paulus hörte von dem Hinterhalt, und seine Jünger nahmen ihn und ließen ihn bei Nacht in einem Korbe über die Mauer hinab. Apostelgeschichte 9, 25. Das war nur die erste von zahlreichen Gelegenheiten, bei denen eine erzürnte Menge von Landsleuten oder fremden Juden oder Heiden versuchen sollte, Paulus daran zu hindern, seinen neu gewonnenen Glauben an die Auferstehung zu verbreiten und damit eine der größten Weltreligionen auf den Weg zu bringen. Rituale der Erneuerung In den letzten beiden Kapiteln haben wir uns die erste fundamentale Unsterblichkeitserzählung angesehen. Das Versprechen, wir könnten auf diesem Planeten ewig leben. Und wie wir gesehen haben, ist die Aussicht auf eine irdische Unsterblichkeit unwahrscheinlich, auch wenn die wissenschaftliche Revolution uns ein längeres Leben beschert. Doch die Erde ist keine Wüste. Alles stirbt, aber die Welt ist grün und fruchtbar. Die Frühlingsblumen verblühen nur allzu rasch, doch im nächsten Jahr treiben sie erneut hervor. In der Natur ist das Sterben nicht das Ende, sondern Teil eines größeren Kreislaufs, eines Kreislaufs aus Leben, Tod und Wiedergeburt. Diese Beobachtungen stimmen viele hoffnungsvoll, die sich ansonsten mit der Vergänglichkeit allen Fleisches abfinden. Sie leugnen nicht, dass wir, wie alle Lebewesen, nur für kurze Zeit erblühen, bevor wir wieder vergehen. Aber sie hoffen, dass dieses Vergehen, wie bei den Frühlingsblumen, nur das Vorspiel zu einem Wiedererstehen ist. Das ist die Hoffnung auf eine Auferstehung, die zweite Grundform der Unsterblichkeitserzählung. Wie wir im ersten Kapitel gesehen haben, sind Kultur und Glaube Versuche, den Willen zur Unsterblichkeit zu realisieren und die Spannung des Sterblichkeitsparadoxons zu versöhnen, wonach es einerseits sicher scheint, dass wir vergänglich sind und wie alle anderen Lebewesen sterben müssen, uns dies aber nur schwer oder unmöglich vorstellen können. Die Erzählung des Weiterlebens leugnet einfach den ersten Teil des Paradoxons und verspricht, wir könnten den physischen Tod vermeiden. Doch ganz offensichtlich halten viele diese Behauptung nicht für überzeugend. Schließlich widerspricht sie allem, was wir um uns herum wahrnehmen. Die Auferstehungserzählung nimmt den Tod dagegen an und räumt ein, dass wir den Weg allen Lebens gehen. Sie akzeptiert die Beweislast, wonach wir als mangelhafte fleischliche Wesen sterben müssen. Doch das sei nur der Anfang, sagen die Anhänger der Auferstehung. Eines Tages könnten wir mit demselben Körper auferstehen und weiterleben. Bisher haben wir uns auf die Frage konzentriert, in welcher Weise der Wille zur Unsterblichkeit den Fortschritt in den materiellen Aspekten der Kultur vorangetrieben hat. Die Idee der Auferstehung bezieht sich dagegen gleichermaßen auf die materiellen und die symbolischen Aspekte der Kultur. Sie ist in vielen antiken Traditionen tief verwurzelt, wirkt aber zugleich als treibende Kraft in einer äußerst einflussreichen Erzählung von der Macht der Wissenschaft und des materiellen Fortschritts. In diesem Kapitel wollen wir nun am Anfang beginnen, mit der symbolischen Bedeutung der Auferstehung, bevor wir der Frage nachgehen, ob denn die Auferstehungsgeschichte plausibel ist. Es mag offensichtlich erscheinen, dass die Religion zumindest zum Teil entstanden ist, um unserem Willen nach Unsterblichkeit gerecht zu werden. Gewiss haben fast alle Religionen eine klare Vorstellung davon, wie wir den physischen Tod überleben können. Luther hat einmal gesagt, und wo du in dem Glauben bist, dass nach diesem Leben kein anderes sei, so wollte ich auch um deinen Gott nicht einem Pfifferling geben. Und ebenso offensichtlich mag es erscheinen, dass die Religion, wie ihre Geschwister, Ritual und Mythos, einen großen Beitrag zur Entwicklung der Zivilisation geleistet hat. Doch wie Religionen als Unsterblichkeitserzählungen und insbesondere als solche der Auferstehung funktionieren, ist subtiler und interessanter, als es auf den ersten Blick erscheinen mag. Die Praxis des Rituals und der Religion im weitesten Sinne ist so alt wie die Menschheit, also mindestens 150.000 Jahre. Belege dafür finden sich vor allem in ihrem Umgang mit den Toten. Man begrub sie auf bestimmte Weise mit Werkzeugen oder Waffen, als gäbe es auch ein Leben nach dem Tode. So entdeckte man im israelischen Kfzee Grabstätten, die mindestens 100.000 Jahre alt sind und Muscheln oder Hirschgeweihe enthalten. Und in Afrika finden sich verbreitet 200.000 bis 100.000 Jahre alte Gräber, in denen das Farbpigment Roter Ocker zur Anwendung kam. Diese Funde veranlassten die Religionshistorikerin Karen Armstrong zu dem Schluss, Glaubenssysteme basierten fast immer auf der Erfahrung des Todes und der Furcht vor der Auslöschung. Als dann erkennbare Zivilisationen mit Schrift, Landwirtschaft usw. entstanden, war das Leben nach dem Tod schon seit langem fundamentaler Bestandteil der menschlichen Gedankenwelt. Rituale finden sich in allen Kulturen. Der Unterschied zu anderen Tätigkeiten liegt darin, dass sie in hohem Maße regelgebunden sind. Sie müssen von bestimmten Menschen zu bestimmten Zeiten an bestimmten Orten in ganz bestimmter Weise ausgeführt werden und dass ihre Wirkungen indirekter, unsichtbarer oder symbolischer Natur sind. Wenn jemand eine Ziege schlachtet und brät, ist das kein Ritual. Er bereitet lediglich Essen zu. Doch wenn er mit der Ziege in einen Tempel geht, den Geist des Tieres anruft, ihm mit einem einzigen Schnitt die Kehle durchschneidet und dann ausgewählte Teile des Fleisches den Göttern überlässt, tut er weit mehr, als erforderlich wäre, um sich den Bauch zu füllen. Genau dieses Meer ist das Ritual. Rituale sind die physischen Manifestationen einer bestimmten Religion oder Mythologie. In ihnen wird der Glaube praktisch und real. In Weltbildern, in denen Geister oder Götter alle Aspekte des täglichen Lebens beeinflussen, sind Rituale, die diese Mächte besänftigen, freundlich stimmen, umgarnen oder täuschen sollen, weit verbreitet. Nicht alle Rituale sind Ausdruck einer Sehnsucht nach Ewigkeit. Bei manchen geht es lediglich um die Bewältigung alltäglicher Aufgaben, zum Beispiel eine Ziege zu essen, ohne sich den Zorn des Ziegengottes zuzuziehen. Doch in vielen Ritualen gibt es tiefgründige Aspekte, die den Schluss nahelegen, dass sie sehr viel mit dem Willen zur Unsterblichkeit zu tun haben. Es gibt viele verschiedene Ansätze zum Verständnis rituellen Verhaltens. Aber zwei wichtige Themen stehen im Vordergrund. Das erste besagt, dass es bei Ritualen oft um Kontrolle geht. Sigmund Freud hat als erster auf die Ähnlichkeit zwischen dem zwanghaften Verhalten bei religiösen Zeremonien und dem Verhalten von Zwangsneurotikern hingewiesen. In beiden Fällen werden Handlungen ausgeführt, die kaum praktische Bedeutung haben, aber die Überzeugung stärken, dass die Dinge gut ausgehen werden, dass man eine Gefahr oder ein Unglück abwenden und Reinheit oder Frieden erlangen wird. In späteren Forschungen hat man diesen Zusammenhang genauer herausgearbeitet und dabei die These vertreten, dass rituelles Verhalten ähnlich den Zwangshandlungen oft eine Reaktion auf dieselben überaktiven, Szenarien erzeugenden Systeme unseres Gehirns ist, die uns auch veranlassen, überall Gefahren und Tod zu sehen. Hier liegt die Verbindung zu dem zweiten wichtigen Aspekt des Rituals und der Religion. Freud hat den Göttern die Aufgabe zugeschrieben, die Schrecken der Natur zu bannen und mit der Grausamkeit des Schicksals, besonders wie es sich im Tode zeigt, zu versöhnen. Das leisten Rituale zum Teil, indem sie ein Gefühl der Kontrolle vermitteln. Aber für eine vollständige Versöhnung mit dem Tod ist schon mehr erforderlich. Die Möglichkeit nämlich, unser kleines und zerbrechliches Leben zu transzendieren. Das ist die größte Aufgabe der Religion. Sie soll einfachen Sterblichen die Möglichkeit bieten, eins mit ihren Göttern zu werden und Unsterblichkeit zu erlangen. In frühen Religionen war die Grenze zwischen dem Diesseits und der Welt der Götter oder Geister nicht besonders scharf gezogen. Und in vielen Ritualen ging es um die Überschreitung dieser Grenze. So versuchten Schamanen eine Vereinigung mit den Geistern von Tieren, um deren Kräfte nutzen zu können. In den Mysterienkulten im antiken Griechenland nach Rom, die über viele Jahrhunderte unveränderten Bestand hatten, bevor das Christentum sie verdrängte, beteiligten sich die Teilnehmer an komplexen, oft mehrere Tage dauernden Riten, zu denen auch nächtelange Feste, Prozessionen, Trunkenheit, Sex, Musik und Tanz, Rollenspiele und geheime Requisiten gehörten. All das diente dem Ziel, die Anhänger des Kults mit Gott oder den Göttern zu vereinen und ihnen ein Transzendenzerlebnis zu vermitteln, das Weisheit, Stärke und den Schlüssel zur Unsterblichkeit versprach. Solche Rituale boten dem gemeinen Sterblichen eine Chance, an der Macht seiner Götter teilzuhaben und seinem Tun etwas vom Zauber eines kosmischen Dramas zu geben. Noch heute wird solch ein Unsterblichkeitsritual allsonntäglich in aller Welt wiederholt, wenn Christen zur heiligen Kommunion gehen. Viele von ihnen glauben, sie verzehrten dabei ganz buchstäblich Leib und Blut des Gottessohns. Und alle glauben, einen entscheidenden Augenblick in dessen Geschichte nachzuvollziehen. Und mit welcher Folge? Im Johannes-Evangelium 6,51 heißt es, »Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben.« Religionen und Rituale bringen mit ihren Gesängen und ihrem Weihrauch nicht nur Farbe in eine Zivilisation. Ihre Anhänger erblicken darin den Kern und die Seele ihres Weltbilds, die ihrem Leben und Tod erst Sinn und Gestalt verleihen. Insofern viele Rituale die Möglichkeit bieten, unser gewöhnliches leibliches Dasein zu transzendieren, bieten sie einen kurzen Blick auf die Ewigkeit und den Triumph über den Tod. Doch vor allem ein Muster, das in den Glaubenssystemen in aller Welt immer wieder anzutreffen ist, zeigt die Bedeutung der Auferstehungserzählung in der Religionsgeschichte. Alle antiken Kulturen waren aufmerksame Beobachter der natürlichen Rhythmen. Sie mussten es sein, da diese Rhythmen den Erfolg der Ernte bestimmten, von der diese Zivilisationen vollständig abhingen. Sie erkannten zahlreiche Regelmäßigkeiten, vom täglichen Auf- und Untergang der Sonne über den vierwöchigen Mondzyklus bis hin zur Wende der Sterne und zum Vogelzug. Sie sahen, dass die Drehung dieser elementaren Räder jenes große Wunder Natur hervorbrachte, die jährliche Erneuerung des Lebens. Im Gegensatz zu diesen Kreisläufen der Natur erscheint das Leben des einzelnen Menschen sehr linear. Wir werden geboren, wachsen heran, werden gebrechlich und sterben. Sich selbst überlassen steht ein Toter nicht wieder auf. Für einen toten Kameraden sprießt aus der Erde kein Ersatz hervor, wie im Frühling neue Blumen hervorsprießen. Viele Menschen der Antike, zum Beispiel die alten Ägypter, kannten diese beiden gegensätzlichen Zeitauffassungen, die zyklische und die lineare und die Bedrohung, die letztere für ihre Aussichten auf ein ewiges Leben darstellte. Wenn unsere Zeit linearen Charakter hat, so glaubten sie, dann hat der Tote das Leben hinter sich und vor sich nur noch die Leere des Todes. Deshalb dienten ihre wichtigsten Rituale mit all ihrem ausgefeilten und teuren Drumherum nur einem einzigen Ziel, diese Linearität zu durchbrechen und das menschliche Schicksal wieder an die natürlichen Kreisläufe zu binden. Jene Kreisläufe, die nach Leben und Tod ein erneutes Leben versprachen. Der Wegbereiter der Anthropologie, Sir James Fraser, hat als erster darauf hingewiesen, dass dieses Muster aus Tod und Auferstehung in der Mythologie weltweit verbreitet ist. In seinem äußerst erfolgreichen, aber immer noch umstrittenen Werk »The Golden Bow« hat er zahlreiche Beispiele aus aller Welt dafür angeführt. Dort heißt es, die Geschichte werde meist in der Form erzählt, dass ein Gott oder König mit seinem Durchgang durch Tod und Auferstehung den Weg für gewöhnliche Sterbliche freigemacht habe. Ein klassisches Beispiel dafür ist Osiris, der altegyptische Gott, von dem bereits die Rede war. Er wurde ermordet und zerstückelt, dann aber wieder zusammengesetzt. Durch seine Auferstehung eröffnete er seinem Volk den Weg in die Unsterblichkeit. Die Osirisriten waren außerdem eng mit der Fruchtbarkeit des Bodens und der Wiederkehr des Lebens verbunden. Man baute sogar Pflanzen in mumienförmigen Töpfen an und stellte auf diese Weise eine direkte Verbindung zwischen dem Kreislauf der Jahreszeiten und der Möglichkeit der Unsterblichkeit her. Götter, die verschwinden und wiederkehren, die ins Totenreich hinabsteigen und von dort zurückkehren, die sterben und wieder auferstehen, finden sich in vielen antiken Religionen. Eine zentrale Gestalt in dem bereits erwähnten griechisch-römischen Mysterienkulten war die Göttin Demeter, die einst den Griechen die Landwirtschaft gebracht haben soll. Auch von ihr hieß es, sie sei eine Zeit lang in die Unterwelt hinabgestiegen, auf der Suche nach ihrer von Hades entführten Tochter Persephone. Ihr Kult diente dazu, sie alljährlich im Frühling zu bewegen, zurückzukehren und den Boden fruchtbar zu machen und zugleich den Anhängern des Kults die Möglichkeit einer Wiedergeburt zu eröffnen. Die These der Wiederauferstehung, dass Leichen, die bereits als Madenfutter dienen, irgendwie wieder zu atmen anfangen könnten, ist ausgesprochen extravagant. Es bedarf schon großen Vertrauens in die Macht magischer Praktiken, um zu glauben, Tod und Zerfall ließen sich rückgängig machen. Diese Macht zu verleihen, war die Aufgabe der göttlichen Wegbereiter, die in der Forschung zu den antiken Religionen die sterbenden und wiederauferstehenden Götter genannt werden. Sie durchbrachen die Linearität des menschlichen Lebenslaufs und eröffneten so die Möglichkeit, an die zyklischen Rhythmen der Natur anzuknüpfen und der Endgültigkeit des Todes zu entgehen. Zum Kult solcher Götter gehörten oft auch Trauer- und Stärkungsrieten. Wegen ihrer Verbindung zu den Jahreszeiten fanden diese Zeremonien häufig um die Wintersonnenwende Ende Dezember statt, zur Zeit der Geburt des neuen Jahres und um die Zeit der Frühlingstag- und Nachtgleiche, wenn auf der nördlichen Erdhalbkugel das Pflanzenleben zurückzukehren beginnt. Diese Daten sollten wir im Sinn behalten, wenn wir uns nun dem berühmtesten sterbenden und wiederauferstehenden Gott und seinem Bannerträger, dem Apostel Paulus, zuwenden. Auferweckt in Herrlichkeit Anno Domini 30 Eine kleine Gruppe von Frauen ging zum Grab ihres charismatischen Führers, um seinen Leichnam drei Tage nach seinem Märtyrer-Tod zu salben. Doch das Grab war leer. Sie standen ratlos da, als ein Mann oder vielleicht auch zwei Männer oder möglicherweise Engel erschienen und ihnen sagten, der, nachdem sie suchten, Jesus von Nazareth, Weile nicht unter Toten. Er ist nicht hier, sondern er ist auferweckt worden. Die Frauen kehrten zu den Männern zurück und berichteten ihnen. Doch denen kamen diese Worte vor wie leeres Gerede und sie glaubten ihnen nicht. Lukas Evangelium 24, 11 Sie und vor allem der ungläubige Thomas glaubten erst, als Jesus unter ihnen erschien und ihnen bewies, dass er kein Geist war, sondern tatsächlich ein von den Toten auferstandener Mensch. Wie Johannes 20, 27 berichtet, sagte Jesus zu Thomas, Tu deinen Finger hierher und sieh meine Hände an und tu deine Hand her und lege sie an meine Seite. Nach Lukas 24, 42 aß er sogar vor ihren Augen gebratenen Fisch, um ihnen zu beweisen, dass er wirklich aus Fleisch und Blut war. Für Juden der damaligen Zeit war die Behauptung, es sei tatsächlich zu einer leiblichen Auferstehung von den Toten gekommen, von gewaltiger Bedeutung. Außer etablierten jüdischen Fraktionen wie den Pharisäern, zu denen Paulus gehörte, gab es zahlreiche apokalyptische und revolutionäre Gruppen, die das Kommen des Messias und das Ende der Welt verkündeten. Sie warteten auf jedes Zeichen, das ihnen das Zeitalter der Befreiung und der Gerechtigkeit anzuzeigen schien. Dass ein Märtyrer von den Toten auferstanden sein sollte, war genau solch ein Zeichen. Die Auferstehung Jesu bedeutete, dass die Endzeit begonnen hatte. Diese Botschaft machte Paulus, der einflussreichste Interpret der Jesusgeschichte geworden war, sich zu eigen. Der Apostel hatte sich unermüdlich eingesetzt, seit er in einem Korb aus Damaskus geflohen war. Mit bemerkenswerter Energie, gewaltigem Tatendrang und großen geistigen Fähigkeiten ausgestattet, hatte er das Wort Christi in ganz Kleinasien verbreitet und sogar in Griechenland, dem Kernland der höchst entwickelten philosophischen Kultur dieser Zeit. Überall gründete er Kirchen, Gemeinschaften von Gläubigen, deren spiritueller Führer er auch weiterhin blieb. Die Briefe, die er an diese Gemeinden schrieb, waren die ersten Dokumente des Frühchristentums, die als kanonisch gelten. Sie wurden sogar noch vor den Evangelien geschrieben. Sie machen die Hälfte des Neuen Testaments aus und beeinflussen auch die andere Hälfte sehr stark. Das Christentum, wie wir es kennen, ist daher weitgehend das Christentum, wie Paulus es verstand. Ein erstaunlicher Umstand, wenn man bedenkt, dass er Christus niemals persönlich begegnet war und jene, die ihm begegnet waren, erbarmungslos verfolgt hatte. Sein Christentum basiert vor allem auf dem Versprechen der Auferstehung. Vielleicht ließ Paulus sich in seinen Briefen, gerade weil er ihm niemals begegnet war, weniger von dem leiden, was Jesus gesagt hatte, als von dem, wofür er stand. Für Paulus gab es im Leben seines Messias nur zwei wirklich bedeutsame Ereignisse, den Tod am Kreuz und die Auferstehung drei Tage später. Nur sie bewiesen die Richtigkeit der Prophezeiungen. Sie kündigten das Kommen der Endzeit an und enthüllten Gottes Absichten mit der Menschheit, die Gläubigen von den Toten und zu ewigem Leben zu erwecken. Indem Paulus die Auferstehung in den Mittelpunkt rückte, verwandelte er das größte Problem der Gefolgsleute Jesu in deren bestes Verkaufsargument. Das Problem lag schlicht in der Tatsache, dass Jesus hingerichtet worden war. Eigentlich hätte der Tod des Führers der aufkommenden Bewegung ihr Ende sein müssen, wie es bei zahlreichen anderen charismatischen Kulten in der Region geschehen war. Ganz gewiss disqualifizierte er Jesus in der Rolle des Messias, der nach Ansicht frommer Juden sein Volk im Kampf zur Wiederherstellung des Königreichs Davids anführen sollte. Und er disqualifizierte ihn in der Rolle des Heroen im Verständnis der Griechen und Römer, die in der Kreuzigung das denkbar schändlichste und unherolste Ende erblickten. Als Erlöser war er daher eine äußerst unglaubwürdige Gestalt, wie Paulus selbst zu Beginn seines ersten Briefs an die Korinther einräumte, indem er schrieb, Während nämlich die Juden Zeichen fordern und die Griechen Weisheit suchen, predigen wir Christus den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis, den Heiden eine Torheit. 1. Korinther 1, 22-23 Doch Paulus glaubte, wenn Jesus von den Toten auferstanden war, dann hatte auch seine demütigende Hinrichtung einen Sinn. Indem er die Auferstehung in den Mittelpunkt rückte, konnte er behaupten, Jesus habe den Tod besiegt, nicht nur für sich, sondern für alle Menschen. Kreuzigung und Auferstehung hätten den Fluch des Sündenfalls aufgehoben, der den Menschen den Tod eingebracht hatte. Wie nämlich in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht werden. 1. Korinther 15, 22 Wie die Heroen, Götter und Könige in vielen früheren Religionen, so hatte auch Jesus durch seine Auferstehung allen den Weg zur Auferstehung bereitet. Mit anderen Worten, Paulus beanspruchte für Jesus die Rolle des sterbenden und wieder auferstehenden Gottes, einer symbolischen Gestalt, deren Leben, Tod und Wiedergeburt allen Gefolgsleuten zur Auferstehung verhalf. In den Händen des Paulus verwandelte sich die Geschichte des historischen Jesus in einen lebendigen Mythos, eine Erzählung mit derselben Kraft wie die Osiris-Legende, aber nicht in einer legendären Vergangenheit angesiedelt, sondern im Hier und Jetzt. Der fromme Jude Paulus übernahm die Auferstehungslehre unmittelbar von seiner eigenen Sekte, den Pharisäern. Dem Judentum der frühesten Bücher des Alten Testaments fehlte es an einer eindeutigen Geschichte, die persönliche Unsterblichkeit versprach. Dort konzentriert sich fast alles auf das Überleben des Stammes Israel als Ganzem. Über die Jahrhunderte entwickelte sich jedoch ein Glaube, wonach Gott die Toten in seiner göttlichen Machtvollkommenheit erwecken und ihnen ein Leben im Paradies ermöglichen werde. Die Umstände dieser Auferstehung blieben jedoch vage und die Vorstellung wurde keineswegs überall im Judentum akzeptiert. Der Geniestreich des Paulus bestand darin, dass er die Jesusgeschichte nutzte, um eine Erzählung zu entwickeln, die lebendig und befriedigend schilderte, wie und wann diese Auferstehung stattfinden sollte, um sie nicht nur innerhalb des Judentums, sondern weit darüber hinaus zu verbreiten. Für die weltgewandten griechischen Nichtjuden, die Paulus zu bekehren versuchte, war die Auferstehung jedoch eine fremdartige und überraschende These. In der griechischen Welt herrschte die Auffassung vor, dass der Mensch den Tod als Seele überdauerte, als eine reingeistige Entität, die den abgenutzten und zerfallenden Körper hinter sich ließ. Die Auferstehung war dagegen eine irdische, gänzlich diesseitige und auf den Leib ausgerichtete Vorstellung. Den Griechen erschien der Gedanke einer Wiederbelebung ihres siechen und verfaulenden Fleisches lächerlich und erschreckend. Wenn das Christentum mehr als eine kleine jüdische Sekte werden sollte, musste Paulus dieses urbane Publikum bewegen, die Abneigung gegen den bloßen Gedanken einer Auferstehung von den Toten zu überwinden. Er war sich der Zweifel seiner Zuhörer durchaus bewusst, wie er in der wohl berühmtesten Passage des Neuen Testaments über die Unsterblichkeit im 15. Kapitel seines ersten Briefs an die Korinther selbst einräumt. Aber wird einer sagen, wie werden denn die Toten erweckt? Mit was für einem Leib kommen sie? Und er antwortet mit einem poetischen Bild, das die im zweiten Kapitel erwähnten Alchimisten unschwer als Beschreibung einer Verwandlung erkannt hätten. Er vergleicht den irdischen Leib mit Gesät wird in Unansehnlichkeit auferweckt in Herrlichkeit Gesät wird in Schwachheit auferweckt in Kraft Es muss nämlich dieses Verwesliche Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen Mit anderen Worten nach der Erweckung werden wir verwandelt damit wir für das ewige Leben geeignet sind Bei Paulus folgt dann ein Crescendo Wenn aber dieses Verwesliche Unverweslichkeit wird angezogen haben und dieses Sterbliche mit Unsterblichkeit wird umkleidet sein, dann wird sich das Wort erfüllen, das geschrieben steht. Verschlungen ward der Tod im Sieg. Wo ist O Tod dein Sieg? Wo ist O Tod dein Stachel? Es spricht für diese kraftvolle Passage, dass sie auch 2000 Jahre nachdem Paulus sie schrieb noch täglich gelesen wird. Meist natürlich bei Begräbnissen, um den Hinterbliebenen Hoffnung zu geben und Trost zu spenden. Doch viele scheinen eine ganz andere Botschaft herauszuhören, als Paulus sie beabsichtigte. Die Mehrheit der heutigen Christen hat sich der griechischen Auffassung angeschlossen, wonach wir eine Seele besitzen, die auch nach unserem Tod weiterlebt und auf direktem Weg ins Himmelreich oder in die Hölle eingeht. Doch die frühen Christen, einschließlich Jesus und Paulus, hatten genau das Gegenteil gepredigt. Tatsächlich widerspricht sie dem Gedanken, der sich durch die ganze Bibel zieht, der Tod ist fürchterlich, er ist der letzte Feind, wie Paulus es ausdrückt. Wenn wir eine Seele besäßen, die direkt ins Himmelreich einginge, hätten wir gar keinen Grund, den Tod zu fürchten. Und zu einem sterblichen Wesen gemacht zu werden, wäre für Adam gar keine Strafe gewesen. Und das Verbot vom Baum der Erkenntnis im Garten Eden zu essen, hätte kaum Folgen für ihn und Eva gehabt, wenn sie hätten erwarten können, schon wenig später ins Himmelreich einzugehen. Doch das ist nicht die Botschaft der Bibel. Sie lehrt, dass der Tod das Ende ist. Oder vielmehr war, bis Jesus Adams und Evas Sündenfall sühnte und damit den Weg zur Auferstehung öffnete. Die ursprüngliche christliche Auffassung vom Tod wird deutlich erkennbar, wenn wir die letzten Augenblicke Jesu mit denen des Sokrates mehrere hundert Jahre zuvor vergleichen, wie es der große Theologe Oskar Kullmann in den 1950er Jahren tat und damals beträchtliche Empörung auslöste. Sokrates begrüßte seine bevorstehende Hinrichtung. Platon berichtet im Phaidon, er habe seinen Anhängern erklärt, dass der Tod die Befreiung der Seele vom Körper sei und einen erstrebenswerten Übergang darstelle. Dann habe er mit großer Gelassenheit den Schierlingsbecher getrunken und sei in Frieden gestorben. Dagegen berichtet das Markus Evangelium Jesus habe im Blick auf seine bevorstehende Hinrichtung begonnen zu erschauern und zu zagen. Er sagte seinen Jüngern, er sei betrübt bis in den Tod. Markus 14 33 34 Er wollte nicht allein sein, sondern weckte seine Jünger immer wieder auf, als er glaubte, seine Feinde kämen. Als er dann am Kreuz hing, rief er aus, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Markus 15 34 So verhält sich niemand, der glaubt, der Tod sei die Befreiung der Seele. Für Jesus war der Tod, anders als Tatsächlich können wir der Geschichte Jesu nur dann einen Sinn abgewinnen, wenn der Tod Anlass zu größter Furcht ist und die Auslöschung bedeutet. Wenn wir alle eine unsterbliche Seele besäßen, die den Tod von Natur aus überdauerte, wäre es nichts Besonderes gewesen, dass Christus seinen Jüngern nach der Kreuzigung erschien. Der Glaube, wonach der Mensch als Geist weiterlebt, der Wiederkehren und den Lebenden erscheinen kann, war damals weit verbreitet. Die christliche Botschaft hätte gar nichts Neues oder Besonderes enthalten, wenn Jesus, wie die Griechen dies ganz selbstverständlich interpretiert hätten, gestorben wäre, seine Seele aber weiter gelebt hätte und zurückgekehrt wäre, um seine Jünger zu besuchen. Die Auferstehung Jesu hat nur dann die gewaltige Bedeutung, die ihr die Christen zuschreiben, wenn man seine Wiederkehr für ein großes Wunder hält, und das ist nur dann der Fall, wenn der Tod normalerweise das Ende bedeutet. Mit anderen Worten, in seiner Frühzeit musste das Christentum an Tod und Auferstehung glauben, im Unterschied zum Glauben an die Unsterblichkeit der Seele. Das war, in der modernen Werbesprache ausgedrückt, Alleinstellungsmerkmal. Was Paulus mit seiner Version des Christentums bot, war das Versprechen eines realen, greifbaren Paradieses, in dem wir, wie auf Erden, Freude zu erleben vermögen. Das war möglich, weil er behauptete, wir würden mit einem realen, physischen Körper auferstehen, mit demselben Körper, den wir jetzt besitzen, nur verbessert und unvergänglich. Hier lag ein entscheidender Unterschied zu der vagen und schattenhaften geistigen Existenz, an die viele Griechen und Römer damals glaubten. Paulus verband seine Auferstehungsthese mit dem im Judentum seiner Zeit gleichfalls weit verbreiteten apokalyptischen Glauben, wonach es schon bald zur Endabrechnung komme, bei der Gott über das Böse Siegen und die Welt sich, zumindest für die Gläubigen, in einen Himmel auf Erden verwandeln sollte. Tatsächlich erwartete Paulus das Ende der Tage, wie das Alte Testament dieses Ereignis nennt, noch zu seinen Lebzeiten. Das jedenfalls schrieb er der Gemeinde in Thessalonich. Zuerst werden die Toten auferstehen. Darauf werden wir, die noch leben und übrig geblieben sind, mit ihnen zusammen auf Wolken dem Herrn entgegen in die Luft entrückt werden und so immer da mit dem Herrn sein. Erster Thessalonicher 4, 17 Hier folgte er den apokalyptischen Aussagen Jesu, dessen zentrale Botschaft lautete, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe gekommen. Markus 1, 15 Und der nach dem Johannes Evangelium 5, 28 bis 29 erklärt hatte, denn es kommt die Stunde, in der alle in den Gräbern seine Stimme hören werden und herauskommen werden die, die das Gute getan haben zur Auferstehung zum Leben und die, die das Böse verübt haben zur Auferstehung zum Gericht. So führte Paulus neben dem Versprechen einer glückseligen und der Drohung einer fürchterlichen Unsterblichkeit auch die Idee eines Fortschritts, einer Bewegung hin zu einer besseren Zukunft ein, die den meisten seiner nichtjüdischen Zuhörer gleichfalls neu gewesen sein dürfte. Und der Abschluss dieser geschichtlichen Entwicklung stand unmittelbar bevor. Wer also ein ewiges Leben in Glückseligkeit wollte, der unterschrieb am besten gleich. Ein Großteil der christlichen Botschaft war demnach für die griechisch-römische Welt neu. Zugleich baute sie auf Vorstellungen auf, die sie kannte. Wie wir gesehen haben, war die Idee eines sterbenden und wiederauferstehenden Gottes im Mittelmeerraum und im Nahen Osten bereits weit verbreitet. Tatsächlich bestehen zwischen dem Christentum und den griechischen Mysterienkulten so deutliche Parallelen, dass Frühchristen diesen Eindruck entschieden von sich weisen mussten. In seiner weiteren Entwicklung übernahm das Christentum noch andere weit verbreitete Rituale und ermöglichte es seinen Anhängern so, am kosmischen Drama der Christusgeschichte teilzuhaben. Die zwei zentralen Feste des Christentums basieren beide auf älteren Riten. Weihnachten auf dem römischen Fest zur Geburt der neuen Sonne nach der Wintersonnenwende und Ostern auf Aspekten des jüdischen Passafestes und einer heidnischen Feier der Frühlings Wiedergeburt, von der auch der Name Ostern abgeleitet ist. Das Gesamtangebot des Christentums bestand demnach aus einer Reihe von Riten, die bereits die Probe der Zeit bestanden hatten, eines baldigen ewigen Lebens im Paradies hinzufügte. Wie wir gesehen haben, gelang es diesem Weltbild, unseren Willen zum ewigen Leben, mit dem Sterblichkeitsparadoxon und insbesondere mit unserem Wissen um den Tod zu versöhnen und das mit außergewöhnlichem Erfolg und gewaltigen Folgen für die weitere Entwicklung der westlichen Zivilisation. Weil die leibliche Auferstehung Christi wie auch aller Menschen am Ende der Zeiten so zentrale Bedeutung besitzt, blieb sie in allen christlichen Kirchen Bestandteil des Dogmas. Im nizänischen Glaubensbekenntnis, das 325 n. Christus auf dem ersten ökumenischen Konzil niedergelegt wurde, um die Einheit der Kirche zu sichern, heißt es, wir erwarten die Auferstehung der Toten. Diese Aussage wird von Katholiken, Lutheranern, Anglikanern und den Kirchen des Ostens wie des Orients und vielen anderen christlichen Kirchen als zentraler Ausdruck christlichen Glaubens anerkannt. Das bereits erwähnte Ritual der Heiligen Kommunion oder Eucharistie, das Christen jeden Sonntag feiern, ist nach der katholischen Enzyklopädie ein Unterpfand unserer glorreichen Auferstehung und ewigen Glückseligkeit, gemäß dem Versprechen Jesu, der gesagt hat, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage. Johannes 6, 54. Damit steht das Christentum nicht allein da. Wie wir schon gesehen haben, stammte der Glaube an die leibliche Auferstehung aus der jüdischen Überlieferung. Und die heutige jüdische Orthodoxie, die als rabbinisches Judentum bezeichnet wird, entwickelte sich aus den Lehren der Pharisäer, also der Tradition, in der auch Paulus stand. Und das von den meisten Juden anerkannte jüdische Glaubensbekenntnis, das im Mittelalter von Rabbi Moses Maimonides formuliert wurde, endet mit einem entschiedenen Bekenntnis zur Auferstehung. Ich glaube in ganzem Glauben, dass einst zu seiner Zeit, wenn es dem Schöpfer gelobt sei sein Name und erhoben sein Gedenken immer und ewig wohl gefällt, die Toten auferstehen werden. Auch die jüngste abrahamitische Religion der Islam ist in dieser Frage ganz eindeutig. Im Koran heißt es, Allah macht euch lebendig. Als dann tötet er euch, als dann versammelt er euch zum Tag der Auferstehung. Suru 45, Vers 25, 26. Auch trug Mohammeds lebendige Beschreibung der Freuden, die den Gläubigen und insbesondere jene, die im Kampf fielen, im Paradies erwarteten, zweifellos beträchtlich dazu bei, seine Anhänger zur Verbreitung des Islam zu motivieren. Die Islamhistorikerin Nerina Rustomji hat dargelegt, dass die lebhaften Bilder vom Leben nach dem Tode geradezu bestimmend für diese Religion waren. Für die Heiden auf der arabischen Halbinsel waren diese Vorstellungen ebenso neuartig wie die Lehren des Paulus für dessen nichtjüdische Zuhörer. So glaubt denn die Hälfte der Weltbevölkerung, nämlich fast dreieinhalb Milliarden Menschen, offiziell an die physische Auferstehung des Leibes, der ihnen in ihrem Leben gegeben war. In Wirklichkeit ist die Zahl allerdings deutlich kleiner. Wie aus einer 2006 durchgeführten Umfrage hervorgeht, gehören zwar 80% der Amerikaner einer der drei abrahamitischen Religionen an, aber nur 30% der Amerikaner glauben an die Auferstehung. Das heißt, eine große Mehrheit der Gläubigen oder insgesamt die Hälfte aller Amerikaner glaubt nicht an dieses zentrale Dogma ihres Glaubens. In einer anderen Umfrage erklärte eine Christin, sie assoziiere die Idee der Auferstehung mit schlechten Horrorfilmen. Und John Levinson, Professor für Jewish Studies in Harvard, schrieb kürzlich, die meisten Juden und Christen empfänden die geschichtliche zentrale Bedeutung der Auferstehung für ihren Glauben als schockierend. Dieser erstaunliche Kluft zwischen der Glaubenslehre und dem tatsächlichen Glauben hat einen einfachen Grund. Die Idee der physischen Auferstehung ist trotz ihrer anfänglichen Anziehungskraft recht problematisch. Von Wildschweinen und Kannibalen Wer glaubt, eine Auferstehungserzählung werde den eigenen Wunsch nach Unsterblichkeit befriedigen, muss glauben, dass wirklich er oder sie selbst, wirklich dieselbe Person auferstehen wird. Paulus erwartete nicht, dass jemand, der ihm lediglich in gewissen Hinsichten ähnelte, am jüngsten Tag von den Toten auferstand. Er erwartete, dass er selbst auferstand. Und tatsächlich, nur wenn der Mensch, der zum jüngsten Gericht von den Toten aufersteht, auch derselbe Mensch ist, der einst gelebt hat, kann sinnvoll über ihn gerichtet werden. Es wäre äußerst ungerecht, jemanden zum Höllenfeuer zu verurteilen, wenn er nicht der Mensch wäre, der die betreffenden Sünden begangen hat. Das mag trivial erscheinen, aber in Wirklichkeit steht der Anhänger des Auferstehungsglaubens hier vor einem Problem. Da Paulus an seine eigene Auferstehung glaubte, muss er auch geglaubt haben, irgendwie die Tortur des Sterbens, des Begraben und des Wiederbelebt Werdens durchstehen zu können. Schließlich geschieht genau das in der Jesusgeschichte. Er soll es durchgestanden haben, ans Kreuz geschlagen, ins Grab gelegt und zurück ins Leben geholt zu werden. Viele Millionen Menschen glauben diese Geschichte. Sie glauben sie teilweise deshalb, weil es nicht schwierig erscheint, sich das vorzustellen. Wir halten es vielleicht, sich vorzustellen, dass jemand stirbt und wenig später irgendwie wieder zum Leben erweckt wird. Aber unsere Vorstellung bleibt dabei ganz an der Oberfläche. Jemand wird bleich und kalt, aber dann auf magische Weise wieder warm und rosig. Aber der Tod ist viel schichtiger. Die Fachleute streiten über den genauen Augenblick, indem wir die Grenze vom Leben zum Tod überschreiten. Oder ob es da überhaupt einen bestimmten Augenblick gibt. Aber wir können wenigstens in Umrissen angeben, was gewöhnlich geschieht. Zuerst hört das Herz auf zu schlagen, sodass die übrigen Organe keinen Sauerstoff mehr erhalten. Ohne Sauerstoff hört das Gehirn auf, die Körperfunktionen zu steuern und Bewusstsein zu erzeugen. Einzelne Zellen im ganzen Körper beginnen abzusterben. Bakterien in den Eingeweiden nutzen das Ende des Immunsystems und beginnen den Körper von innen her aufzufressen. Es dauert nicht lange, dann ist man zwar äußerlich vielleicht noch erkennbar, aber im Inneren haben ganze Organe einschließlich des Gehirns ihre feinen komplexen Strukturen verloren und sind dabei, sich in einen Brei zu verwandeln. Nach einer Woche ist das Innere des Körpers bereits weitgehend verfault. Nach gut einem Monat sind wir nur noch eine verflüssigte aufgedunsene nicht wiederzuerkennende Masse. Es mag leicht erscheinen sich vorzustellen, wie die Wangen einer Leiche sich wieder röten, sehr viel schwerer dagegen, wie eine verfaulte Lunge wieder atmen oder ein verflüssigtes Herz wieder schlagen kann. Das Neue Testament beschreibt nicht die Einzelheiten der Auferstehung Jesu, sondern nur deren Ergebnis, den auferstandenen Christus und selbst das noch widersprüchlich. Laut der Meld McCulloch, Professor für Kirchengeschichte in Oxford, stellt die fehlende Beschreibung dessen, was wirklich im Grab Jesu geschah, die Leerstelle im Zentrum des Christentums dar. Es ist eine Leerstelle, die sich nur sehr schwer füllen lässt. Man hat kaum den Eindruck, dass irgendein Mensch den Prozess des Sterbens und des Zerfalls überdauern könnte und selbst Jesus, der Sohn Gottes, starb als Mensch. Doch wenn die Geschichte von Jesus und die Hoffnungen vieler Millionen Menschen einen Sinn haben sollen, darf die vollkommene Zersetzung des Körpers nur ein zeitweiliger Rückschlag auf dem Weg ins ewige Leben sein. Die alten Ägypter waren sich dieses Problems sehr wohl bewusst und kannten ein ganzes Arsenal von Antworten auf die Frage, wie man den Schock des Sterbens überleben konnte. Natürlich taten sie ihr Bestes Dasein im Jenseits. Aber sie glaubten auch an die Bedeutung zahlreicher Seelen, der Werke eines Menschen, des Gedächtnisses, in dem er blieb, seines Namens und seiner Familie. All diese Dinge boten die Möglichkeit, auch ohne ein schlagendes Herz zu überleben. Auch vor dem Abschluss des Mumifizierungsprozesses mochten die Verstorbenen sich zwar in einem Zwischenreich befinden, aber sie waren nicht wirklich tot. Doch Anhänger des Auferstehungsglaubens wie die Pharisäer und die frühen Christen glaubten nicht an die Existenz geheimnisvoller nicht materieller Substanzen wie der Seele. Tatsächlich war dies die Auffassung, von der sie sich gerade abgrenzten. Wenn Menschen starben, waren sie daher wirklich tot. Und was war der Tod? Ein wenig ähnelte er dem Schlaf. Die Toten sind nach dem Alten Testament jene, die im Staub der Erde schlafen, Daniel 12, 2, und auf die Auferstehung warten. Aber aus einem langen Schlaf erwachen ist etwas, das wir alle zu verstehen vermögen, aus dem Tode zu erwachen, ist etwas ganz anderes. Durch den geschickten Einsatz von Natron- und Leinentüchern zum Ausstopfen mögen die Ägypter Mumien präpariert haben, die ein wenig wie menschliche Körper aussah. Diese Mumien besaßen zwar weder Gehirn noch Blut, noch auch andere Organe, die wir gewöhnlich für unverzichtbare Elemente eines realen menschlichen Körpers halten, doch mumifizierte Verstorbene hatten es gut im Vergleich zu den christlichen Opfern der römischen Verfolgung. Die Römer wussten um den christlichen Glauben an die leibliche Auferstehung von den Toten und taten alles, um diese Hoffnung lächerlich zu machen oder zu vereiteln. In einem Bericht über eine Christenverfolgung in Gallien im Jahr 177 heißt es, man habe die Märtyrer nach der Hinrichtung sechs Tage lang unbestattet verfaulen lassen, bevor man die Leichen verbrannte und die Asche in die immer gesagt haben. Solche barbarischen Akte vermochten den missionarischen Eifer der Christen kaum zu dämpfen, aber sie stellten die frühchristlichen Theologen vor eine Herausforderung. Wie sollte eine Handvoll Asche auferstehen? Anfangs dachten die frühen Christen, die Antwort sei ganz einfach. Gott brauchte die Teile, aus denen der betreffende Mensch zu seinen Lebzeiten bestanden hatte, die Atome oder Elemente oder der und wieder in der Weise zusammenzufügen, wie es einst der Fall gewesen war. Da Gott allmächtig und allwissend war, konnte das, wie sie glaubten, keine allzu schwere Aufgabe für ihn sein. Schließlich war es auch möglich, eine Statue, die heruntergefallen und in viele Teile zerbrochen war, wieder geschickt zusammenzusetzen, so dass sie wie neu wirkte. Wenn man die vollständig wiederhergestellte Statue sah, konnte man dann noch bezweifeln, dass sie den kleinen Unfall überstanden hatte? Sicher nicht. Und wenn man den am jüngsten Tag wiederhergestellten Menschen sah, konnte niemand bezweifeln, dass er den Aufenthalt im Grab überlebt hatte. Diese Darstellung der Auferstehung vertraten die Kirchenväter noch viele Jahrhunderte nach der Auferstehung Christi, und manche vertreten diese Ansicht noch heute. Aber schon zu den Zeiten Jesu hatte diese Auffassung ihre Kritiker. Entwicklungen in Philosophie und Wissenschaft verstärkten nur deren Probleme. Da der Mensch nach dieser Auffassung im Tod tatsächlich zersetzt und später wieder zusammengesetzt wird, bezeichnet man sie als Remontage-These der Auferstehung. Sie hat jedoch mit mindestens drei Problemen zu kämpfen. Das erste möchte ich das Kannibalen-Problem nennen. Nehmen wir einmal an, bevor Sie die Möglichkeit hätten, Ihre zerbrochene Statue wieder anzusetzen, nehme ich Teile davon und benutzte sie zur Herstellung einer anderen Statue. Wenn Sie nun Ihre Statue reparieren wollten, müssten Sie meine Statue zerstören, um an die betreffenden Teile zu gelangen. Wir könnten daher unsere beiden Statuen nicht gleichzeitig wiederherstellen. Wenn Wenn nun dieselben Atome zu verschiedenen Zeiten Bestandteile zweier verschiedener Menschen gewesen sind, als sie sterben, fiel es uns und sogar Gott schwer, beide vollständig wiederherzustellen. Und dieser Fall ist durchaus nicht unwahrscheinlich. Während der römischen Christenverfolgung wurden viele Christen in den Arenen an wilde Tiere verfüttert. Einige dieser Tiere, zum Beispiel Wildschweine, wurden dann auf dem Fest nach den Zirkusspielen von Menschen verspeist. Diese Menschen aßen dann Tierfleisch, das zum Teil aus Menschenfleisch bestand und Bestandteil des Fleisches dieser Esser wurde. Noch einfacher ist der Fall des direkten Kannibalismus. Wenn ein Kannibale aus Bestandteilen besteht, die einst zu einem anderen Menschen gehörten, könnte selbst Gott sie am jüngsten Tag nicht beide wieder erschaffen. Wir wissen heute, dass wir für unsere Argumentation gar nicht auf solche Extremfälle zurückzugreifen brauchen. Wir gewinnen und verlieren ständig Atome, die wieder in den natürlichen Kreislauf eingehen. Es gibt Schätzungen, wonach wir jedes Jahr 98% unserer Partikel ersetzen. Angesichts der schieren Zahl der beteiligten Atome, nahezu sieben Milliarden 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 in einem durchschnittlichen menschlichen Körper, besteht eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass sie heute teilweise aus Atomen bestehen, die einst zu einem anderen Menschen gehörten, als der seinen letzten Atemzug tat. Und das selbst dann, wenn sie nicht der Versuchung des Kannibalismus erlegen sein sollten. Theologen haben intensiv über dieses Problem nachgedacht und dabei viele innovative Lösungen gefunden. Doch keine davon ist bisher auf allgemeine Anerkennung gestoßen. Ein früher Versuch bestand darin, dass man schlichtweg leugnete, ein Mensch könne das Fleisch eines anderen Menschen verdauen und assimilieren. Zum Beweis für diese These verwies man auf den angeblich mageren Körperbau der Kannibalen. Andere stellten die These auf, die Materie gehöre dem Menschen, bei dem sie Bestandteil der wichtigsten Körperteile war. Und wieder andere meinten, sie gehöre demjenigen, der sie zuerst besessen habe. In beiden Fällen füllte Gott dann lediglich die Lücken auf. Doch diese Lösungen untergraben den Gedanken, wonach der Anspruch der Identität mit dem Auferstandenen darauf beruht, dass beide aus genau denselben Bestandteilen bestehen. Trotz 2000-jährigen Bemühens ist das Kannibalenproblem bis heute ungelöst. Das zweite Problem, mit dem die Anhänger des Auferstehungsglaubens zu kämpfen haben, betrifft die Frage, mit wem denn der Auferstandene identisch sein soll. Ich werde es das Verwandlungsproblem nennen. Wie das Kannibalenproblem ist es fast ebenso alt wie das Christentum. Die Argumentation geht folgendermaßen. Einerseits behaupten die Vertreter des Auferstehungsglaubens der auferstandene Körper bestehe aus denselben Teilen und sei in derselben Weise zusammengesetzt wie der betreffende Verstorbene. Nur deshalb sind ja beide ein und dieselbe Person. Andererseits aber ist man bei seinem Tod ja möglicherweise alt, verwelkt, arthritisch, senil und von Krebs zerfressen. So aber stellen die Gläubigen sich nicht die Bewohner des Paradieses der Auferstandenen vor. Im Gegenteil. Paulus versprach ihnen, dass ihr Leib glorreich und unverweslich und fit für die Unsterblichkeit sein werde. Und tatsächlich sind die meisten Anhänger der christlichen Auferstehungslehre der Überzeugung, dass es im Paradies weder Krankheiten geben werde, noch das Bedürfnis nach Essen und Trinken und dass alle schön und vollkommen wären. Ganz ähnlich wäre es, wenn ich meine Tonstatue zerschlüge und dann eine neue Statue gösse, die von derselben Gestalt aber aus Gold gemacht wäre. Würden wir dann wirklich behaupten, es handele sich um dieselben Statuen? Meine ursprüngliche Statue hätte ihre Zerstörung überlebt und sei nun in Gold wiedererstanden? Oder wären wir nicht eher geneigt zu denken, ich hätte meine alte Tonstatue zerstört und an ihrer Stelle eine neue aus Gold geschaffen? Die frühen Theologen meinten, wir behielten einige unserer körperlichen Merkmale, zum Beispiel die Zähne, weil wir ohne sie doch sonderbar aussäen, und vielleicht auch einige weniger wichtige Organe. Aber auch diese Merkmale, die uns mit unserem ursprünglichen irdischen Körper Verbänden, würden irgendwie verwandelt, sodass sie unvergänglich seien. Die Anhänger des Auferstehungsglaubens verfallen hier einem Widerspruch. Einerseits hängt das Überleben davon ab, dass genau dieselben Atome in derselben Weise wieder zusammengefügt werden, wie sie dies zum Zeitpunkt des Todes waren. Andererseits unterstellen sie, dass der Auferstandene ein gänzlich anderes Geschöpf ist und aus unvergänglichem Material besteht, das völlig anders angeordnet ist, sodass es nicht einmal mehr eines Stoffwechsels bedarf. Wie bei der goldenen Statue klingt das eher nach Ersatz als nach Auferstehung. Als wäre das noch nicht genug, gibt es jedoch noch ein schwierigeres Problem mit der Vorstellung, wir könnten einfach wieder zusammengesetzt werden. Ich werde es das Vervielfältigungsproblem nennen, und auch dafür gibt es Antike Versionen, auch wenn es in der philosophischen und theologischen Literatur heute noch diskutiert wird. Eine moderne Fassung lautet folgendermaßen. Wie wir gesehen haben, ersetzen wir alljährlich etwa 98% unserer Atome. Aufgrund des ständigen Austauschs der Atome ist es durchaus möglich, dass sie heute kein einziges Atom mit dem fünfjährigen Jungen oder Mädchen gemeinsam haben, der oder das sie einmal waren. Doch wenn das so ist, könnte Gott nicht nur ihren aktuellen Leib wieder zusammensetzen, falls sie jetzt stürben, sondern gleichzeitig auch den Leib dieses fünfjährigen Jungen oder Mädchens. Und der wieder zusammengesetzte Leib des fünfjährigen Jungen oder Mädchens könnte denselben Anspruch erheben, sie zu sein, wie ihr gegenwärtiger Leib. Beide bestünden aus Atomen, aus denen sie zu einem bestimmten Zeitpunkt bestanden haben und würden in dieser Weise wieder zusammengesetzt. Das ist ein großes Problem für die Remontagethese der Auferstehung. Wie wir im nächsten Kapitel sehen werden, verstößt jede Theorie, die zulässt, dass sie gleichzeitig in mehreren Versionen auftreten, gegen die Gesetze der Logik. Und selbst ein allmächtiger Gott vermag nichts logisch Unmögliches zu tun. Man könnte einwenden, Gott werde nicht zu einem so üblen Trick greifen und sowohl den Erwachsenen als auch den kindlichen Leib ein und derselben Person zusammensetzen. Aber darum geht es hier nicht. Allein schon die Tatsache, dass unser Kriterium für das Überleben das gleichzeitige Erscheinen mehrerer Versionen derselben Person zulässt, reicht aus, um zu erkennen, dass hier etwas völlig falsch läuft. Die drei Probleme zeigen, dass selbst Gott größte Schwierigkeiten hätte, sie am jüngsten Tag physisch in einer Weise wieder zusammenzusetzen, die bedeutete, dass wirklich sie von den Toten auferstünden. Falls wir wirklich nur dieser physische Leib sind, wären Tod und Zerfall hohe Hürden auf dem Weg zur Unsterblichkeit. Doch wie wir im nächsten Kapitel sehen werden, gibt es neben der Wiederzusammensetzungssicht noch weitere Möglichkeiten, die Auferstehung zu verstehen, sodass die Vorstellung, wir könnten wieder auferstehen, immer noch Leben in sich hat. Das Ende ist immer noch nah. Von den Juden bekam ich fünfmal die vierzig weniger einen Schläge. Dreimal wurde ich gegeißelt, einmal gesteinigt. Dreimal erlid ich Schiffbruch. Eine Nacht und einen Tag habe ich in den Meereswogen zugebracht. Christi, Diener bin ich gewesen, auf Wanderungen oftmals. Durch Gefahren von Flüssen, durch Gefahren von Räubern, Gefahren von Seiten meines Volkes, Gefahren von Seiten der Heiden, Gefahren in der Stadt, Gefahren in der Steppe, Gefahren auf dem Meere, Gefahren unter falschen Brüdern. In Mühsal und Beschwerde, häufig in durchwachten Nächten, in Hunger und Durst, in Kälte und Blöße. 2. Korinther 11, 24-27 So beschrieb Paulus selbst die Drangsal, der er auf seinen Missionsreisen ausgesetzt war, die allerdings, als er dies schrieb, noch längst nicht vorüber war. Wohin er auch kam, überall heckte man Verschwörungen gegen ihn aus, erhoben sich Pöbelhaufen gegen ihn, legte man ihm Hinterhalte. Doch seine Feinde waren weniger die Griechen und Römer, deren Tun er als sündig geißelte, sondern jüdische Landsleute und selbst Mitchristen. Wir kennen Paulus heute unter dem Titel, den er sich selbst beilegte, Apostel der Heiden, Römer 11, 13. Doch er war nicht der einzige und auch nicht der erste Jünger Jesu, der Nichtjuden predigte. Das Besondere an der Missionstätigkeit des Paulus lag in dem Umstand, dass er erklärte, der Glaube an den auferstandenen Christus reicher aus, um in die neue Kirche aufgenommen zu werden. Im Gegensatz zu den übrigen Aposteln, die Jesus tatsächlich noch zu seinen Lebzeiten gekannt hatten, glaubte Paulus, dass Bekehrte sich nicht beschneiden lassen oder die zahlreichen und detaillierten mosaischen Gesetze befolgen müssten. Mit anderen Worten, er war der Ansicht, dass man nicht Jude werden musste, um Christ zu sein. Erlösung und ewiges Leben warteten auf alle, die an Jesus glaubten. Das war eine Kriegserklärung an den besonderen Status und die Traditionen des Volkes Israel. Als Paulus nach vielen Jahren Missionstätigkeit nach Jerusalem zurückkehrte, wartete dort eine Falle auf ihn. Er hatte sich zuvor heftig mit den übrigen Aposteln gestritten, die sich weiterhin als fromme Juden empfanden, und er hatte Petrus sogar Heuchelei vorgeworfen. Trotz eines offiziellen Waffenstillstands sahen diese Apostel in ihm weiterhin einen Unruhestifter. Als Paulus in Jerusalem eintraf, sagten sie ihm, er müsse den Juden beweisen, dass er immer noch einer der ihren sei und nicht wirklich predigte, sie sollten das mosaische Gesetz aufgeben. In der Apostelgeschichte heißt es, sie hätten ihm vorgeschlagen, er solle einige Pilger zu einer Reinigungszeremonie in den Tempel begleiten. Als er diesem Vorschlag folgte, wartete vor dem Tempel eine erzürnte Volksmenge auf ihn, um ihn zu töten. Nur das Eingreifen eines starken Trupps römischer Soldaten bewahrte Paulus davor, auf der Stelle erschlagen zu werden. Den Rest seines Lebens verbrachte er in römischer Schutzhaft. Doch er hatte bereits die Saat einer Religion gelegt, die den Provinzialismus des Alten Testaments zu überschreiten vermochte. Das Judentum trug einen Widerspruch in sich. Die Juden behaupteten, ihr Gott, Jehova, sei ein Stammesgott, er sei ihr Gott, aber zugleich sei er der einzig wahre Gott, der Gott aller Menschen. Paulus löste diesem Widerspruch auf, indem er erklärte, die Zeit, da Jehova sich nur den Juden offenbart habe, sei vorüber. Durch den Tod und die Auferstehung Jesu habe er seine Botschaft an Juden und Heiden gleichermaßen gesandt, und beide seien nun frei vom alten Gesetz. Das war der letzte Schlag, dessen es bedurfte, damit das Christentum sich aus seiner jüdischen Verankerung lösen und die Weltreligion werden konnte, die es heute ist. In einem der außergewöhnlichsten Cliffhanger der Literaturgeschichte verlässt die Bibel Paulus in Rom, wo er auf seinem Prozess wartete. Wir hören nichts von einem heroischen Martyrium, einer erhebenden Abschiedsrede oder einer letzten Offenbarung. So entstand eine reiche hagiografische Überlieferung, die diese Lücke füllte, und nach der er während der von Kaiser Nero nach dem großen Brand des Jahres 64 ausgelösten Christenverfolgung enthauptet wurde. Als römischer Bürger blieb er von der Tortur der Kreuzigung verschont. Sollte er enttäuscht gewesen sein, dass das Reich Gottes noch nicht gekommen war, dürfte er doch in der Überzeugung gestorben sein, dass er nicht mehr lange zu warten brauche. Das war vor nahezu 2000 Jahren, und Gläubige warten heute noch auf die Endzeit. Der Hinweis Jesu, wie wir die letzten Tage erkennen könnten, Volk wird sich gegen Volk erheben und Reich gegen Reich und Hungersnöte und Erdbeben werden kommen da und dort, Matthäus 24, 7, waren leider sehr vage und wie manche wohl sagen mögen, eine allgemeine Beschreibung der Conditio Humana. Und so glaubten den Menschen zu allen Zeiten, das Ende sei nah. Manche Glaubensgemeinschaften, wie die Zeugen Jehovas und die Mormonen behaupten, das Ende stehe unmittelbar bevor, und sie tun dies schon seit geraumer Zeit immer wieder. Andere jedoch haben sich durch das lange Warten auf die Wiederkehr des Herrn und die Auferstehung desillusionieren lassen, weshalb denn viele sich dem Glauben an die Seele zugewendet haben, die inzwischen zur Glaubenslehre vieler christlicher Bekenntnisse einschließlich der Katholiken gehört. Aber nicht alle haben die Hoffnung auf eine Auferstehung aufgegeben. Doch statt Gott darum zu bitten, setzen diese Optimisten ihre Hoffnungen zunehmend auf die Wissenschaft. Wir sind es heute gewöhnt, dass die Technik Dinge vollbringt, die früher als Wunder gegolten hätten. Im nächsten Kapitel werden wir sehen, dass manche glauben, wir könnten bald in der Lage sein, die Toten aufzuwecken. Und sie zahlen viel Geld, um zu den Ersten zu gehören, die solcher Art auferstehen. Doch einer der dauerhaftesten Klassiker der Weltliteratur beschreibt, welche Monster wir möglicherweise bei unserem Streben nach der Überwindung des Todes erschaffen. Von einer jungen Frau geschrieben, die noch nicht einmal 20 Jahre alt war, erfasst diese Geschichte mehr als alle anderen die Ängste unserer Zeit. Frankenstein Fünftes Kapitel Der wiederbelebte Frankenstein Moderne Reanimatoren Träume, dass mein kleines Baby wieder lebendig wurde, dass es nur kalt gewesen war und dass wir es vor dem Feuer abrubbelten und dass es lebte. So schrieb die 17-jährige Mary Shelley zwei Wochen nach dem Tod ihres ersten Kindes im Februar 1815. Dann heißt es weiter Wache auf und finde kein Baby. Ich denke den ganzen Tag an das kleine Ding. Nicht in guter Stimmung. Es mag im frühen 19. Jahrhundert häufiger als heute vorgekommen sein, dass Eltern ein Kind verloren. Doch es war auch für sie ein traumatisierendes Ereignis, wie Mary Shelley's Worte zeigen. Es war ihre zweite Erfahrung mit den Launen des Todes. Die erste hatte sie schon im Alter von zwei Wochen gemacht. Aber sie sollte den Verlust ihr Leben lang spüren. Ihre eigene Mutter, die berüchtigte radikale Denkerin Mary Wollstonecraft, war an einer Infektion gestorben, die sie sich bei der Geburt der Tochter zuzog, die ihren Ruhm dereinst in den Schatten stellen sollte. Mary Shelley war zwar noch ein Teenager, aber sie wusste bereits, dass der Tod stets darauf lauert, unsere zerbrechliche Suche nach Glück zu vereiteln. Ihr ganzes Leben lang verfolgte sie wie der Traum von der Auferstehung. Der Traum, dass man die Toten zurück ins Leben holen könnte, wie ihr Baby dank der Wärme des Feuers. Es war ein Traum, den die neue Wissenschaft zu verwirklichen versprach und der sie gleichermaßen faszinierte und erschreckte. Ein Traum, der durch sie später auch uns faszinieren und erschrecken sollte. Shelley lebte kurz vor den Durchbrüchen in Hygiene und Medizin, aus denen die erste Revolution der menschlichen Lebenserwartung hervorging. Die Intellektuellen der Zeit wussten, dass da etwas bevorstand, dass die Wissenschaft dabei war, die Welt zu verändern. Die neuesten Experimente waren Gesprächsthema in den Salons. Zwei dieser Intellektuellen waren die beiden englischen Dichter Lord Byron, der bereits wegen seiner zahlreichen Affären berüchtigt war, und der junge Percy Bish Shelley, Marys Liebhaber und späterer Ehemann. Die drei verbrachten den Sommer 1816 gemeinsam in der Nähe von Genf, in einem selbstgewählten Exil gegenüber der Zensur der britischen Gesellschaft. Percy Shelley war bereits verheiratet, als er und Mary gemeinsam davonliefen, und Byron floh vor Anschuldigungen des Ehebruchs, des Inzests und der Sodomie. Begleitet wurden sie von Marys Halbschwester Claire, die von Byron schwanger war, und von Byrons jungem Leibarzt John Polidori. Es war der sonnenlose Sommer mit endlosem kalten Regen, der seine Ursache in einer Reihe von Vulkanausbrüchen rund um den Erdball hatte. Auf der ganzen nördlichen Erdhalbkugel kam es zu Ernteausfällen, und ein zäher Nebel hing über dem Land. Während des ständigen Nieselregens diskutierten die vertriebenen Schriftsteller über Philosophie, schrieben Gedichte, und lasen eine Sammlung mit Gespenstergeschichten, die zum trüben Wetter passten. Um sich die Zeit zu vertreiben, drängte Byron sie alle, eigene Gespenstergeschichten zu schreiben. Eine einschüchternde Herausforderung für ein junges Mädchen in Gesellschaft so herausragender Autoren. Jeden Abend debattierte die kleine Gesellschaft endlos über große Fragen. Aber jeden Morgen fragte man Mary, ist dir eine Geschichte eingefallen? Doch eines der vielen langen nächtlichen Gespräche beflügelte Marys Fantasie, wie sie später berichtete. Einmal behandelten sie verschiedene philosophische Lehren, darunter das Wesen des Lebensprinzips, ob es wahrscheinlich sei, dass es jemals entdeckt und beschrieben werden würde. Byron und Shelley spekulierten, vielleicht könnte ein Leichnam wiederbelebt werden. Der Galvanismus wurde als Anzeichen derartiger Dinge angesehen. Vielleicht könnten Teilstücke eines Geschöpfes hergestellt, zusammengesetzt und mit Lebenswärme versehen werden. Der Galvanismus, von dem Byron und Shelley so fasziniert waren, ging auf das Werk des illustren italienischen Naturwissenschaftlers Luigi Galvani zurück, der entdeckt hatte, dass man abgetrennte Froschbeine durch das Anlegen von Elektrizität zu Zuckungen bewegen konnte. 1803 war sein Neffe, Professor Giovanni Aldini, durch England getourt, um die Wunderkräfte bekannt zu machen. In einer Demonstration, über die viel berichtet wurde, legte er Elektrizität an die Leiche eines gerade erst gehängten Mörders. Die örtliche Tageszeitung schrieb, der Unterkiefer begann zu zittern, die angrenzenden Muskeln verkrampften sich ganz fürchterlich und das linke Auge öffnete sich. Als Aldini die Elektrizität weiter unten am Körper anlegte, hob sich die rechte Hand und ballte sich und Beine und Hüften begannen sich zu bewegen. Die Zuschauer waren verblüfft und entsetzt. Sie glaubten, der Mörder könne jeden Augenblick vollkommen wiederhergestellt sein. Die Wissenschaft schien kurz davor, Tote wieder zum Leben erwecken zu können. Diese aufregenden Ideen verschmolzen in Marys Kopf mit ihren eigenen Ängsten, den Bildern ihres verlorenen Kindes und ihren Auferstehungsfantasien. Als sie an diesem Abend zu Bett ging, konnte sie nicht einschlafen und überließ sich ihren Hirngespinsten, einem Wachtraum. Mit geschlossenen Augen sah sie den blassen Studenten unheiliger Künste neben dem Ding knien, das er zusammengesetzt hatte. Das hässliche Phantom eines ausgestreckten Mannes, der durch die Funktion eines mächtigen Apparats Lebenszeichen von sich gab und sich halblebendig, schwerfällig bewegte. Erschrocken über sein Tun würde er vor seiner abscheulichen Handlung davonlaufen. Er würde hoffen, dass der sich selbst überlassene Lebensfunke, den er entzündet hatte, erlöschen werde. Doch das geschieht nicht. Im Gegenteil. Der Wissenschaftler geht erschöpft zu Bett, wird aber plötzlich von einem Geräusch geweckt und siehe da, das grässliche Wesen steht an seinem Bett, zieht den Vorhang zurück und betrachtet ihn mit gelben, wässrigen, aber forschenden Augen. Mary war erschrocken über diese Vision, die sie die ganze Nacht beschäftigte. Am nächsten Morgen erklärte sie, dass sie nun ein Thema für ihre Geistergeschichte gefunden habe und sie begann zu schreiben. Sie war 18 Jahre alt. Mit der Ermutigung durch Percy Shelley wurde aus der ursprünglich geplanten Erzählung innerhalb eines Jahres ein vollwertiger Roman. Der Titel des Buches lautete Frankenstein or the modern Prometheus. Mary Shelley's berühmtestes Werk ist eine tiefgründige Studie über das Streben der Naturwissenschaft nach der Beherrschung der Natur und eine scharfe Kritik an dem Helden, der nach dieser Herrschaft strebt, an dem einsamen Wissenschaftler, der es wagt, die göttliche Macht für die Menschen einzufordern. In seinen vielfältigen Formen und Nacherzählungen ist Frankenstein zu einem modernen Mythos geworden, von wesentlicher Bedeutung für unser Selbst- und Weltverständnis. Es ist der erste große Science-Fiction-Roman und eine Warnung, der wir uns immer wieder zu stellen haben. Doch vor allem ist Frankenstein ein Versuch, mit Fantasie die Überwindung des Todes zu erkunden. Eine Fantasie, der Mary, die, wie wir alle irgendwann einmal, anhing. Ihr tragischer Held versucht, sich die Macht anzueignen, die seit Jahrtausenden nur den Göttern vorbehalten war, Leben zu erneuern, dass der Tod bereits zu vernichten drohte. Mit anderen Worten, Tote wieder auferstehen zu lassen. Die Eroberung der Natur Wie wir im letzten Kapitel gesehen haben, erblühte das Frühchristentum dank des Versprechens, Gott werde die Gläubigen schon bald zu einem Leben in ewiger Glückseligkeit erwecken. Doch das Ende der Zeiten ließ auf sich warten, und viele begannen sich zweifelnd zu fragen, ob wir uns der guten Absichten Gottes sicher sein können, oder ob es überhaupt einen Gott gibt. Die Ungeduldigen und die Skeptischen entwickelten daher eine eigene Auferstehungserzählung, eine weltliche Fassung der apokalyptischen Überlieferung mit ihrem Versprechen eines Paradieses. Diese Erzählung hat beträchtliche Triebkraft in der Förderung des menschlichen Fortschritts entfaltet und prägt in beträchtlichem Maße unser heutiges Weltbild. Ihre These ist einfach. Wir brauchen nicht darauf zu warten, dass Gott uns von den Toten auferweckt, denn diese Fähigkeit können wir Menschen selbst erwerben. Wir müssen lediglich die Prinzipien des Lebens entdecken. Dann können wir den Tod für immer überwinden. Wir haben jedoch auch gesehen, dass der frühe Versuch, die Auferstehung zu verstehen, die Remontagethese, wonach unsere ursprünglichen Bestandteile lediglich wieder zusammengesetzt werden müssten, beträchtliche Mängel auffasst. In diesem Kapitel wollen wir einer alternativen Theorie nachgehen, die darauf abzielt, dass bei der Auferstehung tatsächlich wir aus dem Grab hervorkommen und nicht irgendein Doppelgänger. Aber zunächst wollen wir uns ansehen, was Mary Shelley und ihre Gefährten zu der Ansicht veranlasste, die Wissenschaft stehe kurz davor, die Herrschaft über Leben und Tod zu gewinnen und in welcher Weise dieser Glaube unsere Welt geprägt hat. Als Mary Shelley Frankenstein schrieb, begann die Wissenschaft gerade, sich als neue Autorität auf dem Gebiet der Naturgesetze zu etablieren. Im vorangegangenen Jahrhundert hatte sich die neue wissenschaftliche Methode mit ihrer sorgfältigen Beobachtung und ihren Experimenten vollständig vom Obskurantismus der Alchemisten gelöst. An die Stelle geheimer Treffen waren öffentliche wissenschaftliche Gesellschaften, an die verschlüsselte Bücher veröffentlichte Zeitschriften getreten. Doch auch wenn die Methoden sich verändert hatten, waren die Ziele doch dieselben geblieben. Die Beherrschung der Natur und die Überwindung der Sterblichkeit. In Mary Shelley's Roman spiegelt die Karriere des jungen Helden des Wissenschaftlers Viktor Frankenstein diese Entwicklung. Zuerst befasst er sich mit Alchemie und der Suche nach dem Elixier des Lebens, bevor er sich von den Möglichkeiten der Physik und der Chemie überzeugen lässt. An der Universität lernt er, dass die Wissenschaftler, die ihre Augen lediglich auf Mikroskop und Schmelztiegel richten, in der Tat Wunder vollbracht und neue, fast unbegrenzte Macht erlangt hätten. Denn sie können den Himmelsblitz lenken und Erdbeben nachahmen. Das ist die Sprache der neuen Unsterblichkeitserzählung, die für die Wissenschaft die Macht der Götter beansprucht. Im letzten Kapitel haben wir gesehen, dass frühere Zivilisationen ihr Schicksal durch die regelgerechte Ausführung alter Rituale zu beherrschen versuchten. Die frühen Erfolge der Wissenschaft versprachen eine weitaus aktivere und effektivere Möglichkeit, unser Schicksal in die eigenen Hände zu nehmen. Es ist eine Erzählung von Herrschaft und Eroberung, wie Mary Shelley dies zum Ausdruck bringt, wenn sie von diesen männlichen Wissenschaftlern sagt, sie dringen ins Innere der Natur ein und zeigen, wie sie im Verborgenen wirkt. Frankenstein ist überzeugt vom neuen Ethos der Zeit, wonach wir durch die Kraft des Willens und der Vernunft zu Herrn über die Natur werden können. Schließlich ist es die Natur, die bestimmt, dass wir sterben müssen, die dafür sorgt, dass unsere Gelenke sich abnutzen, unsere Haut runzelig wird und Krebs uns befällt. Wenn wir ewig leben wollen, müssen wir uns wie Götter über die naturgegebenen Grenzen erheben. Das ist das große Projekt der Wissenschaft, ihre Antwort auf das Sterblichkeitsparadoxon. Die Natur mag uns Krankheit und Tod zuweisen, doch wir können sie beherrschen und ihre Pläne durchkreuzen. Die Gründungsväter der wissenschaftlichen Methode ließen daran keinen Zweifel. So sprach René Descartes ganz offen aus, dass wir uns durch die Suche nach Wissen zu Herren und Eigentümern der Natur machen könnten. Und galt bei seinen Zeitgenossen als ein Mensch, der vom Gedanken der Lebensverlängerung besessen war. Und Francis Bacon verfolgte sein, wie er selbst sagte, edelstes Ziel einer Verlängerung des Lebens bis an sein Lebensende. Er starb 1626 an einer Lungenentzündung, die er sich bei dem Versuch zuzog, tote Tiere mithilfe von Schnee zu konservieren. Im Verlauf ihrer ganzen Geschichte hat die Wissenschaft sich bemüht, das Leben endlos zu verlängern und den Tod umkehrbar zu machen. Wie im dritten Kapitel gesehen, war die Triebkraft des wissenschaftlichen Fortschritts der technische Ansatz zur Unsterblichkeit, also die moderne Version der Erzählung des Weiterlebens, die dem Tod durch die Abtrennung von potenziell lösbaren Einzelproblemen beizukommen versucht, wie die Heilung von Krebs oder die Züchtung von Stammzellen. Jetzt können wir sehen, dass dies Teil einer umfassenderen Ideologie der Naturbeherrschung ist, eines Glaubens, wonach es keine natürlichen Grenzen gibt, die sich nicht irgendwann durch die Vernunft überwinden ließen. Dieser Glaube reicht weit über die Hoffnung auf ein Überleben hinaus und betrifft auch den zugehörigen Plan B, die Auferstehung. Der Drang zur Beherrschung der Natur gilt vielen als das Wesensmerkmal der Moderne. Wie der Soziologe Sigmund Baumann anmerkt, galt der Tod seit Beginn der Wissenschaft zunehmend als Beleidigung für unsere neu gewonnene Macht, als das letzte, aber anscheinend unverrückbare Relikt des Schicksals in einer Welt, die immer mehr von der Vernunft geplant und kontrolliert wurde. Der Tod ist eine demütigende, natürliche Beschränkung, von der wir uns befreien müssen. Der junge Wissenschaftler Frankenstein ist beseelt von dem Gedanken, diese letzte Fessel abzustreifen und verkörpert so die Arroganz und den Ehrgeiz dieser neuen Erzählung. Seine Nachfolge hat heute eine wachsende Zahl von Technophilen angetreten, die sich, wie zwei führende Autoritäten zu Fragen der Wissenschaft und der Gesellschaft schreiben, ganz bewusst auf die Suche nach Unsterblichkeit, nach der Vervollkommnung des Menschen und nach Herrschaft über die Natur gemacht haben und die Grenze zu überschreiten versuchen, die Zeit und Raum dem Einzelnen auferlegen. Brayden R. Allenby und Daniel Sariewicz Der Glaube, wir könnten den Tod durch wissenschaftliche Naturbeherrschung überwinden, wird oft als Gegensatz zur religiösen Tradition dargestellt, folgt in Wirklichkeit aber sehr eng der Auferstehungserzählung des apokalyptischen Christentums. Die Propheten des wissenschaftlichen Fortschritts, zu denen auch Mary Shelley's Ehemann Percy Shelley und ihr Vater, der radikale Philosoph und Schriftsteller William Godwin, gehörten, versprachen den unverzüglichen Eintritt in ein utopisches Reich, in dem die Gebrechlichkeit des Menschen überwunden sein sollte. Genau das predigten Jesus und Paulus, die den jüngsten Tag und den Beginn des irdischen Himmelreichs prophezeiten. Der einzige Unterschied lag darin, dass nicht ein göttliches Wunder die Auferstehung bewirken sollte, sondern die von uns geschaffene Wissenschaft. Ich, Avatar Die Anhänger dieser Erzählung verwenden einen großen Teil ihrer Energie auf Forschungen, die unsere Lebenszeit verlängern sollen. Doch wie Viktor Frankenstein erkannte, geht es denen, die sich die Natur unterwerfen möchten, letztlich nicht darum, den Tod hinauszuschieben, sondern um Auferstehung, um die Macht, Tote ins Leben zurückzuholen. Aber auch wenn manche vielleicht hoffen, lang genug zu leben, um ewig zu leben, wie im dritten Kapitel beschrieben, dürften viele durchaus sehen, dass die Natur sie mit einiger Wahrscheinlichkeit einholen wird, bevor die Wissenschaft ihr Eroberungswerk vollbracht hat. Aber glücklicherweise reicht die Erzählung vom endlosen Fortschritt selbst noch über das Grab hinaus. Wie wir im letzten Kapitel gesehen haben, erfordert die Auferstehung von Toten eine außergewöhnliche Leistung. Doch die eindrucksvollen technischen Fortschritte der letzten Jahrzehnte haben viele zu der Hoffnung veranlasst, der Durchbruch sei nahe. Vor allem drei Theorien motivieren heute Forschungen, die in der Hoffnung unternommen werden, unsere letzte Grenze zu überschreiten. Die Creonik, das Mind-Uploading und, nochmals, die Superintelligenz. Francis Bacon war durchaus auf dem richtigen Weg in jener schicksalhaften Winternacht, als er beschloss, ein totes Huhn mit Schnee auszustopfen. Durch Einfrieren vermag man tatsächlich den Zerfallsprozess aufzuhalten, der ansonsten einen gerade verstorbenen Körper rasch in einen Haufen stinkenden Schleims verwandelt. Das wusste Mary Shelley, als sie 200 Jahre nach Bacons eisigem Tod ihrer Erzählung Roger Dotsworth, The Reanimated Englishman, schrieb. Sie handelt von einem Engländer, der 1654 auf dem Rückweg von Italien nach England in den Alpen von einer Lawine begraben, 1826 jedoch ausgegraben und wiederbelebt wurde. Auch in dieser Geschichte nimmt Mary Shelley moderne Science Fiction um Generationen vorweg, wenn sie erläutert, dass Eis und Schnee ihn in einen Zustand suspendierter Lebendigkeit versetzten. Gerüchte über solche Vorkommnisse gab es schon um 1800, zum Beispiel Volkserzählungen aus Neuengland, in denen berichtet wurde, dass arme Familien, die nicht genug zu essen hatten, um den harten Winter zu überstehen, die Großeltern zunächst große Mengen selbstgebrannten Alkohols trinken ließen, um sie dann in einen Sarg zu legen und in einer Schneewehe zu begraben. Wenn dann der Frühling kam, holte man sie hervor, taute sie auf und erweckte sie angeblich zum Leben, vielleicht erneut mit Hilfe von schwarzgebranntem Schnaps. Ob Anhänger moderner technischer Utopien solche Legenden glauben oder nicht, sie sind jedenfalls davon überzeugt, dass etwas daran ist, an der Idee, Leichen einzufrieren, um sie vor dem Zerfall zu schützen. Bei Temperaturen unter minus 136 Grad Celsius, so behaupten sie, könne man biologische Strukturen über Jahrhunderte oder sogar Jahrtausende konservieren. Die Kryokonservierung, die Konservierung organischer Stoffe bei extrem niedrigen Temperaturen, wird heute bereits eingesetzt, um kleine Proben menschlichen Gewebes wie Ei- oder Samenzellen zu lagern. Deshalb erscheint die Technik als ein ideales Verfahren um sicherzustellen, dass man auch dann noch da ist, wenn Wissenschaftler die feineren Probleme der Auferstehung gelöst haben. Die führenden Propheten einer zukünftigen wissenschaftlichen Utopie haben daher Vorkehrungen getroffen, sich nach ihrem Tod einfrieren zu lassen. Diese Praxis wird als Krionik bezeichnet und schon heute stehen an vielen Orten der Erde Metallbehälter, in denen die Leichen technischer Optimisten sich sanft in flüssigem Stickstoff wiegen. Die Krionik ist natürlich selbst kein Rezept für die Auferstehung. Mit ihrer Hilfe kann man lediglich Leichen so lange konservieren, bis eines Tages eine Auferstehung möglich sein sollte. Sie ist, wenn man so will, eine moderne Entsprechung des Mumifizierens. Allerdings müssen Ärzte und Wissenschaftler noch die modernen Entsprechungen der Zaubersprüche entwickeln, mit deren Hilfe man die modernen Mumien wieder zum Leben erwecken könnte. Da gibt es noch viel zu tun, wenn man bedenkt, welche Schäden die extrem niedrigen Temperaturen unseren Zellen zufügen, zusätzlich zu den Schäden, an denen der betreffende Mensch gestorben ist. Skeptiker halten die Krionik deshalb lediglich für eine exzentrische Bestattungsart. Dennoch hat sie die Fantasie der Öffentlichkeit erregt. Sie taucht in zahlreichen Science-Fiction-Geschichten auf und prägt unser Bild der Zukunft mit. Allerdings ist die Technik bisher recht teuer. Krionik-Institute berechnen Ihnen um die 150.000 Dollar für die Verpflichtung, sich auf ewig um Ihre Leiche zu kümmern. Manchen Auferstehungsaspiranten ist das etwas zu teuer. Außerdem arg wöhnen sie, vielleicht gar kein Interesse mehr an ihrem alten, brüchigen Körper zu haben, wenn die Zeit für den eisigen Thermosbehälter gekommen ist. Vielleicht hat es gar keinen Wert, den ganzen Körper zu konservieren. Schließlich sind viele der Ansicht, es komme eigentlich nur auf das Gehirn an, da es der Träger des Denkens und Fühlens eines Menschen, seiner Erinnerungen, Pläne, Hoffnungen und so weiter sei. Statt sich für das volle Programm zu entscheiden, lassen sie nur ihren zuvor abgetrennten Kopf einfrieren, für lediglich 80.000 Dollar. Diese Technik-Optimisten glauben, wenn die Technologie soweit sei, einen ganzen Menschen auftauen und reparieren zu können, werde es sicher auch möglich sein, einen neuen Körper zu züchten oder zusammenzubauen. Der Glaube, dass es nur auf Geist und Verstand eines Menschen ankomme, veranlasst manche Futurologen zu noch extremeren Schlussfolgerungen. Viele halten den Geist nur für eine Ansammlung von Informationen, Erinnerungen, Wünschen, Träumen und so weiter, die in kodierter Form im Gehirn gespeichert sind. In ihren Augen kommt es allein auf diese Informationen an und nicht darauf, wie und wo sie kodiert sind. Gehirne seien nützlich, weil unser Geist darauf laufe, wie Programme auf einem Computer. Wenn man andere Möglichkeiten fände, diese Programme laufen zu lassen, könne man auf die schwammige graue Substanz verzichten. Angesichts der Schäden, die im Gehirn auftreten, wenn man es ein paar Stunden tot herumliegen lässt, dann mit einem Frostschutzmittel imprägniert und schließlich bei extrem niedrigen Temperaturen einfriert, um es eines Tages wieder aufzutauen, halten manche Krioniker es für das Beste, den alten Kopf ganz zurückzulassen. Der Weg zur Auferstehung besteht ihres Erachtens darin, das Gehirn zu scannen, sämtliche psychologischen Daten aufzuzeichnen und dann ein neues Gehirn zu bauen, auf das diese Daten übertragen werden. Ganz so, als ließe man dieselbe Software erneut laufen, aber auf einem nagelneuen Computer. Das Verfahren, die gesamte in einem Gehirn enthaltene psychologische Information zu scannen und aufzuzeichnen, bezeichnet man als Mind-Uploading. Selbst Anhänger dieses Verfahrens räumen ein, dass dies heute noch nicht möglich ist. Die Speicherkapazität des menschlichen Gehirns übersteigt bei weitem die Möglichkeiten der leistungsstärksten Computer. Und es gibt auch noch keine Scanner, die genau genug wären, um das Gehirn Neuron für Neuron zu kartieren. Deshalb müssen auch jene, die im Mind-Uploading den Weg zur Unsterblichkeit erblicken, ihren Kopf einfrieren lassen. Denn im Augenblick ist das menschliche Gehirn das einzige Gebilde, das in der Lage ist, den Geist eines Menschen zu kodieren. Viele moderne Utopisten hegen allerdings die Zuversicht, dass sich das ändern wird. Der führende Futurologe Ian Pearson hat vorausgesagt, für 2050 dürfen wir realistisch erwarten, ihren Geist in eine Maschine herunterladen zu können, sodass ihr Tod kein großes Karriereproblem mehr darstellen sollte. Wenn es möglich ist, die gesamte in einem menschlichen Gehirn enthaltene Information zu digitalisieren, eröffnete sich damit in der Tat eine ganz neue Science-Fiction-Welt an Wegen zur Unsterblichkeit. Man könnte ihren Geist auf einen Avatar übertragen, eine virtuelle Person in einer virtuellen Welt, die all ihre Erinnerungen, Ansichten und Schrullen besäße. Oder, wenn es möglich wäre, ihren Geist in ein Programm umzuwandeln, könnte man dieses Programm auf einem Roboter installieren, der sich im Übrigen auch so gestalten ließe, dass er genauso aussähe wie sie. Oder, der Traumfehler und Sterblichkeitssucher, man könnte ihn auf ein neues Gehirn in einem neuen biologischen Körper überspielen, natürlich einen Superkörper, der immun gegen Altern und Krankheit wäre. Philosophen sprechen hier von einer computerisierten Auferstehung, bei der die Software, die ihr Geist darstellt, auf einer neuen Hardware läuft, sodass sie zu neuem Leben erwachen. Das so entstandene Wesen, ob nun Avatar, Roboter oder Mensch, wäre psychologisch mit ihnen identisch. Es könnte sich an ihren ersten Schultag erinnern, ihren Lieblingsfußballverein anfeuern und glauben, mit ihrem Ehepartner verheiratet zu sein. Nach Ansicht der Technikutopisten wären sie dann dieses Wesen. Und dieses Wesen wäre sie. Nachdem sie jahrelang tot in einem Tiefkühlbehälter gelegen hätten, erwarten sie in einer neuen und verbesserten Gestalt zu neuem Leben. Die Idee des Mind-Uploading besitzt einige Vorteile gegenüber der Entdeckung eines modernen Elixiers des Lebens, bei dem, wie wir gesehen haben, immer noch die Gefahr bestünde, dass sie mit dem Flugzeug abstürzten oder in eine Atombombenexplosion gerieten. Sie könnten täglich ein Backup ihrer selbst auf ihrem PC erstellen, der mit einer zentralen Unsterblichkeitsfabrik verbunden wäre. Schon wenige Minuten, nachdem das Flugzeug Ihnen auf den Kopf gestürzt wäre, könnte ein neues, auf dem letzten Scan basierendes Sie von den Fließbändern der Fabrik rollen. Falls Ihnen das alles weit hergeholt erscheint, sollten Sie bedenken, dass es schon heute Unternehmen gibt, die primitive Formen eines Persönlichkeits- Uploading anbieten und diese Persönlichkeiten sogar mithilfe von Avataren zum Leben zu erwecken versuchen. Im Augenblick sind Menge und Qualität der von diesen Avataren genutzten Informationen im Verhältnis zur Menge der im menschlichen Gehirn gespeicherten Daten noch so gering, dass kaum jemand behaupten wollte, der Avatar besitze tatsächlich denselben Geist und Verstand wie das Original. Das Bestreben, diese Lücke zu schließen, treibt auf vielen Gebieten die Forschung voran. Da aber die Leistungsfähigkeit der Computer weiterhin rasch zunimmt und inzwischen auch Großunternehmen wie Microsoft sich an solchen Bemühungen beteiligen, dürfte es unbesonnen sein, den Gedanken von der Hand zu weisen, wir könnten bald schon digital basierte Wesen mit menschenähnlicher Psychologie erschaffen. Die Idee einer digitalen Unsterblichkeit mit ihren diversen Auferstehungsoptionen passt bestens zur Ideologie der Naturbeherrschung. Digitale Welten sind ganz von uns erzeugt, deshalb sind wir unvermeidlich ihre Herren, setzen ihnen die Grenzen und bestimmen, was möglich ist. In solchen Welten ist Auferstehung eine ganz selbstverständliche Vorstellung. In Videospielen hat man immer mehr als ein Leben und man kann das Spiel stets von vorn beginnen. Wie in dem alten Witz. Mein Herz hatte aufgehört zu schlagen, ich hatte das Gefühl, ich flöge durch einen Tunnel auf einen Kreis aus Licht zu und plötzlich hörte ich eine Stimme, zur Fortsetzung werfen Sie eine Münze ein. Zehn, neun, acht. Es gibt keine Grenze, die man nicht durch eine entsprechende Programmierung überschreiten könnte. An der vordersten Front dieser Technologien wird die Forschung von dem Glauben motiviert, dies brauche nicht auf echte oder elektronische alter Egos wie Pac-Man oder ihren Avatar beschränkt zu sein, sondern könne auch für sie gelten. Doch das digitale Zeitalter verspricht sogar noch radikalere Neuinterpretationen der Auferstehungserzählung. Wir sind früher bereits der Idee einer Superintelligenz begegnet. Computer, Roboter oder Cyborgs, deren intellektuelle Fähigkeiten die unsrigen weit übersteigen. Wenn wir so etwas erst einmal gebaut hätten, und viele halten das für unausweichlich, könnte es uns die Arbeit weiterer technologischer Innovation abnehmen. Da dieses Wesen so viel klüger wäre als wir, dürften wir mit einem exponentiellen Wachstum der weiteren Entwicklung rechnen. Schon bald würde diese oder eine noch überlegenere, von ihm gebaute Superintelligenz allmächtig und allwissend werden. Am Ende wäre dieses Wesen wie Gott. Die Futuristen überlassen sich durch die optimistischen Spekulation, dass solch eine Superintelligenz, wir wollen sie Digi-Gott nennen, auch gütig wäre. Das heißt, dass sie den Menschen, die einst ihre primitiven digitalen Vorfahren schufen, mit Wohlwollen begegnete. In diesem Fall hätte Digi-Gott den Wunsch, alle Menschen, die jemals gelebt haben, so glücklich wie möglich zu machen. Da er allwissend wäre, besäße er auch die nötigen Informationen, um für alle Menschen, die jemals gelebt haben, Wesen mit identischer Psyche zu erschaffen. Und da er allmächtig wäre, besäße er auch die Fähigkeit dazu. Nach Ansicht dieser Optimisten sorgte Digi-Gott für unser aller Auferstehung und schüfe ein Paradies, in dem wir in ewiger Glückseligkeit leben könnten. Das ist die extremste Version des technisch-utopischen Denkens. Und man sieht sogleich, wie viel sie der jüdisch-christlichen Tradition verdankt. Sie ist ein wunderbarer Beweis für den menschlichen Einfallsreichtum, wenn es darum geht, Bruchstücke aus Wissenschaft, Mythos und Spekulationen zu einer Unsterblichkeitserzählung zu verweben. Ihren klassen Ausdruck erhält diese Vision im Werk des theoretischen Physikers Frank Tipler, der sogar behauptet, so etwas wie Digi-Gott sei nach den Gesetzen der Physik unausweichlich. Außerdem werde dieses gottähnliche Wesen in der Lage sein, gewisse Eigenschaften der letzten Phasen des Universums zu nutzen, um bei dessen Bewohnern das Empfinden eines ewigen Lebens auszulösen. Tipler nennt dies den Omega-Punkt. Mit anderen Worten, auch wenn sie nicht an den traditionellen Gott der Religion glauben, brauchen sie sich keine Sorgen zu machen. Wissenschaftler sind ohnehin dabei, ihn zu erschaffen, und er wird uns am Ende der Zeiten auferstehen lassen und unsterblich machen, ganz wie Jesus dies einst versprach. Die Rache der Natur Da Spekulationen über die Aussichten einer wissenschaftlich herbeigeführten Unsterblichkeit ins Kraut schießen, mögen wir uns fragen, ob Tiplers Vision denn überzeugender ist als die von Mary Shelley. Als wir Viktor Frankenstein verließen, hatte er sich von der Wissenschaft seiner Zeit dazu anregen lassen, unbekannte Kräfte zu entdecken und der Welt die tiefsten Geheimnisse der Schöpfung zu offenbaren. Er stürzte sich in die Arbeit, um diese Geheimnisse zu lüften, bis ihm schließlich klar wurde, wonach die Weisesten seit Anbeginn der Schöpfung geforscht und gesucht hatten, das lag jetzt in meiner Reichweite. Unermüdlich arbeitet er in seinem unter dem Dach gelegenen Laboratorium und verlässt das Haus nur, um aus Grüften und Beinhäusern menschliche Leichenteile zu beschaffen, so groß wie möglich, um die Arbeit zu erleichtern. In einer Passage voll stummen Schreckens lesen wir, wie es ihm schließlich an einem trüben Novemberabend gelingt, dem zu seinen Füßen liegenden leblosen Ding den Lebensfunken einzuhauchen. In einer Sprache, die an Aldinis galvanische Experimente erinnert, berichtet Frankenstein, dass er im Schimmer des halb erloschenen Lichtes sah, wie sich das stumpfe gelbe Auge des Geschöpfes öffnete. Es atmete mühsam, und ein krampfhaftes Zittern ging durch seine Glieder. Wie in ihrem Traum lässt Mary Shelley ihren Helden aus dem Zimmer stürmen, gepackt von atemlosen Entsetzen und Abscheu über das, was er getan hat. Er hofft, der Lebensfunke in seinem Geschöpf werde bald wieder erlöschen und lässt sich erschöpft auf sein Bett fallen. Doch die dämonische Masse folgt ihm mit ausgestreckten Armen. In dem Glauben, ein grässliches, bösartiges Ungeheuer erschaffen zu haben, flüchtet Frankenstein auf die nächtlichen Straßen. Von da an läuft alles ganz schrecklich schief. Das arme verlassene Ungeheuer versucht, sich auf der Suche nach seinem Schöpfer mit dessen fünf Jahre alten Bruder anzufreunden, tötet ihn aber aus Versehen, als der Junge zu schreien beginnt. Wenig später stehen das Ungeheuer und sein Schöpfer sich in den Bergen oberhalb von Genf gegenüber. Das Geschöpf bietet an, aus der Welt der Menschen zu verschwinden und Frankenstein in Ruhe zu lassen, wenn der ihm eine Gefährtin erschaffe, eine Frau, die ebenso hässlich wäre wie er selbst und ihm ein wenig Zuneigung und Sympathie entgegenbrächte. Der Wissenschaftler hin- und hergerissen zwischen Schuldgefühlen, Mitleid und Abscheu willigt ein und macht sich erneut an die zutiefst verhasste Aufgabe, Leben zu erschaffen. Doch mit dem Fortgang der Arbeit kommen ihm Zweifel. Das weibliche Ungeheuer könne möglicherweise noch bösartiger sein. Und gemeinsam zeugten sie womöglich eine Gattung von Teufeln, die das Menschengeschlecht gefährdete und bedrohte. Voll Abscheu angesichts dieser Vorstellung und in rasender Leidenschaft zerstückelt er die halbfertige Frau. Das Ungeheuer fühlt sich erneut verraten und schwört, sich zu rächen. So geschieht es. Der Wissenschaftler kehrt nach Genf zurück und versucht wieder, ein normales Leben aufzunehmen, indem er seine Jugendliebe heiratet. Doch in der Hochzeitsnacht hört er, während er das Haus abschließt, einen Schrei aus der Schlafkammer. Als er das Zimmer erreicht, findet er seine Braut starr und leblos auf dem Bett. Ermordet. Frankenstein mag die Macht erlangt haben, Leben zu erschaffen, doch sein im Stich gelassenes Geschöpf hat wenigstens die Macht, Leben zu nehmen. Victor Frankenstein schwört das Ungeheuer, um jeden Preis zu vernichten und macht sich an die Verfolgung seines Geschöpfes und Erzfeindes. Die Verfolgungsjagd führt ihn quer durch Europa, nach Russland und nach Norden bis jenseits des Polarkreises. Das Ungeheuer verhöhnt seinen Schöpfer, während es ihn täuscht und weiterlockt. Am Ende, völlig erschöpft auf einer Eisscholle treibend, wird Frankenstein vom Schiff eines Polarforschers aufgenommen. Da Frankenstein in ihm eine verwandte Seele erkennt, berichtet er ihm von seinem Abenteuer. Doch gerade als das Schiff nach England zurückkehren will, stirbt der junge Wissenschaftler an Erschöpfung und Fieber. Als der Forscher an diesem Abend die Kabine betritt, findet er dort das Ungeheuer, das sich weinend über die Leiche seines Schöpfers beugt, hin- und hergerissen zwischen Triumph und Trauer. Das Geschöpf gelobt, sich selbst das Leben zu nehmen, springt vom Schiff und verschwindet in der Dunkelheit. So also beschreibt Mary Shelley den modernen Fortschrittsmenschen, der glaubt, die Natur erobern zu können. Von sich selbst besessen, Schuld an der Zerstörung seiner selbst und aller Menschen um ihn herum. Victor Frankenstein, der arrogante junge Wissenschaftler, der es wagte, die Kräfte der Natur zu usurpieren, ist fortan gezeichnet von seinem Schöpfungsakt, sein Schicksal an das seines Geschöpfs gefesselt. Sein Traum, den Tod zu überwinden, gewinnt buchstäblich ein Eigenleben in Gestalt des Ungeheuers, das er nicht mehr zu kontrollieren vermag und das am Ende auch ihn vernichtet. Mary Shelley hatte bestes Anschauungsmaterial für diese Kritik. Sowohl ihr Vater als auch ihr Mann waren solche Männer des Fortschritts. Sie hatte selbst unter ihrem Egoismus und ihrer Bereitschaft gelitten, der Verfolgung ihrer Prinzipien die Interessen anderer Menschen unterzuordnen. Ihre Botschaft lautet, dass es eine Illusion sei, zu glauben, wir könnten wie Götter werden und die Herrschaft über Leben und Tod erlangen. Wir sind Teil der Natur, nicht ihre Herren, und wenn wir ihr Gewalt antun, wird sie uns vernichten. Das ist der Blick einer einsichtsvollen jungen Frau auf die männlich dominierte Welt des wissenschaftlichen Abenteuers. Umgekehrt ist auch das namenlose Ungeheuer, gezeichnet von der Beziehung zu seinem Schöpfer, und das so sehr, dass es in der populären Kultur oft fälschlich selbst, Frankenstein, genannt wird. Aufgrund seiner unnatürlichen Geburt steht es ohne Eltern Rolle oder Identität da. Es ist gezwungen, seinen Schöpfer zu verfolgen, in der Hoffnung, so etwas wie Sinn und Sympathie zu finden. Nach mehrfacher Zurückweisung hat es schließlich nur noch das eine Ziel, seinen Schöpfer zu vernichten. Als das vollbracht ist, bleibt ihm nichts mehr, wie es selbst über Frankensteins Leiche ausruft. Mein elendes Dasein findet seinen Abschluss. Der letzte Eindruck ist nicht der des dumpfen Monsters aus der Filmlegende, sondern der eines denkenden Wesens auf der Suche nach sich selbst. Während der ganzen Reise durch den Roman setzt es sich mit den Fragen auseinander, die es stellte, sobald es nur zu sprechen gelernt hatte. Wer war ich? Was war ich? Woher kam ich? Was war meine Bestimmung? Diese Fragen kehrten immer wieder, aber ich vermochte sie nicht zu lösen. Noch einmal, das Vervielfältigungsproblem. Die Fragen des Ungeheuers sind tiefgründig und anspruchsvoll. Frankenstein hatte es aus verfaulendem Material zusammengesetzt, das er im Beinhaus gesammelt hatte. So bestand es aus Teilen, die zwar von Menschen stammten, während Besitzer aber jetzt tot waren. In welcher Beziehung, stand es zu den Menschen, die seinen Körper einst bewohnt hatten. Waren sie alle in gewisser Weise in ihm wiedergeboren worden? War es nur einer von ihnen? Oder war es etwas gänzlich Neues? Das ist die fundamentale Frage, die über der Aussicht auf eine Auferstehung schwebt, die Frage nach der Identität zwischen dem Verstorbenen und dem Auferstandenen. Diese Frage müssen wir beantworten, wenn wir beurteilen wollen, ob die Auferstehungserzählung irgendeine Plausibilität für sich beanspruchen kann. Im letzten Kapitel haben wir gesehen, wer in der Erwartung einer durch Gott oder durch die Wissenschaft bewirkten Auferstehung stirbt, der erwartet, dass wirklich er es ist, der da aufersteht. Doch wir haben auch gesehen, dass dies nach dem traditionellen christlichen Verständnis der Auferstehung, wonach Gott den Leib Atom für Atom wieder zusammensetzt, gar nicht so einfach ist, wie es erscheinen mag. Diese Vorstellung hat, wie bereits festgestellt, mit dem Kannibalenproblem, dem Verwandlungsproblem und dem Vervielfältigungsproblem zu kämpfen. Diese Probleme ergeben sich zum Teil aus dem Umstand, dass die Atome gesammelt werden müssten, aus denen der betreffende Mensch bei seinem Tode bestand. Wir können aber auch fragen, wo denn der Unterschied läge, wenn statt eines bestimmten Kohlenstoff- oder Sauerstoffatoms ein anderes benutzt würde. Es ist nur schwer einzusehen, weshalb es wichtig sein sollte, dass ein bestimmtes Sauerstoffatom im Körper des Auferstandenen auch zu dessen ursprünglichem Körper gehörte. Schließlich ist ein Sauerstoffatom wie das andere. Atome erwerben keine besonderen Eigenschaften oder magischen Qualitäten, wenn sie einmal Bestandteil eines bestimmten Menschen waren. Anhänger des Auferstehungsglaubens könnten daher zu dem Schluss gelangen, wir sollten die problematische Vorstellung einer Verwendung bestimmter Teilchen aufgeben. Nicht auf einzelne Atome komme es an, sondern nur auf deren Zusammensetzung. Diese Ansicht passt gut zu den Visionen der Kryoniker und zu anderen oben beschriebenen Auffassungen. Wie wir gesehen haben, glauben viele, entscheidend für ihr zukünftiges Überleben sei es, dass ihr Geist oder ihre Psyche erhalten bleibt, und die Psyche eines Menschen sei ein Datensatz, ein Satz an Informationen über die Glaubensvorstellungen, die Erinnerungen und so weiter des betreffenden Menschen. Den Anhängern des Unsterblichkeitsglaubens, die davon träumen, ihren Geist down- und uploaden zu können, ist es egal, ob ihr neuer Körper aus denselben Atomen besteht wie der vorige. Tatsächlich träumen sie oft von glanzvollen, neuen Körpern, die aus einem zuverlässigeren Stoff sind als unser kohlenstoffbasiertes Fleisch. In ihren Augen kommt es allein darauf an, dass die richtige Psychosoftware auf einem neu geschaffenen Gehirn läuft. Die modernen Anhänger des Auferstehungsglaubens sind daher der Ansicht, dass ein Mensch neu geschaffen werden kann, sofern nur die richtige Blaupause existiert, selbst wenn der ursprüngliche Körper in einer schrecklichen Katastrophe vollständig vernichtet wurde. Wir wollen dies die Nachbildungsauffassung der Auferstehung nennen. Sie besagt, dass die Auferstehung durch die Nachbildung der Psyche erfolgt, und zwar unabhängig vom eingesetzten Material. Dann wäre es gleichgültig, ob der ursprüngliche Körper von einem Löwen gefressen wurde, den anschließend Kannibalen verspeisten, die später bei einer Kernwaffenexplosion atomisiert wurden. Der neue auferstandene Körper könnte aus vollkommen anderen Atomen, aus dem unvergänglichen Stoff des Paulus, aus Silikon oder sonstigem Material bestehen. Entscheidend wäre allein, dass dieser Stoff in der richtigen Weise zusammengesetzt würde, sodass er eine Person mit ihren Erinnerungen, Schrullen und Ansichten ergäbe. Falls diese Auffassung einen Weg beschreibt, auf dem man den Tod zu überleben vermöchte, hätten sie allen Grund, sich den Optimisten anzuschließen und einen Vertrag mit einer Kryonikfirma zu unterschreiben. Das einzige Hindernis für ihre Auferstehung wäre das technische Problem des Baus einer Unsterblichkeitsfabrik, die sie zu scannen und zu replizieren vermöchte. Ein rein technisches Problem, wie die Transhumanisten sagen dürften. Ob wir allein auf der Basis einer Blaupause wieder auferstehen können, ist eine in der modernen Philosophie heiß diskutierte Frage, denn die Antwort sagt viel darüber aus, was wir wirklich sind. Beide Seiten des Arguments werden von ernsthaften Denkern vertreten. Doch selbst jene, die glauben, eine Nachbildung könne das Überleben sichern, räumen ein, dass wir in diesem Fall einige unangenehme und beunruhigende Folgen in Kauf nehmen müssten. Wir wollen hier nur eine davon herausgreifen, die besonders aufschlussreich ist, und zwar das Vervielfältigungsproblem, dem wir schon bei der Betrachtung der Remontageauffassung begegnet sind. Nach dieser Auffassung könnte Gott, wie wir gesehen haben, zugleich die fünfjährige als auch die achtzigjährige Version eines Menschen wieder erschaffen, da sie aus unterschiedlichen Teilchen bestanden. Das ist ein Problem. Aber wenigstens beschränkte sich das Problem bei dieser Auffassung auf die Notwendigkeit, über einen vollständigen Satz von Teilchen des Verstorbenen zu verfügen, ihm eine neue Version zu schaffen. Auch Gott wäre es unmöglich, zwei Versionen des achtzigjährigen zu erschaffen, da es nur einen Satz Teilchen gibt, aus denen die achtzigjährige Version bestanden hat. Bei der Nachbildungsauffassung verschärft sich dieses Problem noch. Nach dieser Auffassung kommt es auf die einzelnen Teilchen gar nicht an, nur die Blaupause zählt. Deshalb könnte unsere zukünftige Unsterblichkeitsfabrik, die den letzten Scan ihres Gehirns aufbewahrt, sie theoretisch so oft vervielfältigen, wie man nur will. Jede Nachbildung würde ebenso sicher glauben, wirklich Sie zu sein, wie Sie dies hier und jetzt glauben. Das ist ein großes Problem. Betrachten wir einmal einen Kandidaten für solch eine Hightech-Auferstehung, den wir Frank nennen wollen. Er stirbt bei einer dramatischen Flugzeugexplosion mitten über dem Atlantik. Zum Glück informiert ein automatischer Sender sogleich die Unsterblichkeitsfabrik, die innerhalb weniger Minuten auf der Basis des letzten Gehirnscans einen einzelnen Ersatz produziert, den wir Frank II nennen wollen. Frank II denkt, geht und spricht wie Frank, abgesehen von der Amnesie hinsichtlich seines letzten Flugs. Aber das ist wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Man teilt Frank II mit, dass seine letzte Version bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen ist, und er denkt, wie gut, dass ich den Hirnscan gemacht habe, bevor ich zum Flughafen fuhr. Am besten rufe ich jetzt schnell meine Frau an und sage ihr, dass alles in Ordnung ist. Seine Freunde und seine Familie akzeptieren sehr bald, dass Frank trotz des Unglücks wieder da, also letztlich, auferstanden ist. Doch nun wollen wir uns vorstellen, die Fabrik machte einen Fehler. Die Instruktionen für einen neuen Frank gehen gleichzeitig an mehr als eines der vielen Montagebänder, sodass die Fabrik nicht eine, sondern zwei neue Versionen produziert. Frank II A und Frank II B. Wir können dies den Duplikationsfall nennen. Aber wer ist nun Frank? Man ist versucht zu sagen, beide. Aber das kann nicht sein. Und zwar zunächst einmal deshalb, weil damit ein fundamentales Gesetz der Logik verletzt wäre, nämlich die sogenannte Transitivität der Identitätsrelation. Danach gilt, wenn Frank II A dieselbe Person ist wie Frank und Frank II B dieselbe Person wie Frank, dann muss Frank II A dieselbe Person sein wie Frank II B. Doch das ist eindeutig nicht der Fall, da die beiden neuen Franks in Wirklichkeit zwei verschiedene Individuen darstellen, die beide bestens in der Lage sind, getrennte Wege zu gehen. Betrachten wir die Sache aus der Sicht des ursprünglichen Frank, wird noch klarer, dass er nicht beide zugleich sein kann. Stellen wir uns vor, er sieht, dass eines der Triebwerke des Flugzeugs in Brand gerät und weiß, dass er sterben wird. Er erinnert sich, dass er sich erst kürzlich hat's kennenlassen, sodass er sich keine Sorgen wegen seines Todes hoch über dem Meer zu machen braucht, weil man seine Psyche einfach auf ein neues Gehirn und einen neuen Körper übertragen wird. Er ist der festen Überzeugung, weil er erwartet, schon bald in dem neuen Körper zu erwachen, genau wie er abends vor dem Einschlafen davon ausgeht, am nächsten Morgen wieder aufzuwachen. Schließlich erwarten wir genau dies, wenn uns jemand sagt, wir würden weiterleben. Doch die Fabrik hat nun einmal zwei neue Franks produziert. Wir könnten uns vorstellen, dass Frank 2b beim Verlassen der Fabrik zutiefst erschrickt, weil er auf der anderen Straßenseite ein genaues Spiegelbild seiner selbst sieht, sodass er vor ein herannahendes Auto läuft und schmerzhaft verletzt wird, während Frank 2a Zeuge des Unfalls wird. Wenn es zutreffe, dass Frank sowohl Frank 2a als auch Frank 2b ist, hieße dies, dass er von einem Auto angefahren würde, wie es Frank 2b geschieht und zugleich den Zusammenstoß von der anderen Straßenseite aus beobachtete, wie es Frank 2a tut. Aber es gibt keine Person, die beides zugleich erlebte. Tatsächlich schließen die beiden Erfahrungen sich wechselseitig aus. Man kann nicht zugleich schlimme Schmerzen empfinden und nicht schlimme Schmerzen empfinden. Frank könnte also nicht mit beiden Ersatz Franks identisch sein. Ist er dann nur einer von ihnen? Aber wie sollte das möglich sein? Die Beziehung zwischen Frank und Frank 2a ist genau dieselbe wie die zwischen Frank und Frank 2b. Beide neuen Franks erheben denselben Anspruch, das Original zu sein. Es gibt keinen Grund für die Annahme, Frank könne der eine von beiden statt der andere sein. Der Unsterblichkeitsgläubige könnte argumentieren, Frank sei jener, der als erster produziert wurde. Aber wir können uns ebenso gut vorstellen, die Fabrik hätte beide gleichzeitig produziert. Dann liefe dieses Argument ins Leere. Wenn Frank aber nicht beide zugleich und auch nicht nur einer von beiden ist, dann kann er nur keiner von beiden sein. Mit anderen Worten, er hat gar nicht wirklich überlebt. Es sieht sehr danach aus, dass die Unsterblichkeitsfabrik Frank gar nicht hat auferstehen lassen, sondern lediglich zwei Duplikate von ihm hergestellt hat. Es ist so, als hätte jemand zwei Neufassungen eines Gemäldes von Vincent van Gogh angefertigt, das durch einen Brand vollständig vernichtet wurde. Ganz gleich, wie originalgetreu sie wären, glaubte doch niemand, Van Goghs Werk wäre wiedererstanden. Und wenn jemand behauptete, die beiden neuen Gemälde wären wirklich das Original, hielten wir ihn für einen Betrüger. Um das Problem für die Nachbildungserfassung noch klarer werden zu lassen, wollen wir uns einen leicht abgewandelten Fehler vorstellen. Die Unsterblichkeitsfabrik erhält zwar die Nachricht, dass Frank sterben wird, doch das Flugzeug fängt sich und Frank bleibt am Leben. Die Fabrik hat jedoch bereits mit der Produktion von Frank II begonnen, der dann auch ganz korrekt auf der Basis des letzten Gehirnscans vom Band läuft. Doch Frank hat den Flug überlebt und weiß nicht einmal, dass in der fernen Fabrik eine Nachbildung von ihm hergestellt worden ist. Das hatte keine direkten Auswirkungen auf ihn. Dass eine Nachbildung hergestellt worden ist, findet Frank vielleicht erst heraus, wenn er nach Hause zurückkehrt und Frank II zusammen mit seiner Frau im Bett vorfindet. In diesem Fall, in dem der Original-Frank noch existiert, ist klar, dass die Fabrik lediglich eine Kopie hergestellt hat. Wir wollen hier vom Kopierfall sprechen. Die Beziehung zwischen dieser Kopie und dem Original-Frank wäre ähnlich beschaffen wie die zwischen eineiigen Zwillingen. Sie wären einander äußerst ähnlich, aber sie wären nicht buchstäblich ein und dasselbe Individuum. Wenn Frank im Sterben läge, wäre es für ihn vielleicht tröstlich zu erfahren, dass dieses Duplikat glücklich in Peru lebt. Frank könnte sogar mit ihm telefonieren, um sicher zu sein, dass Frank II sein Lebenswerk fortsetzen oder sich um seine Kinder kümmern wird. Aber Frank würde, wenn er dann tatsächlich stürbe, nicht im buchstäblichen Sinne Frank II. Er würde im buchstäblichen Sinne so wenig als Frank II weiterleben, wie dies bei eineiigen Zwillingen der Fall wäre. In all diesen Fällen ist die Beziehung zwischen dem Original-Frank und den neuen Franks genau dieselbe. Die neuen sind frisch geprägte Personen, deren Prägeform Franks Psyche darstellt. Doch wie der Vervielfältigungs- und der Kopierfall zeigen, reicht die psychische Ähnlichkeit nicht aus, um sagen zu können, Frank sei buchstäblich dieselbe Person wie die Nachbildung. Und wenn diese Ähnlichkeit in den genannten Fällen nicht ausreicht, um eine buchstäbliche Identität zu gewährleisten, haben wir keinen Grund zu der Annahme, sie könnte in dem ursprünglichen einfachen Fall, in dem Frank stirbt und eine einzige Version vom Band rollt, solch eine buchstäbliche Identität sicherstellen. Die Unsterblichkeitsfabrik produziert lediglich Kopien. Ganz so, als fertigte jemand Kopien eines Van Gogh-Gemäldes an. Das heißt, wir könnten dem Tod nicht entrinnen, indem wir unsere Psyche auf eine Festplatte kopierten und auf einen Avatar oder auch einen neuen Körper überspielten. Die Probleme, vor die uns digitale Unsterblichkeit, computerisierte Auferstehung und Unsterblichkeitsfabriken stellen, sind durchaus nicht nur technischer, sondern auch logischer Art. All das wären nur Hightech-Möglichkeiten, ein Abbild von uns herzustellen. Wer auf seinem Totenbett die Augen schließt, könnte nicht erwarten, sie in einer Silikongestalt wieder zu öffnen. Und selbst wenn Digi-Gott am Ende der Zeiten eine perfekte Kopie von ihnen herstellte, wäre sie nichts anderes als eben eine Kopie. Eine völlig neue Person, die lediglich dieselben Erinnerungen und Überzeugungen besäße wie sie. Das ist eine schlechte Nachricht für alle Anhänger technischer Utopien und Science-Fiction-Geschichten. Diese Art von Nachbildung ist in der Science-Fiction weit verbreitet. So ist sie in der klassischen Star-Trek-Serie die wichtigste Form der Fortbewegung. Sie wird als Beamen bezeichnet. Dabei werden Captain Kirk und seine Kollegen zunächst in Energie umgewandelt und dann am Zielort rematerialisiert. Im realen Leben hat der Physiker und Futurologe Professor Michio Kaku vorausgesagt, diese Technologie könne innerhalb eines Jahrhunderts verwirklicht werden. Doch die Sache hat einen Haken. Jemanden in Energie umwandeln, wozu man ihn zumindest in seine einzelnen Atome zerlegen müsste, hieße nach allem, was wir wissen, ihn zu töten. Es mag verzeihlich sein, wenn man ihn an seinem Zielort tatsächlich wiedererstehen lassen kann, indem man die Atome wieder zusammensetzt. Aber wie wir gesehen haben, wäre die so rekonstruierte Person in Wirklichkeit eine Nachbildung. Lebendig würde hier eine Kopie, ähnlich einem eineigen Zwilling, aber nicht buchstäblich dieselbe Person. Die tragische Wahrheit ist, dass der arme Captain Kirk schon vor langer Zeit gestorben ist und zahllose Nachbildungen von ihm sind ihm seither auf diesem Wege gefolgt. Viele Philosophen sehen im Vervielfältigungsproblem ein unüberwendliches Hindernis für die Anerkennung einer Nachbildungs-Auffassung der Auferstehung. Aber wenn das so ist, gibt es keine plausible Darstellung der Auferstehung. Das hat einen tiefen Grund, der zugleich die eigentliche Lektion des Vervielfältigungsproblems darstellt. Alle Auferstehungserzählungen beginnen mit dem Eingeständnis, dass wir wirklich sterben und verwesen werden. Doch man kann sich nur sehr schwer vorstellen, wie eine Rückkehr aus einer so vollständigen Auslöschung möglich sein. Der erste Weg zur Unsterblichkeit, weiterleben, umgeht dieses Problem einfach. Und die dritte Erzählung, die wir als nächste erkunden werden, behauptet, unser Körper sterbe und verwese, aber unsere Seele lebe weiter, sodass wir eigentlich gar nicht stürben. Nur die Auferstehungserzählung geht wirklich davon aus, dass wir sterben. Und das ist ihr Problem. Die meisten Philosophen glauben, wenn etwas gänzlich aufgehört hat zu existieren, zum Beispiel, wenn ein Mensch gestorben und verwest oder ein Gemälde verbrannt ist, dann kann es sich bei jeder neuen Version, so ähnlich sie auch sein mag, allenfalls um eine Kopie handeln. Auch viele christliche Philosophen, die eigentlich an die Auferstehung glauben, sehen dieses Problem. Sie haben deshalb fantasievolle Theorien entwickelt, die die offenkundige Tatsache leugnen, dass wir sterben und verwesen. So schlägt der angesehene Philosoph Peter van Inwagen vor, wenn eine Auferstehung möglich sein solle, müsse Gott unseren realen Körper unmittelbar vor dem Tod stehlen und irgendwo in suspendierter Lebendigkeit lagern, um ihn am jüngsten Tag wiederzuerwecken. Die Leichen, die wir verwesen sehen oder die verbrannt werden, seien nur Attrappen, die Gott anstelle der realen Körper zurücklasse. Allerdings erklärt dieser Philosoph nicht, warum bisher noch niemand gesehen hat, wie ein Sterbender in das Zwischenlager im Himmel oder wo immer es sich befinden mag, entführt wird. Natürlich hat diese Auffassung keine weite Verbreitung gefunden. Wenn dies die beste Darstellung ist, wie Auferstehung funktioniert, kann es kaum verwundern, dass Millionen ihre Hoffnungen auf die Seele setzen. Das Problem der Identität der auferstehenden Person zeigt sich indirekt auch im dystopischen Charakter der Auferstehungserzählung. Zahlreiche Filme und Romane erzählen, was geschieht, wenn ihr ehemals freundlicher Nachbar aus dem Grab aufersteht. Aber nicht als der stets zu einem Scherz aufgelegte Mensch, der er einmal war, sondern als schlurfendes, blutrünstiges Monstrum, hirnlos, seelenlos und von Maden zerfressen. Solche wieder zum Leben erweckten Kreaturen sind natürlich Zombies. Sie sind Frankensteins wahre Kinder, eine gegenkulturelle Verhöhnung unseres Anspruchs, Herren über Leben und Tod zu sein. Ihre Botschaft aus dem Jenseits lautet, dass wir nicht die Macht oder Weisheit oder Reife besitzen, den Tod zu überwinden und dass wir Tote besser unter der Erde lassen. Das innere Leben Der Traum von einer Auferstehung verfolgt die menschliche Fantasie. In der ganzen Menschheitsgeschichte haben Unsterblichkeitserzählungen versprochen, der Tod brauche nur zeitweilig zu sein und unser Leben besäße eine zweite Chance. Der Traum von der Auferstehung, die zweite Grundform der Unsterblichkeitserzählungen, hat neue Religionen hervorgebracht und gehört zu den Triebkräften unserer gegenwärtigen technologischen Revolution. Ihr intuitiver Reiz liegt darin, dass sie die natürlichen Kreisläufe des Lebens, des Todes und der Wiedergeburt widerspiegelt, die die Menschen von jeher um sich herum beobachten. Diese Zyklen bilden die Grundlage zahlloser Religionen und Rituale, einschließlich der abrahamitischen Überlieferung, die unsere heutige Welt so stark geprägt hat. Die Strategie, die der Auferstehungsgedanke zur Lösung des Sterblichkeitsparadoxons anbietet, ist zugleich dessen Schwäche. Weil die Auferstehungserzählung einräumt, dass wir tatsächlich sterben und nur leugnet, dass dies für immer wäre, gerät sie, wie wir gesehen haben, in eine logische Zwickmühle. Sowohl Frankenstein als auch die Philosophie lehren uns, dass die Auferstehung kein Paradies glückseliger Wiedervereinigung wäre, sondern eher einem Land aus lauter Doppelgängern und Zombies ähnelte. Das Wissen um diese Probleme in der einen oder anderen Form ist so alt wie der Auferstehungsglaube. Im letzten Kapitel haben wir gesehen, dass die frühen Christen große Schwierigkeiten hatten, die intellektuell anspruchsvollen Griechen davon zu überzeugen, dass sie körperlich wiederauferstehen konnten. Wir täten gut daran, dem Beispiel der Griechen zu folgen und ebenso skeptisch auf das Angebot einer digitalen Unsterblichkeit zu reagieren, das uns verspricht, unseren Geist auf einen neuen und verbesserten Silikonkörper zu übertragen. Viele von denen, die sich der Gebrechlichkeit des Körpers bewusst sind und dessen Fähigkeit zur Auferstehung mit Skepsis betrachten, wenden sich deshalb einem anderen Vehikel für das ewige Leben zu, der Seele. Die meisten Menschen glauben, dass sie eine besitzen, und die meisten glauben, dass sie ihnen ein Nachleben bescheren werde. Und viele sind der von den alten Griechen leidenschaftlich vertretenen Ansicht, das Leben der Seele sei etwas weitaus edleres als das chaotische Leben des Fleisches. Eine Auffassung, die Mary Shelley in einer weiteren Meditation über das ewige Leben zum Ausdruck brachte, der Erzählung »The Mortal Immortal«. »Ich werde«, so schreibt dort der Sterbliche Unsterbliche, »diesen Körper, der ein zu haltbarer Käfig für eine nach Freiheit dürstende Seele ist, den zerstörerischen Elementen von Luft und Wasser vorwerfen. Und so, indem ich die Atome, aus denen mein Körper besteht, zerstreue und vernichte, setze ich das Leben frei, das in ihm eingeschlossen ist und so grausam ferngehalten wird. Dann wird es aus dieser trüben Erde in eine Sphäre emporsteigen, die seiner unsterblichen Substanz angemessener ist.« In den nächsten beiden Kapiteln werden wir sehen, wie die Idee der Seele die Zivilisation geprägt hat und der Frage nachgehen, ob sie uns wirklich Unsterblichkeit verleiht. Wir werden im Himmel beginnen, dann durch Fegefeuer und Hölle wandern und schließlich noch einmal in die modernsten Laboratorien hineinschauen. Und für den ersten Teil unserer Reise wählen wir als unseren Führer jenen Meister des Nachlebens, Dante Alighieri.